Naja, aber es muss ja in der Statistik irgendwo auftauchen, oder? Äh, ja. Statistik ist was für Nutten. Ja, wer weiß, Herr Inbot. Ich kann starten, wir sind live. Wir können jetzt Pimmel in die Kamera halten. Juhu. Nee, Agu, du nicht. Hübsche Pimmel. Alexander, ich finde es nicht gut, wenn du so auf der Akku bist. Ey, ich habe kein Virus mehr. Willi, weißt du, was das Problem in der ganzen Sache ist? Du bist schlimmer als Alex. Ja, eben. Ich bin total liebevoll. Habe ich die in den letzten drei Tagen beleidigt? Immer. Ja, als wir getraucht haben. Bevor wir getraucht haben. Wo ich schrieb, dass Black Squad für schwul ist. Das zum Beispiel. Okay, ja. Im Endeffekt ist das Game gar nicht mal so schlecht, aber du brauchst Leute. Ich habe es noch nicht gespielt, es war auch so ein CD-Abklapp, ne, ganz stark abklatscht. Ja, also es ist auch wie CS und sowas. Es ist im Endeffekt nicht schlecht, aber du brauchst Leute. Genau, schnell was zu trinken. Juhu. Kannst du auch schon mal suchen. Ach nee, ist ja nicht lassen, denn Standing dauert ja nicht so lange. Nee. Ich glaube, er braucht nicht so lange zu trinken. Und... Also Alex, starte. Was soll ich da aufdrücken oder was? Ja, du sollst auf Stay drücken. Mach ich gleich, ich will nur kurz gucken, ob mein Stream hochgeladen wird. Weil hier steht irgendwie Connection Problems. Nein, es geht, okay, es geht. Alles klar. Ich muss nur mal wieder raus tappen und wieder rein tappen, damit das Bild wieder da ist. Dann drücke ich auf Ready. Da ist er doch. Da ist es. Twitch ist schon online und YouTube wird auch gerade online. Ist da. Das ist eigentlich ein hessischer Kobel. Hessischer Kobel da oben rechts. Wo? Beim Livestream oder was? Ja, ja. Geiler Typ! Du meinst ein Typ, der so dunkel da sitzt, ne? Ach so, warte, warte, warte. Der so dunkel da sitzt, der keine Softbox hat, ja, ja. Ist zu teuer. Und schon ist er da. Ja, warte. 14, 20 Euro, die Idee. So, hier, ich bin da, Mann. Ich bin da, ich bin da. Ja. Ich habe Licht an. Oh. Ey, du bist schon bei 909? Ja. Ey, was ist passiert vorhin, wann es 9.10 und ich geguckt habe? Mann, aber irgendwie will er das trotzdem wieder nicht. Ey, das ist manchmal, manchmal spinnt das total mit der Abpassung hier. Erfassung des Games. Oder was? Ach so. Ja, okay. Das soll Lund vielleicht jetzt schon mal Gedanken machen, wo wir auch. Wo wir rausspringen? Aus dem Flugzeug. Ja. Ich würde sagen, warte, warte. Hier unten die Insel ist ganz schön. Da schießt du immer noch nicht? Ja, Mann, Alter. Wir haben auf der gelandet sind, dann schwimmen wir da runter auf die andere. Tschüss. Ich sag hier. Wie man ist so in der Insel? Du sagst da. Das ist doch scheiße. Ich sag da. Als der, der sich kommt, ich kann Klicks spielen. Dann können wir auch gleich in die Schule. Nein, eben nicht. Wir gehen da hinterher in die Häuser. Und dann natzen wir von da alle in der Schule weg. Wir haben früher in der Schule geraucht. Ich hab früher D-Poller in die Pessoires gesteckt, wenn sie kaputt gegangen sind. Oder mal raus, wa? Ja. So schön, dass es gut so gleich ist. Das ist gut, dass es gut so ist. Ich bin der Flüge, ich bin der Flüge. da waren fünf oder sechs wie fünf oder sechs ich dachte ein squat ist maximal nur vier geht es gibt sie ja ja deswegen sage ich da waren anderthalb sport war immer diese anderthalb squads hässlichen mango ist die aber wir haben schon gewonnen wir haben wirklich gewonnen ich habe eine bratpfanne gesehen da hatte einer ein achtfach an die wie geht das denn bitte ja das war eine bild ding entführt das hat einer mit photoshop nein ich habe auch eine ump ich bin sowieso noch relativ langsam was das ganze looten angeht weil ich noch so von von last man standing und h1 z1 irgendwie geprägt bin da brauche ich echt lange also mal auf eure auf eure geschwindigkeit zu kommen wenn ich das sehe wie aguda einfach tür geht auf er rennt rein er rennt raus er rennt raus er rennt rein er rennt rein er rennt raus da sage ich nee da mach ich nicht mit auf der schule drauf ist was man nennt ihn auch ads argo ich habe es jetzt nur ump so ne kacke bei wem alter argo dein ding ist noch voll immer dein ding spinnt wieder voll dein der mikrofon du musst noch mal aus dem arsch ziehen du rausst du rausst aber immer wieder das spiel ist so verbuggt du drückst strg willst den sitzplatz wechseln der wechselt auch die waffe mit du das das funktioniert bei mir immer nicht wie wechsel also strg und was dann noch ich habe auch jetzt ich steig aus dem auto aus und ich habe keine waffe mehr in der hand total dumm er sind echt ein paar krasse bugs hinzugekommen oder was ich hatte jetzt vor kurzem erst das problem dass ich die ganze zeit ein fliegendes magazin bei mir in der nähe hatte ja genau ja ich komme mit dem fahrzeug wo ist einer ich will auch mit stressen ja ich bin oben dafür kenne ich mich zu wenig in der tornhalle oder beziehungsweise der ganze schule hier aus ich renne ja auch gerade einfach um ich bin der tornhalle ich bin drin ich bin bei dir wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er wo hier da hier da rein rechts ja ja da rein ha 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 erschießen oh leider liegen da gar keine schuss mehr erschießen jetzt rum hey wo wollerst du denn hin nahrung wo am ghetto am ghetto da sind ja da drüben ja wenn ihr einfach so ghetto sagt das hilft mir noch nicht ihr müsst die richtung sagen achso ok richtung 120 die 5 oder 6 großen mehrfamilienhäuser Ja, danke dir. Genau so möchte ich das haben. Ja, die Mehrfamilienhäuser sehe ich. Das ist also das Ghetto. Ganz rechts gewesen. In the ghetto. Da hinten, am hintersten linken großen Haus ist einer dahinter gegangen. Ich finde auch irgendwo etwas. Ja, Mann, hier. Fetter Mantel. Jetzt bin ich voll Ghetto. Zieh bloß nicht den Mantel an, damit wirst du voll schnell ein bisschen gesehen. Nein. Ich bin richtig geil. Hey, jetzt ist einer gestorben? Ja, den habe ich schon gelootet. Das war der, der in der Schule war. Ja, aber wir spielen ja Squadplay, das heißt, der hat Freunde. Ja. Muss nicht sein, können auch alle schon so sein. Ich gehe auch manchmal alleine in Squad und metze die weg. Ja, das hatten wir gestern, ne? Dass wir irgendwelche Leute hatten, die bei uns mit ins Squad kamen. Ja, wenn ihr Auto-Matching anhabt habt. Ja, dann musst du Auto-Matching ausmachen. Aber du kannst halt auch alleine ins Squad-Game joinen. Ganz allein. Ja, wenn du alleine bist, dann das Auto-Matching ausmachst. Ja, Auto-Matching aus und joinst einfach nicht. Wollen wir jetzt die da holen beim Ghetto, oder was? Nee, nee, nee. Warum denn nicht? Wenn wir jetzt reingehen, sind wir froh. Wow, bei mir sind die Häuser nicht gelaufen. Ich kann durch die ganz Häuser durchgucken. Ja, wo sind die? Geht halt oben. Oh, da hat gestern jemand doch geschrieben im Livestream, dass deswegen ein Streamer gebannt wurde, weil er das auch hatte. Nein, nein, nein. Der Streamer wurde gebannt, weil er FS-Probleme hatte und dadurch drei, vier Kills gemacht hat mit dem Auto und die ihn ganz schön bekommen haben. Ja, aber der konnte auch irgendwie durch Häuser durchfahren. Oh, das habe ich auch manchmal. Muss mal gucken bei mir in Steam, ich habe Screenshots. Ja, mittleres Haus auf dem Dach ist jetzt einer. Oder kurz vorm Dach. Na, ich renne gerade schon in die Dings. Aber da ist das zweite Haus. Hilly, ich renne schon in die Barriere gerade. Was heißt denn? Ja, da kann ich so schlecht liegen. Ich wollte gucken, ob die hier hochlaufen, damit ich denen jetzt gleich eine verpulen kann. Seit er jetzt von Lars Minstern wegfällt. Ach, da ist der Kale. Wir spielen gerade PUBG. Wo ist der oben auf dem Dach? Ich sehe da keinen. Mittleres. Mittleres Gebäude. Kannst du von da, glaube ich, gar nicht mehr sehen. Nee, ne? Nee, nee. Aber die müssen doch eh hier hoch, die Affen. Ja. Ich habe nicht mal einen Helm gefunden, was das ist. Hier oben die Hütte ist gut, ne? Hier ist immer ein... Ich bin ganz klar. Ein Katul oder ein Schmerz. Nee, das war schon, oder? Ich kann hier auf die warten, wir sind an der Zona kommen. Ja, hier war auch noch was. Was haben wir denn hier noch? Ein Millimeter Rucksack? Äh, eins. Ich gucke mich nach links. Ich hoffe einfach nur, er fällt da fast nicht rein. Keine Frage. Alter, Argus Mikrofon ist so schlecht, ne? Ich höre den immer. Also, ich verstehe ihn kaum, was er sagt. Ja, ja, mega. Das hat er ja auch. Das hat er ja gesagt, ja. Bei vorher klangst du immer so. Hast du denn da so ein Kondensator-Ding mit Arm dran, oder was? Nein, nein. Aber ich habe halt mein eigenes Handwerk, den Adapter kaputt gemacht von meinem Logitech. Da hinten rennt einer Richtung Schule auf 3,45. 3,45. So kann ich arbeiten, Alter. Ja, aber ich habe keinen Vierfachsucher. Das bringt gar nichts. Ich habe einen K mit gar nichts. Pass mal auf, wie der jetzt einen Hit frisst. Ja, dann mach mal. Ja, ich sehe ihn gerade nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Ja, los du. An der Hütte kriecht er doch auch nicht. An welcher Hütte? An der Braun da? Ja, ja, an dem kaputten Häuschen ist er, glaube ich. Nein. Da sehe ich aber gar nichts. Ich gucke da mit dem Achter hin, also. Er ist da gerade hingerannt irgendwo. Hörst du das? Der Argo hat 8-fach Aim und sieht nichts. Dann sollte er mehr das geben. Hier, vor. Hier sind zwei Stürz, Leute. Einen habe ich. Einen habe ich. Da ist ein Baum, 60 vor mir. Hilfe, 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 Hilfe. Welcher? Der geradeaus oder der links? Direkt vor mir, der Baum hier. Hä, wir haben, glaube ich, beide, oder? Nein, da ist noch einer. Ach, scheiße. Hat mich. Ich komme. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, scheiße. Hier ist ja schon die Zone. Argo, hilfst du mir mal? Ja, das kann doch nicht sein. Warum fällt der nicht um? Ja, voll. Von Obo ist ja auch jemand. Einer schießt von hinter. Vom Fahrzeug. Von unseren Fahrzeugen. Von unseren Fahrzeugen. Von dem Berg runter hat er geschossen. Ja, der hat er von... Ja, ich sehe ihn gerade. Okay. So, wo ist jetzt ein 8-fach-zoom-irgendwas? Ja, ganz unten. Ganz unten. Ja, 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 ich nehme schon, ich nehme schon. Lebst du noch? 2, ich lebe noch, ja, ja, ja. Links von uns auch Gegner. Aber weit genug noch entfernt. 105. Posten. Ich habe keine Möglichkeit, der hat der Grüne, ne? Ja. Der hat die 30 reichen. So, noch ein. Hey, Hilly, du hättest ja aber auch echt mal die Autos besser bewachen können. Mit einer UMP? Okay, natürlich. Ich mach mir jetzt das Auto und komm in die Zone damit. Ja, los, komm. Damit fahren wir jetzt, ne? Ich nehme jetzt auch ein. Kannst du noch mal ein Red Kid doppen? Ja, 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 ja. So, also, ich fahre jetzt auch knallhart in die Mitte. Komm, wir, wir, wir rasen jetzt zur, zur Brücke, oder? Blöd. 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 Auf geht's. Oh, der ist ja rüber, das ist doch scheiße. Auf geht's. Du fährst. Der Dacia hat aber keinen Anzug den Berg hoch. Ich muss gerade erst mal ein Stück weg runterfahren. Nee, äh, ich, mit Boost, ich hab der Anzug. Ja, mit Boost, ich mach das auch gerade hier mit Boost. Ja, ich auch, aber wenn du direkt den Berg hoch startest, passiert da gar nichts. Denkt dran, hier sind irgendwo die Killer von Hillbilly. Ja, ja, ja. Oh, ich sehe sie vor mir fahren. Vor mir sind sie. Auf dem Moped. Auf dem Moped. Auf dem Moped. Boah, rechts von mir sind sie. Oh, oh, oh. Au, au, au. Au, au, au. Au, 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 au. Oh, oh, au, au. Was machst du denn da? Jawoll. Das kippt es gleich. Der Baum rechte Punkt. Ey, wir sind den halben Berg auf der Seite, auf der Fahrerseite unverlucht. Aber ihr lebt noch, oder? Ja, ja. Das ist alles top. Der Baum hat uns gerettet. Oh, da sind ganz viele. Ja, da... Oh, natürlich. Es gibt keinen Hatschut, Alter. Ich fahre einfach mal weiter. Oh, oh, oh. Oh, oh. Fahr zurück. Ich hatte viermal von K. Ja, genau. Ich fahre dann zurück. Ich fahre jetzt viermal. Danke, wie ein knallartiger Heddy. Krass, ne? Vor allem sind rechts von uns und geben dir den Heddy. Ja, verstehe ich auch nicht. Oh, ich kassier auch schon wieder. Oh, oh. Boah, Alex, stoffen uns einfach rüber. Ach, du Scheiße, der hat mit einer AWM auf mich geschossen. Wahrscheinlich, der Typ, der ist bei mir die Bühne kaputt, wenn du noch nicht weit genug weg bist. Krass, hat da einer einfach mal mit einer AWM auf mich geschossen. Von mir geht's gut. Und euch so. Ich hab 10.000... Ich hab eben auch über 534 Meter mit dem Red Dot und dem K. einen Typen aus dem Auto rausgeschossen. Ich bin tot. Voll. Keine Ahnung, wie ich das gerade habe. Du, ich hab, als wir gestern aufgenommen haben, ich hab mir gestern mal den Livestream angeguckt. Oder nee, war das im Livestream? Oder nee, in meiner Einzelaufnahme war das. Ähm, da hab ich teilweise einfach nur in irgendwelche Häuser reingehalten und den Leuten Hedder verteilt, ne? Also, das ist so. Stopp. Ach, Scheiße, ah. Wenn wir fahren wollen, müssen wir mit dem Jeep fahren. Weil dein... Dacia hat keinen Tank mehr. Du hast keinen Tank mehr? Dacia hat keinen Tank mehr. Danke für diesen guten Mord. Danke. Ja, wollen wir hier nicht ein paar abfangen? Hast du nicht Bock, ein paar Leute zu killen? Oder hast du Angst, selber zu sterben? Wir können noch hier sein. Stellt euch, dass ihr nicht überfahren werden könnt. Am besten legt euch hin. Und schiebt dann auf dich. Ich werde gestern einfach auf diesem HLKW. Kann ich noch nicht, du Killer? Ich werde beschossen aus, ähm... Mord, Ost, Ost, irgendwo. Süd-Ost, Süd-Ost. Was? Süd-Ost? Süd-Ost, Süd-Ost, da war ein Schlüssel, ja. Süd-Ost? Nein, das war gar nichts gewesen. Hier, Gabbermann, du musst mir sowieso mal sagen, wie man den Sound mal vernünftig einstellt. Also irgendwie Effekte kann man doch... Alles auf 100%. Ich hab alles auf 100%. Okay. Ich hab nur die Hintergrundmusik aus. Im Minus. Also, nur dieses HGM. Stellt du Effekte leiser, ist alles leise. Dein Regen ist leise, dein Artillerie ist leise, deine Steps sind leise. Ach, du hast doch eh kein Regen, also bestellt dich nicht. Was hab ich? Schwenk, aber... Was hab ich? Du hast doch eh keinen Regen. Wie, du hast keinen Regen? Nicht immer. Ich hab manchmal den Bug, ich join in ne Regenlobby und ich hab keinen Regen-Zorn. Das ist cool. Hast du denn immer noch? Ab und zu mal, ganz, ganz ehrlich. Es ist jetzt einer gelaufen grad, aber sehr weit weg. Wo denn? Also, hast du irgendwie nochmal Visierungen? Wenigstens Vierer oder sowas? Äh, kann ich ja auch, genau. Hä? Ja, das wär voll nice. Wenn du schon fragst... Da bin ich schon gefragt. Ah, muss es sein. Aber, aber dass ich immer fragen muss, sodass nicht mal von dir so die Sache so, ey, brauchst du was? Ey, ich bin ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du inzwischen was hast. Nein, ich hatte nur ein beschissenes Holographisches. Das mag ich nicht. Weißt du, weißt du, wir haben da vier Leute in der Geklötenschaft, du hast dir da was gelootet. Warte, ich hab dich aus der anderen Seite des Raums nicht gehört. Ah, gut, seit wann bist du in der Oste-Zau? Ach, verstehe, Heddy. Ja, ich hab noch mal ein Essen vor mir, sonst hätt ich das Headset-Wand aus da. Oh Gott! Was? Ich hab im Reifen rumgebackt. Alter, ich verstehe echt gar nichts von ihm. Kann mir das einer übersetzen, wenn er redet? Im Reifen rumgebackt. Warum verstehe ich ihn denn so schlecht? Weiß ich nicht. Ich wasch dir mal die Zähne, dass er Schmutz nachhubst. Nee, die Füße. Wenn du mich so leise gestellt hast, wahrscheinlich. Ja, normal. Schreie, ich schreie auch immer. Nee, das, was du immer schreist, ist close. Ja, wo denn? Ja, close. Wo sehe ich denn in dieser scheiß YouTube-App meine Leute, die ich abonniert habe? Gar nicht. Ja, warum nicht? Brücke, Brücke, einer jetzt. Einer. Ja, ich seh ihn. Ey, schieß doch noch nicht. Oh, Agu. Drauf da. Nein, ihr müsst warten, bis die hier an den Autos vorgehen. Ja, ohne Scheiß, ey. Warum schießt du denn schon? Einfach drauf da. Nee, Agu. Ist Frentiss. Du fühlst jetzt das Mega-Aim-So und würdest die instant treffen, da hätte ich ja nichts gesagt. Ich hab ihn einmal getroffen, was ist das sonst? Ja, einmal ist keinmal. Ich seh ihn auch darin. Jetzt vercampen die sich. Drei Leute. Ja, das war richtig schön dumm. Oh, er schießt wieder. Ja, du kannst mir in die Füße schießen. Wow. Ja gut, das Auto brennt. Das brennt nicht mehr, dass es gerade explodiert. Das haben die gerade kaputt gemacht. Ja, ja, die haben das kaputt gemacht. Die müssen jetzt. Es steht jetzt Füße unter dem Ding, oder? Ja. Ja, ich auch. Wenn das Füße sind, ich weiß es nicht. Ja, das sind Füße. Das sind Füße. Links sind Füße. Drei Leute werden da gleich kommen. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt kommen sie. Jetzt knallt sie ab. Gibt den einfach nur Hits, ey. Dann sterben die außerhalb. Einen habe ich. Ja. Liegen lassen. Kopfschuss ausgenockt. Ja. Ja, das ist von mir schlecht. Vorteil auch. Okay. Also, los komm. Dann lass uns abhauen. So, aufnimmst du den Jeep? Ja. Okay, den Buggy hier. Da ist auch einer geschraubt. Alter, mein Jeep. Ey, Handbremse funktioniert nicht. Super. So, ich wollte nochmal sehen, ob da nochmal einer gelaufen kommt von denen. Aber irgendwie. Oh. Wow, 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 wow. Echt, 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 echt. Richtung Rodehäuser. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Blöde Fotze. Hab ihn. Oh, sauber. Okay, ist hin. Aber das mit dem Vorhalten habe ich langsam ein bisschen raus, ey. Ja, der war wohl ein Ausknopf. Da muss irgendwo noch einer sein. Ja. Oh. Wow. Hast du gerade voll in den Helm gekriegt, oder? Voll in die Bratpfanne. Gut, dass einer hat es. Ja. Arsch. Frage jetzt von wo der Schuss kam. Warte, ich gehe mal rüber, über den Berg. Schießt ihr eigentlich oft mit Autofeuer oder nur Einzelschuss? Selten. Nur wirklich, wenn sie so sind. Entfernung, nur mit Einzig. Ja. Und alles so unter 50 Meter. Da kommt doch ein Auto. Ja, ja. Ist er auf der Brücke? Ja. Da. Hab ihn. Ein Schuss. Ich hab den. Bitte, ja. Drei Kills, Digga. Wir haben gleichzeitig drauf geschossen. Und warum steht bei mir, du hast ihn gekillt? Weil du den zweiten Schuss getroffen hast. Ach. Den getötet hast. Der hat einen Dacia gefahren. Ach so. Aber jetzt müssen doch auch die anderen auf der Brücke krepieren, oder? Die sind alle zentotzt. Schau mal in die Zone. Ja, okay. Warte, warte. Hast du zufälligerweise Dings, Muni? Oh, vor euch, vor euch. Hab ich. Boah, Alex. So, Alter. Junge. Na, schau mal. Die Sohnenkiss. So, los, lass uns abbauen. Wo ist denn das Auto? Mit dem Buggy. Mit dem Buggy. Ja, warte, ich nehm unten nen Buggy. Du nimmst den Buggy und wir fahren einfach mal los. So ne Scheiße. Haut einfach hier der... Oh. Der Schiebaut einfach ab. Gibt Stoff, da kommen Erdrobots. Oh, der ist noch der Gegner. Ja, wahrscheinlich. Ich laufe jetzt, ne? Perfekt ist das laut. Boah, er guckt hier der Heldabang. Fährst du hin? Ja. Er landet hier am Eingang von der Base. Oh, der ist vor dem Eingang. Wollen wir den da durchschluten? Ich weiß es nicht. Nein. Er landet das bestimmt. Ich habe kaum noch Energie für irgendwas. Hast du was zu meinen? Komm, Gegner. Ah, nee, das ist so gut. Äh, 249. Wo kommt denn der Airdrop runter? Der ist direkt vor dir. Ach, hör auf! Echt, hier, wo ich drin war? Der rote Qualm signalisiert den, wenn er auf dem Boden kommt. Da vorne sind Gegner. Ja, aber ich kann nicht anvisieren aus der Entfernung. Hier, da ist eine Sanitasche drin. Ich komme. Und Grüne, Munition. Aber ich brauche eine Reste, ne? Die bringt's nur beim Brückecampen. Du legst dich hin, da kommt dein Auto, eine Salve, das Auto weg. Hast du wenigstens die Muni mitgenommen? Was habe ich? Er braucht die nicht. Ich brauche die, genau, wollte ich gerade sagen. Brauche ich nicht. Ich habe 300 Schuss, ich brauche sie auch. Das passt auf die auf die 240 auch, ne? Ich glaube, die euch sehen. Die werden bestimmt hinter das Haus rufen. Die sind in der Zone, die haben wir die hübschen Vorteil. Ja, ich pfeife mich hier vorne an den Zaun ran. Ja. Kann man... Kann man noch ein Flugzeug drauf? Ja, kann man. 450 irgendwo schießen sich ab. Da werden sie wahrscheinlich... Nee, der ist außerhalb. Außerhalb vom Blauen? Ja. Der ist außerhalb. Der da hinten. Ah gut, leg dich lieber hin, bitte. Rechts von dir war ein Squad. Ja, ja. Ach klar. Die werden hinter den Turm sein. Den Potter-Turm. Mit denen meinst du, ne? Ja, ja. Irgendwo habe ich das aufgeschnappt. Die nennen den Harry-Potter-Turm. Frag mich nicht, warum. Da, auf dem Feld, offenes Feld. Läuft jetzt einer. Schieß nicht. Lass ihn laufen. Hinten bei dem rechten Flugzeug. 210. Süd-West. Süd-West direkt. Zwei Stück. Ja. Passt lieber auf, dass hier nichts aus der Dinges rauskommt. Auf der Base selber. Ja. So von hinten. Da gucke ich gerade. Ich bin jetzt hinten auf dem Flugzeug. Oder aus... Die Zone springt jetzt zu den Flugzeugen rüber. Bist du ganz sicher? Bist wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Wenn wir Glück haben, aber auch zu uns. Ne, Flugzeuge, 90%. Hey, du kannst aber auch einfach mal beten, Argo. Ja. Ich spielte nicht. Ja, siehste. Und du isst auch nie deinen Teller auf. Habt ihr eine Sahne? Habt ihr eine Sahne? Ne, noch nicht ganz. Wir müssen noch nicht. Ja, wir müssen jetzt da reinkriechen. Wir denken, wir müssen nicht so weit laufen. Ja, das stimmt. Ne, aber wenn die jetzt hier gleich reinlaufen wollen, dann können wir einfach mal losbratzen. Ich seh da vorne einen, Alter. Ich will mir den eigentlich holen. Das sind 200 Meter bis zu den Flugzeugen, oder? Boah, der eine, der soll gerade hoch... Ich zieh ihm auf den Kopf. Straight auf den Kopf. Soll ich bei 200? Drauf. Jetzt und beim Flugzeugen hältst du 10 Meter hinter dir. Ja, aber es sind drei. Ihr werdet beschossen von links. SKS schießt doch nicht. No. Zwei Headshots gedrückt. M24 hat mich gedrückt. Kannst du zu mir kommen? Ja, ich komme. Kann ich das im Liegen machen, oder nur im Bücken? Nein, nur im Bücken. Komm hier rüber. Hätte er mich mit dem Fiend 24, dem anderen gebe ich zwei Headshots. Aber der bückt sich nochmal so ein Stück runter, ne? Naja, das ist der Vorteil. Sonst wird er direkt Headshot kassieren. So. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt nach vorne, Alter? Oh, vor uns, äh, östlich zwei, drei Stück, drei Stück. Direkt vor euch. Zwischen dem, ähm, zwischen der Turbine und dem Flugzeug. Oh, vier Stück, komplettes Team. Auf, auf, äh, 2, 10 da irgendwo, ja. Ausgenommen. Ja, ja, ich sehe es gerade. Ich sterbe. Ja. Schmeiß' shit. Oh, nein. Ich bin auch... Dritter Platz verfickt. Eieiei. Er fällt tot in die Zone. Aber die wird auch immer stärker, ne? Ja, ja, ja. Dritter Platz, das waren zwei Vierer-Teams gewesen. Ja. Guck mal, acht sind noch am Leben. Naja, das heißt, es waren zwei Dreier-Teams. Weil wir waren zu zweit. Ach, acht sind noch am Leben? Okay. Ey, komm, das war... Acht am Leben, Alex. Acht. Ja, aber wir sind Platz drei. Ja, zwei Vierer-Teams und wir. Was? Zwei Vierer-Teams und ihr ergibt aber zehn. Ja. Ziehen wir von den acht Spielern zwei Stück ab. Das sind ja wir. Nein, die sind doch mit drin, oder nicht? Am Leben? Nein, nein, die sind nicht vertraut. Ach so, okay, okay, okay. Dann sage ich gar nichts. Aber das war doch eigentlich... Also eigentlich war es doch ganz gut, so, für erste Runde zu viert hier in dieser Konstellation. Ein Vierer-Team trüben an dem Flugzeug, ist alle anderen uns vorbeigelaufen. Ich habe halt alles gerissen, damit man ein Headshot nicht spaziert hat. Ne, weil du hast... Wir haben alle nach unten geguckt, zu dieser scheiß Holz... Na, wo du gesagt hast, die sind da unten an der Straße und auf einmal standen sie direkt rechts neben dir. Das war halt die Kacke. Ach so, Reddy. Ja, bin ich. Boah, eben, ne? Ich bin eben im Rad kurz kippen wollen gefahren und komme wieder und setze mich vom PC und denke mir, das kitzelt mich da am Arm und packt mir an den Arm und habt eine riesen Spinne auf dem Arm krabbeln, Alter. Nein! Junge, ich habe die, die ist jetzt irgendwo in meinem Zimmer, ich habe die so quer durchs Zimmer geflitscht irgendwie. In der Ahnung. Das war voll das Monster-Ding. Da hast du schon richtig die Zähne gesehen. Oh, ich finde das schön, wenn die Leute mit ihren gelben Jogginganzug... Ja, guck mal, ich habe aber auch eine gelbe Dings. Eine gelbe Winterjacke. Das ist ein großer Arsch. Das ist ein großer Arsch. Das war Gummi. So, ich dachte, das war der Christian. Wieder Schule oder was? Aber das Spiel ist jetzt so verfickt laut, ich höre euch nicht mehr. Drück mal STRG-M. Nein. Ah, Master-Volumen. Ja. STRG-M, du machst kompletten Sound auf. Master, also. Ja, gut. Wenn STRG-T drückst, ist dein Sprachchat gemutet. Ja, ja. Das ist mir egal. So, die Frage ist trotzdem, wo wollen wir jetzt raus? Ja, ja, wo war es raus, Schule. Ah! Sie sind ein bisschen früher. Ja, Alex hat die Markierung gesetzt, also. Ja, hier hat ja keiner was dazu gesagt. Wenn keiner ein Einwand sagt oder woanders markiert, ist das okay. Okay, da sind aber einige hier, ne? Aber keiner fliegt direkt zur Schule, das ist ganz gut. Ihr seid näher dran an der Schule. So, STRG-M. Wenn ihr direkt Sturzflug fliegt, ne, mit 2,5, dann droppt ihr ein Stück tiefer. Ja. Einer ist bei euch. Oh, 2, 3. Ein ganzes Team ist bei euch. Oh, Gott. Oh, Familienhäuser ist frei. Familienhäuser ist komplett frei. Ich bin schon unten. Ich bin auch schon fast unten. Komm, rausgerannt. Ich gehe unten in die... Ach, Quatsch, ich gehe jetzt hier unten rein. Komm ins Ghetto rüber. Sch-Ghetto-la. Bist du ein... Ey, die landen am Ghetto. Mensch, Bruder. Okay, ich komme rüber, Andy. Ich bin drin in der Schule und habe schon eine Knarre. Warte nur auf die Tüten, dass sie reinkommen. Ich habe... Oh, eine Pistole. Oh, eine AK. Ich komme hoch, warte. Sind noch welche auf dem Dach, ne? Ja. Hm, ja. Skala. Oh, Leli. Nehmen Sie die und ab rüber zu den anderen. Ey, ich brauche den Munition nochmal ein bisschen dazu. Ja, ja, gut. Ja, gut. Zwei Magazin erreicht. Oh, Gott. Hör mal, ich sage, wo kommt der denn her? Spiel. Ab den ersten. Oben bei mir am Gang in der Turnhalle ist einer. Der kommt mich hier nicht. Oh, ich hasse es. Du behinderter Huchensohn. Na. Es geht nicht. Hier gucken wir in der Regel. Ja, vielleicht. Ab den Witz kannst du angeben. Der Inhalt berichtet sich an 18. Du willst immer noch hingehen. Moment. So. Das hängt. Wenn du stirbst und dann redest, dann... Ja. Ey, ey. Ist das auf dem Dach noch aus? Ich weiß es nicht. Hast du noch was Geiles? Eine AK hast du, ne? Ja, ja. Mit noch 70 Schuss oder so. Ja, nehme ich auch mit. Aber noch nichts zum Draufpacken, ne? Die AK finde ich nämlich besser als hier die... Aber welche habe ich hier? M16 A4. Ja, da ist die auch definitiv besser. M4 A16 ist sowieso das Beste. So werden sie voll ausgebaut. Ja, das sowieso. Sonst spiele ich auch lieber die AK. Ich habe auch mit der AK, glaube ich, die meisten Kills bis jetzt gemacht. AK ist auch in der Statistik, die da eben, ne? Wo wir drüber geredet haben. Die meistgekillten Leute da. Ja, die heißt mehr Durchschlagsverfahrt wie die... Die M16 und AK war... Ja. Kurz leise. Kurz leise, hier bei mir Steps. Habe ihn. Alex regelt das schon. Hier ist aber noch einer, glaube ich. Alter, ist das ein Vierersquad? Ja, ja, die waren zu viel. Um auf dem Dach läuft noch einer rum. Dann ist das der, den ich hier höre. Über der Sporthalle. Ja, ich bin auf der Sporthalle. Dann ist das der. In der Sporthalle, dann. Ja, ich bin in der Sporthalle, ja. Und der ist drüber. Lach mal nicht über meinen Behindert. Julio. Wow. Nice. Der muss immer noch irgendwo da oben drauf sein, der Arsch. Oh nein, ich habe ihn eine gegeben, Alter. Ach, Fotze. Ja, wo wart ihr denn eigentlich die ganze Zeit? Ich habe leider keine ordentliche Waffe. Ich komme rein, ich gebe die AK auf, ich gehe die Treppe hoch. Steht er da schon mit der Waffe im Anschlag? Einer ist auf dem Dach, einer am zweiten Schlaf. Warum, du hast eine K98 oder nicht? Ja, aber was will ich da mit dem Nahkampf? Mensch. Der eine ist hinten runtergesprungen, auf dem Parkplatz und lootet Alex. Der andere ist die beiden Schlaf. Komische Tür. Na guck mal, Hilly will mich jetzt rächen. Jawoll, Hilly. Pass auf, der eine könnte oben im Theater hier sein. Wenn Hilly rüber geht, gehe ich mit rüber. Können wir nicht mehr wie sterben. Ja, das stimmt. Ja, der lootet mich da vorne noch, man sieht es. Hilly, wenn du jetzt hier gleich um die Ecke kommst, dann ist er da auf dem Boden. Links weiter, links weiter, links weiter. Da, da, oh, der rennt weg. Ah, er geht krass, Hilly. Machst du draußen? Der ist wieder rein. Ne, da ist er noch. Oder die sind in die Tornhalle unten rein. Aber das sind zwei, ne? Ja, ja, das waren zwei. Dann war das ein anderer Squad. Kann sein, dass sie in die Tornhalle sind oder ins Blech. Ich stehe noch mal. Naja, 46 Sekunden kommt übrigens eh, ne? Und ihr seid echt weit weg. Ach, Hillbilly. Zu hoch. Ja, du hattest Automatik, glaube ich, ne? Naja, deswegen bin ich so kurz verzogen. Wie hat der den... Wie hat der den Headshot gerade überlebt? Was? Hast du den jetzt gerade getroffen hast? Du warst bei mir links, äh, 30 Meter daneben. Das ist das. Der, der, der... Ja, das ist... Ich habe den... Drei Headshots mit der Karte verpasst. Er ist noch hier, Schule oben. Ihr braucht langsam Auto. Über... Über dem... Überm... 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 Ja, da ist er. Sauber. Du hast einen Hit gekriegt, aber kein Schade. Ja, ist merkwürdig. Ging wahrscheinlich direkt auf die Weste, oder? Leute, ihr seid gleich tot. Das ist die erste Zone. Die können von da easy in die Zone reinrennen. Sie geht schon zu. Ja, ja, die können von da jetzt noch... Das glaube ich nicht. Das will ich sehen. Ach, aber hallo. Das machen die. Ja, los. Hier, Hili, springe vorne gleich aus dem Fenster. Hili, geh links in den Raum, und dann kannst du über irgendwas drüber aus dem Fenster springen. Gut, mach's gut. Ich kann die Zone. Hier geht das nicht. Du musst auf irgendwas draufklettern. Das hat keine Mund. Und er ist barfuß. Er hat barfuß diesen Spitz. Jetzt pack noch die Waffe weg. Du mach mal abfuß, weil dann kann ich besser meine Steps vom Gegner unterscheiden. Ah. Das hört sich nämlich ganz anders an. Willi, einmal B drücken beim Laufen. Oder X. X war es, glaube ich. X. Pack die Waffe weg. Grenze schneller. Dann hältst du 0,03% schneller. Siehste, immerhin. Er will es doch schaffen. Du sagst, sie schaffen das. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Du kriegst zwar ein bisschen Schaden, aber du überlegst. Ja, ja. Siehste, da fängt es ja schon an. Jetzt, jetzt. So haben wir nicht gewettet. Argo, wenn du oben bist, schau mal nach rechts, ob da nicht ein Auto steht. Rechts an der Straße. Ich wollte erst aber konkret reinlaufen. Nee. Hättest du uns schon gesehen. Naja. Ja, manchmal spawnt da oben eins. Ja. Argo fährt voll ungern Auto. Nee. Ich fahr gerne Motorrad. War schlimm. Also, im Solo habe ich immer voll viel Glück damit, wenn ich am Anfang gut ausgerüstet bin und ich steige in ein Auto und fahre erst mal so ungefähr in die Endzone. Und dann chill ich da. Nee, wie sieht es aus? Kommst du hinterher? Klar. Kann ich mehr laufen? Klar, du kannst dann halt auch drauf gehen, logisch, weil du mit dem Auto fährst. Aber du ersparst dir ungefähr 40 Minuten lang dummes Gelaufe bis in die Mitte. Ja, okay, gut. Du sagst ja, okay, es ist jetzt halt in den ersten 10 Minuten schiefgelaufen. Ist halt so ärgerlich. Dafür liegst du dann 40 Minuten in der Mitte hoch. Ja. Aber fängst alle ab, die da ungefähr schon mal hinwollen. Also, damit habe ich vorhin 12 Kills gemacht. Das war ganz nett. Ja, gut. Okay, wenn du da unten lagst, ich mag das nicht. Ich gehe lieber immer so schnell. Oh ja, da rechts, Alter. Oh, 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 oh. Nein, Agu, weiter. Der muss auch laufen. Der ist nicht so, denn. Die Zoll kommt schon. Ah. Ihr rennt auf die Redzons. Ah, die ist gleich schon. Ja, das ist aber auch voll cool, wenn man da durchläuft. Das hat so was Michael Bay-mäßiges. Ja. Hm. Oh, oh. Der schießt auf euch. Ja, ja, weil der denkt sich auch, ich muss nicht überleben. Hauptsache, ich nehme noch einen mit. Die sind nicht geschossen. Nee, die schießen auf sich da. Na, guck mal, da ist doch schon fast die Zone. Habt doch gesagt, dass ihr das schafft. Das war der Einzige, der nicht dran geglaubt hat. Ich habe wirklich nicht dran geglaubt. Weil ich das, ich habe immer noch die Last Man Standing Zeiten im Kopf. Ja, da ist das doch heftig. Das ist mega heftig. Ja, Mann. Da musste wirklich einfach direkt loslaufen. Oh, Trouble Shepard, schöne Grüße. Ja, äh, schon aber länger. Aber ich habe doch erst immer hier H1Z1 gespielt und Last Man Standing. Und ich habe gesagt, bevor ich da nicht Erster werde, spiele ich kein PUBG. Ich sage das immer so blöd, weil ich hasse diesen Namen. Ich finde den so dumm, diese Abkürzung. PUBG. PUBG. Ja, das G ist ja auch eigentlich total sinnlos. Ja. So ein Buchstabe mitten aus dem Wort, weißt du. Ist richtig, genau. Eigentlich müsste es nur PUBG heißen. Hey, spielen wir eine Runde Pop? Komm, wir gehen in den Pop, Mann. Ja, Mann. See me rollin'. Ach, Mensch, ey. Ja, ist das so schwach? Ja, in der ersten geht das. In der zweiten muss ich es gar nicht probieren. Okay. Das ist das. Siehst du, das sind so Sachen, ich muss halt auch erst reinkommen. Ich habe bei dem Spiel einfach noch zu wenig Erfahrung. Ich bin ja hier voll der Veteran. Letztes 620 Stunden. Ja, nicht nur das. Du hast ja auch schon in der Beta und so mitgedaddelt. Wo das Spiel nicht angezeigt wurde bei Steam. Genau. Ja. Aber nervt es dich schon oder sagst du, nö, macht immer noch Spaß? Mich nervt ab und zu die Performance von dem Spiel. Alter, ohne Scheiß. Die nervt mich tierisch. Ja. Also wirklich. Mich nervt sich nicht mehr aus, wenn das Spiel anfängt. Da sind die einzigen Performance-Probleme bei mir. Du meinst, wenn du abstringst oder was? Ja, weil die Häuser dann nicht schlagen und alles. Hatten sie mal gefixt, aber jetzt haben sie wieder drin. Das habe ich neuerdings bei den größeren Hallen. Und das überall. Sobald der Land ist jetzt. Das war seit der letzten. Bis ich 100 Meter über der Halle bin, habe ich ein Puddingdach. Ja. Ein Puddingdach. Nichts bei Karo stellen, dann geht es besser, aber auch schwer. Weiß nicht, ich bin auf meiner 2 Gigabyte Grafikkarte. Du, ich habe eine 1070, ja. Und trotzdem bringt es nichts. Ich habe einen Octa-Core drinne, ich habe 32 Gigabyte Arbeitsspeicher drinne. Und trotzdem, ja, i7 ist drinne. Es dürfte eigentlich keine Probleme machen. Und trotzdem, jetzt hier gerade bei Argo habe ich 56 FPS, 61. Das siehste, da hast du genauso viel wie ich. Er ist zum Kotzen. Auto. Auto, links. Ich habe Grafik auf Very Low. Habe ich aber auch. Ja. Ja, ich glaube aber, das macht keinen Untergrund. Das ist ein Unterschied, aber ich wollte mehr Gegner sehen, weißt du. Ja, ja. Das ist eigentlich auch so ein bisschen. Das bringt doch von der Performance mit deiner Karte, bringt das auch keine Untergrund. Ja. Bist du bei dir gerade? Ja, ja, nächstes Gebiet schon. Ich war auch immer wieder. Du musst ja hier rüber gleich. Ich habe da jetzt ein bisschen zusammengespart, so. Also, nee, lohnt sich nicht für dieses Spiel jetzt unbedingt, ne? Weil das ist einfach ein Performance-Ding. Gut, Grafikkarte muss ich auf jeden Fall so oder so. Nee, schau du. Aber ich werde jetzt meine AMD nicht in den Müll werfen und mir irgendwas anderes holen. Also, ich merke es bei anderen Spielen, dass, ich glaube schon, dass mein Prozessor noch so der Flaschenhals meines Rechners ist, ne? Ich habe zwar einen i7, aber noch einen 4770K, ne? Das ist so 3,5 Gigahertz, den man auch auf 4 Gigahertz laufen lassen kann, aber ich glaube, irgendwie so ganz sauber läuft der nicht. Ja, der ist bestimmt trotzdem noch besser wie meiner. Mag sein. Ja, ich habe so einen FX-8,320, 8x3,5. Ja. Ja, gut, das hat der Intel Gott sei Dank nicht, ne? Also, der ist immer schön kühl. Troy Shepard schreibt gerade, ja, wenn man landet, dann habe ich auch immer Verzögerungen. Das hatte ich vor dem letzten großen Update, hatte ich das. Dass ich immer extreme FPS-Lags hatte. Auto von Osten. Oh, 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 oh. Hilly, hast du gesoffen, oder was? Ich bin jetzt raus. Ja, das war jetzt auch ein komischer Lag. Fall doch einfach endlich mal um. Anstatt, dass sie endlich mal umfallen, alle beide. Okay, Hilly macht das. Hilly macht das, Hilly macht das. Ja, ist jetzt alleine. Der hockt direkt hier. Das geht jetzt nicht, ne? Das war die, das hat die Hund. Weiter rechts, Wanne. Beide ordentlich getroffen. Die lupen ihn gerade weiter. Der eine kommt. Weiter rechts, weiter rechts. Da, hinter, da, hinter. Hinter diesem Haus. Der eine ist rechts an der Kante. Ja, rum. Nein, nein, nein. Links, links, links. Nicht direkt. Direkt an der Hütte, links. Kommt jetzt. Guck hinten auf die Tür. Guck auf die Tür. Better luck next time. Motherfucker. Ich hab manchmal so'n Bug im, im Automatikfeuer. Der schießt drei Schuss, dann ist mein Magazin auf einmal leer und der guckt einfach straight auf den Boden. Oh, das, das hatte ich schon einmal, da hab ich mich auch gefragt, was da los ist. Naja, das ist mal. Genial. Es heißt ja auch Bug G. Bug G, genau. Machst du immer das komplette Spiel aus, oder was? Ja, weil, äh, ich hab nur 8 GB Speicher drin, ne? Komm, bei ihm wird das Spiel jetzt mal höher. Ist das so? Ja, genau. Hast du auch, das ist bei Last Man's Ending. Ja. Ich starte jetzt das Spiel, bin in der Lobby. 3,5, 2,7 GB Arbeitsplätze. So, dann spiel ich ein Spiel, gehe aus dem Spiel wieder raus in die Lobby und dann hab ich auf einmal 4,8 GB gelegt. Und das summiert sich immer weiter so hoch. Ja, 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 das ist bei Last Man's Ending ist das auch ein Riesen-Bug. Aber ein richtig, richtig fetter Bug. Was aber auch nicht jeder hat. Nee, den hab nur, also bei uns war nur ich derjenige, ne? Der ihn hatte, wo sich... Ich hab's nicht gehabt, ich hab's nicht gehabt. Was, also? Ich muss erst mal... Äh, Pause mal. Oh, cool. See me rollen. Wichtiges Telefonat. Ah, find ich wahrscheinlich höher. Ah, cool. Ich war bei Shepard fragt, ob es noch den Minecraft-Server gibt. Hatten wir doch gestern erst als Thema, Hilly. Der Benson überlegt gerade, ob er nochmal einen aufsetzt oder nicht. Nein. 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 Ja, komm jetzt hier, mach ready. Wir sind jetzt zu dritt. Nein. Auto-Matching raus. Ich hab keinen Bock auf irgendeinen. Ich wusste nicht. Hä, wie? Auto-Matching. Ach so, da hinten. Ich geh mal über Play und dann kannst du da den Hack rein. Ja, ich kann da gar nichts dran setzen. Dann muss ich das machen. Billy, musst du das machen? Auto-Matching raus? Ja. Ja, ist raus. Okay. Ich find das voll super, weil die reden doch eh nicht. Die reden doch eh nicht. Nee, die reden nicht. Jetzt wurde ich von einem gekillt, weil er meine Wache haben wollte. Nein. Ja, ja, Mann. Das ist aber frei. Ja, ich hab dich gemeldet, ne? Kannst du jetzt mal ja nichts melden. Ja. Ob ich bloß auch was bringen? Ja, das bringt was. Beruhigung für die, den der wird ruft. Wie wurdest du beim Minecraft von irgendwem gekillt, Trouble Shepard? Er wurde damals von irgendeinem Typen immer wieder gekillt. Hier, die hatten wir Trolle bei Minecraft? Weiß ich grad gar nicht mehr. Außer für mich nicht. Nee, ne? Wir machen da welche. Voll gerne aus Spaß. Ich hab's ja schon Videos gesehen. Ja, aber wir hatten ja unseren eigenen Server. Ja, die anderen Jungs hatten auch ihren eigenen Server. Und dann hat auf einmal der Typ die Rechte alle gehabt. Und hat alles kaputt gemacht. Und alles weggenommen. Und hat die Leute voll abgelaufen. Nee, nee. So was ging bei uns nicht. Nein. Ich find das auch hier so super nervig, dass hier immer unbedingt alle rumballern müssen. Ja, ja, ich auch. Ich bin ja schon froh, dass die nicht mehr alle so viel Scheiße da labern. So, ich Mastervolumen muted. Sehr geil. Nochmal bitte, was hast du grad gesagt? Ich sag dir, ich find das schon besser, dass die nicht mehr alle da labern. Am Anfang haben wir alle rumball gesehen. Gestern. Daniel! Daniel, wo bist du? Daniel! Und alle so, Daniel? Daniel, Schule! Daniel, deine Mutter! Daniel! Das hatten wir auch schon. Irgendwer hat über einen Teamchat meinen Namen gerufen. Und die Gegner haben das gehört. Und dann lief die darum, Daniel, wir finden dich! Wir finden dich! So, wieder Schule, oder? War doch nett bis jetzt. Eins, zwei, drei, zack, boom! Ich hab mir schon extra abgewöhnt, nicht mehr auf dem Dach zu landen. Ich renne mal unten rein. Echt? Nee, das hab ich vorhin gemacht. Das war gut. Daniel! Daniel! Achso, jetzt mach ich mal wieder Ton an. Oh Gott, ist das laut! Unter mir ist einer, der ist schneller da, wie ich. Daniel! Alleine? Zwei, zwei! Zwei, vier, fünf gehen an die Stadt. Zwei bei uns. Einer ist hinter Eingang Turnhalle rein. Hab ich gesehen. Oh, ich hab schon wieder eine AK. Das kann ja nur in die Hose gehen. Wo wird hier geballert? Ich hab den abgeschossen. Okay. Noch einer, vorne alle. Komme. Der hat mich... Das gibt's nicht. Das ist der 416, der kommt nicht, finde ich. Du Scheiß. Verpiss dich! War's da vorne. Voll in die Fresse! Daniel! Ja, Billy. Da sind Waffen für die mit. Ich bräuchte mal... Energie. Gott, die... Energie! Ey, ohne Scheiß. Ich hab... Ach, Scheiße. Lieber nehm ich das hier mit. Scheiße, ich brauch immer den Medikit. Hast du... Hilly, hast du Medikit? Ich bin sonst gleich hin. Nee. Nee, hat er aber... Red Bull oder sowas hab ich glaube. Ja, dann gib mir sowas mal. Ja. Das kann halt, genau. Beist du. Das lädt ja dann automatisch auf, ne? Meine Energie. Ja, ja, ja. Du ziehst dir das rein und das lädt deine Enden. Hast du dir alle Munition rausgenommen, du fragst? Ja, natürlich. Ja. Er hat ja gar keine AK. Was will er denn damit? Ich hab gar keine Munition. Ich hab da aber 70 Schuss oder so. Für was? AK-7. Ey, hier. Brauch ich doch gar nicht. Hier liegt hier. Entschuldigung, hatte ich mit eingesackt. War wirklich keine Absicht. Ja, ja. Natürlich, Alexander. Du kleiner Geier. Alexander, Alexander. Hier dürfte eigentlich keiner sein. Weinst du nur... Oh, AK hier. Mit Munition. Doch, da rennt was rechts, Hilly. Ja, da kommt was vom Haus rüber. Frag jetzt mal, ob die außen rennen oder nicht. Einer wird wahrscheinlich jetzt vorne rum und einer hinten rüber reinkommen. Der eine piekt ins Dingens rein. Inns. Äh, lol. Der war auf dem Dach. Einer hab ich. War der Inns noch tot? Kann man hier eigentlich das Kartenspiel kaputt schießen? Nein. Nee, du kannst dir nix kaputt schießen. Außer halt so einer. Ah, der hat nix gehabt. Nee. Naja. Ruhe, Frieden. Kompensator. Mein Interessant ist das. Ja, der hält eine Waffe ruhiger. Kannst du besser treffen. Hier in dem weißen Hemd. Ah, nee, das war nur ein... Du bist ein Kompensator. Kaka Kompensator. Das war nur ein Unterweiter des Magazins für die Pistolen. Alter, ich brauch mal Heilung. Ja, das brauche ich langsam an. Ich kann doch nicht den ganzen Tag Red Bulls auf. Ah, Heilung. Ich weiß nicht, ich fand das ohne diese Trink-Animation besser. Der steckt nochmal die Waffe für weg. Der Twili, der fixt sich hier voll. Pst, da riech. Komm raus, Mündchen-Dick. Irgendwo muss doch hier noch ein scheiß Medikit liegen. Ich glaube, ich bin auch mal im Kreis gelaufen. Kann das sein? Ja, kann gut sein. Aber wir sind doch eh in der Mitte des Kreises. Ist doch alles gut. Habe ich nur einen Zweier-Rucksack? Ja, habe ich. Ich muss immer alles mir doppelt und dreifach hier angucken von den Sachen, weil ich echt überfordert bin. Jetzt trinke ich noch einen Red Bull. Wo ist ein Zweier-Rucksack? Hier ist ein Zweier-Rucksack. Hier, wo ich sitze. Ich bin ein Vierer-Sucher-Teleskop-Dings. Na, Zweier-Sucher. Es fängt schon mal gut an. Den mag ich gar nicht. Ja, aber besser als nichts. Ich brauche ein bisschen was auf Nähe. Ja, okay, gut. Boah, erschreckt mich nicht so, Hund. Ich wollte gerade sagen, da schleicht doch einer rum. So, Hilli, eigentlich bin ich jetzt so gut wie durch. Jetzt bin ich einmal durch die ganze Schule gerannt. Ja, dann geht er in den Schwimmbad. Schwimmbad ist dieses Außengebäude, ne? Ah, hier, warte mal. Hier waren wir auch noch nicht. Ja, Richtung Südwest. Was ist besser? Abgewinkelter Handgriff oder vertikaler? Abgewinkelt. Ja. Ja. Der eine macht, glaube ich, 15 Prozent und der abgewinkelte macht 20 Prozent. Sieht man das irgendwo? Warte mal. Gibt es eine Seite? Nee, steht nur Kapazität. Mehr steht da nicht. Wenn du dir den Text genau durchliest, willst du anhand der Beschreibung wissen, welcher besser ist. Das ist so ganz komisch geschrieben. Reduziert horizontalen Rückstoß und beschleunigt den Wechsel zu ADS. Müsst du das, der hier umrennt? Oder anderen? Reduziert vertikal und horizontal, meine ich. Der abgewinkelte. Nee, guck mal, der abgewinkelte reduziert geringfügig horizontal und vertikalen Rückstoß. Das heißt ja, dass der vertikale Handgriff besser ist. Ha, siehst du? Der Griff ist besser. Gugel mal, warte. Es gibt eine Seite. Nein, es gibt eine Seite. Da steht was. Ja, aber da steht ja hier gerade nur geringfügig. Ja, ja, ja. Ich weiß was nicht. Alter. Hier ist noch eine Polizeiweste, falls du brauchst, Hilly, oder hast du schon? Ja, ja, ja. Hier, hier vorne drin. Da. Was von dir? Ja, geh da rein. Da liegt eine. Ja, hab ich. So, hier waren wir auch schon. Also, lass uns, lass uns abbauen. Beziehungsweise, wo müssen wir denn? Ja, ja. Nö, an und für sich könnten wir auch hier bleiben. Wollen wir hoch aufs Dach? Es ist halt alles unübersichtlich und zu groß. Ja, ja, hier drin. Deswegen geh ich jetzt mal hoch. Meinst du, ob auf dem Dach ist besser? Nö, eigentlich nicht. Ja, also. Aber hier kann man ein bisschen was sehen. Ja, aber auch schnell gesehen werden. Ja, das ist es doch. Sehen und gesehen werden. Darum geht's doch. So, ich kauf mir kein neues Handy, Alex, sagt Rotkäppchen. Gestern wollte er sich ein neues kaufen. Haut rein, Jungs. Macht nicht mehr so lange. Tschüss, Scheppi. Scheppart. Scheppi. Mach deine Hausaufgaben oder es gibt deine sechs. Was für Hausaufgaben, Digga? Ich bin halt einfach gerade voll in Game, Digga. Kann ich mir alles vorlesen. Nee, aber mal zu spielen geht das nicht. Nee. Also, wäre das jetzt hier so ein Singleplayer-Spiel, dann würde es mir auch sofort auffallen, wenn es aufgeht. Wolltest du beschossen, oder was? Nee, aber verströmene Quelle. Ach so. Vierfach zoomen, perfekt. Hä, hast du? Alter, das ist das, was ich die ganze Zeit suche. Ah, Gasmaske. Perfekt. Hab schon eine. Handfeuerwaffe habe ich gar keine genommen, ne? Scheiße, auf eine Handfeuerwaffe. Ey. Das nehme ich auch nur mit, weil ich sie mitnehmen kann. Und was ich halt auch nicht so mag, ist diese schwammige Steuerung. Wenn man läuft und dann so durch die Kurven und so geht. Das ist so eine Sache. Aber da gewöhne ich mich langsam dran, dass ich es gar nicht mehr als so unangenehm erachte. Pupp-G. Pupp-G. Ja, was machen wir jetzt, Hilly? Bleiben wir hier, oder was? Ich bin mir nicht sicher. Ne, ich auch nicht. So langweilig, ne? Ist so langweilig. Also hier steht jetzt für den Angled Fork, For Crip verringert den Rückstoß horizontal und vertikal leicht. Bei Vertical Crip verringert den Rückstoß vertikal stark. Siehst du? Jetzt stelle ich einfach mal die Vermutung auf, wenn du den Vertical nimmst, für eine Waffe wie die UMP auf Nahkampf ist der besser und für eine M4 auf Entfernung mit einem 4 oder 8 Bach wird der abgelehnt werden. Weil du halt auf beide Linien stabilisierst. Ja. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe nur vorgelesen, was hier stand. Ja, ja. Ich habe das jetzt gerade hier versucht. Giga hat mir geholfen. Na, Giga ist... Ja, stimmt. Die hatten vor kurzem einen Bericht über so und so viele geheime Tricks und wissenswerte Sachen. Bla, bla, bla. Die haben ja in der Artikel alle Waffen und Aufsätze, Werte und Grundorte hier. Oh, wir sind in der Red Zone. Welcome to the Red Lake District. Ich nehme einfach nochmal was hier raus. Der hatte noch was hier drinnen. Den haben wir nicht gut gelootet, würde ich sagen. Guck nochmal was... Hier das Hemd. Ich nehme seine Schuhe. Ich schlafe mit seiner Mutter. Ich nehme seine Twitch Prime Stiefel. Was hat denn der hier noch? Ich nehme seine krasse Sonnenbrille. Weil mit Gasmaske und Sonnenbrille sieht man besser. Da kommt ein Auto. Südlich. Aha. Südöstlich. 120. Hilly. Ich flankiere. Uts, 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 uts. Hilly, es macht Boom. Here comes the Boom. Ready or not. Boom. Here comes the Boom. Ready or not. Oh, hier ist gerade ein Auto neben uns explodiert. Das ist ja witzig. Wo ist denn der hin? Ja, weiß ich nicht. So Autowagen. Südöstlich. Auch ungefähr bei zwischen 120 und 150 sind zwei Autowagens. Südöstlich. 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 Oh, ey. Diese In-Game-Sounds sind manchmal so übertrieben laut. Ja. Ich möchte da... Am schlimmsten finde ich die Regen. Das ist so heftig. Ja, das nervt einfach. Ich möchte gerne dafür ein Programm haben. Sowas, was die Sounds einzeln drunter regelt. So, ich brauche keine Hintergrundgeräusche. Ich brauche keine Fliegen. Ich brauche Steps. Alles leise, nur Steps ganz laut. Steps und Schüsse. Wo du dich dran gewöhnen musst, wenn einer auf dich schießt, dann geh nicht nach dem Sound-Deck-Programm, die an dir vorbeifliegen oder wo bei dir einschlägt, sondern versuche dich wirklich auf den Schuss zu konzentrieren. Wo der Herr kommt, ne? Ja, ja, weil du hörst meistens erst den Kugel an dir vorbeifliegen, dann den Schuss von der Wanders. Die meisten irritieren das mega. Äh, 105, Heli, 105 Grad, da ist ein Drop runtergekommen. Wenn du irgendwo hockst, und du guckst zu einem, der schießt, und du drückst ein Alt und drehst dich weg in deiner freien Umsicht, dann dreht sich der Sound auch mit. Achso, ja, klar, wegen, ne? Von hinten, nordwestlich, nörder kommt er, oder? Ich höre's. Fährt weiter. Ah, ist bei uns. War bei 60. Nordwest. Auf unserem Gelände schon, oder was? Äh, draußen an der Mauer entlang. Ich glaub, der ist rum. Steppst du grad hier hoch? Ja, okay. Ja. Okay. Noch sind wir... Ey, echt, wir sind richtig gut hier in unserem Gebiet. Ne, wenn zwei Autos... Guckst du grad mal bei mir? Wenn zwei Autos so stehen, dann sind die so gespawnt, ne? Nein. Was? Nein? Nein, 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 die spawnen jetzt random in irgendeine Richtung. Ich dachte, die Richtung... Genau, dass die Richtung ansagt... Nein, 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 das haben die mit einem Update geendet. Okay. Auch so direkt nebeneinander, zwei Uhr, das ist schon rechtlich. Ich denke, die fahren zu den Hochhäusern, oder? Ghetto. To the ghetto. Manchmal ist so, manchmal ghetto. Jungs, sind nicht mit dem Shisha noch mal. Ja klar, hast noch Zeit. So schnell wollen der Hilli und der ich nicht sterben. Ach, das ist so kacke, ne? Im Gegensatz zum CS, da bist du in der nächsten Runde halt einfach wieder da. Und hier kannst du halt mal eiskalt 40 Minuten Arschplatz sitzen. Oder gehst raus und spielst einen Solo. Ja. Und das meine ich in doppelter Hinsicht. Entweder spielst du Solo, oder du keulst dir einen. Was anderes geht nicht. Weißt du, dann sind das noch so Idioten, wie Hilli und ich, und denen musst du jetzt zugucken. Ach Quatsch, hier macht das so gut. Ich mag mich eher, ob das ich gestorben bin, ey. Ne, wir chillen einfach nur. Aber hier mit dem Zweifachsucher kann ich nicht rangehen, ne? Wenn ich Luft anhalte. Ne, ne, das geht nicht. Ne, das ist doof. Geht nur mal im Dortmund. Mit dem holographischen. Das hasse ich auch so, ey. Da bist du so am Fenster und dann reißt er die Waffe hoch. Nein, du darfst nicht schießen, du bist schon am Fenster. Och, dass der dann in die Fenster mal reinschießt. Ja, du kannst ja mal Spaß haben, aber aim mal auf irgendeine Ecke. Und dann drückst du mal V first, first. Und dann drückst du ganz andersrum. Ich aim auf irgendeine Ecke? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe eine Schau. Was? Wo denn, wo denn? Ah, vor mir. Ja, vor mir auch. Vor mir ist so ein hässliches Etwas. Hast du noch einen Sucher? Hast du noch einen Sucher? Oder ist dieser Vierfachsucher der Einzige, den du hast? Ja, ja, das ist mein Einziger. Ja, dann guck mal da drüben doch mal in die Ghetto-Häuser, ob du was siehst. Wovon irgendwo Angst haben müssen. Vor allem da, wo diese zwei UHZ sind. Die sind da definitiv nicht gespawnt. Weil wenn hier Autos spawnen, dann an der Straße. Aber die waren die ganze Zeit da. Nee, aber die spawnen hier auf der Straße dann. Nicht da irgendwo hinter dem Haus. Hab ich noch nie gesehen. Die spawnen dann hier in der Kurve oder direkt hier vor dir auf der Straße. Und da hinten Richtung andere Häuser auf der Straße. Und nicht da auf der Straße. Mein Gott. Mein Gott, Mann. Warum muss das denn so laut sein? Wie hole ich das nächste Mal runter mit meiner SCAR? Na, keine Ahnung, was das für ein Flieger sein soll. Kein Problem. Das stimmt nicht. Aus welcher Richtung wird es denn jetzt? Als erstes brenzlig. Ja, ist schon eher so der östliche Bereich, ne? Von uns aus gesehen. Ich höre ein Auto. Ich vermute, dass ihr Richtung Südwest die Straße runter misst. Richtung Südwest. Also hier so hin. Ich sehe den Punkt. Ach doch, die haben das geupdatet. Ja. In die Richtung, denke ich mal. Würde sich in deiner Augen. Da sehen wir ja gleich. Die sollen jetzt endlich mal die Barriere machen. Ich habe keinen Bock mehr hier zu warten. Oh, da wurde geschossen. Siehst du, endlich mal Action. Action. Wo ist Action? Ich bin dabei. Wo? Wo? Weiter links. Weiter links. Ich glaube, sie sind von... Sie kommen von Severny und vom Schießstand jetzt. Von Severny. Ah, da oben. Shooting Range. Okay. Und dann über... Rosneck. Rosneck. Not Schneidersohn. Christian, der sagte mal Rotsdok dazu. Ciao. Zwickau. Mein Rostock. Zwickau. Zwickau. Ronny, kommst du aus Zwickau? Nee, aus Dresden. Nicht aus Leipzig. Nein, aus Dresden. Leipzig. So, südlich wird geballert. Lass uns mal gucken, ob wir was Hübsches sehen, was wir... Mal trittieren. Ja, so ein bisschen. Eigentlich müsste es Malte trittieren heißen, weißt du, weil man Maltes im Schulunterricht hat man auch geboxt. Heutzutage nicht mehr. Nee, heute haut man die Kevins. Kevin und die Marvins. Marvin. Die Kevins hat man schon immer geschlagen. Oben fährt die Karre. Also 165 auf jeden Fall Gegner. Und Auto jetzt bei 100... Oh, 195. Was geil ist, ich habe in meiner Berufsschulklasse zwei Kevins und einen Marvins. Alter. Die Jugendfreude, ey. Die Kloppdödelklasse. Irgendwer hatte vor kurzem wo geschrieben, also das war auf irgendeiner Seite, sowas wie Made My Day oder so, man hält Menschen viel intelligenter, wenn sie einen Zweitnamen haben. Und darunter hat ein Kevin als erstes geschrieben, das hilft aber auch nichts, wenn dein Vorname oder dein erster Name Kevin ist. Aber gut, dass ich einen zweiten Namen habe. Kevin. Kevin Marvin. Daniel Marvin. Nein, Daniel Mario. 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 Bitte mir, Mario. Ja, aber sagt das jemand zu dir? Nein, nein. Na, siehste. Hat noch nie einer. Das ist einfach nur, weil mein Onkel Mario heißt. Ja. Mario. Ist bei mir auch so mit meinen Paten, Onkels und Tanten, sogar Paten, Tante. Ist auch bei mir im Vornamen drin. Aber der Pastor hat es damals vergessen, eintragen zu lassen, deswegen habe ich keinen Zweit- und Drittnamen. Haha. Ist nur so Familienintern, weißt du? Also meine Mutter hat zwei Namen, mein Vater hat zwei Namen, ich habe zwei und meine drei anderen Geschichten. So. Hilly, lass mal ein bisschen rüber gehen. Guck mal, wir müssen dann sowieso verschieben. Und, ja, siehst du, wie ich gesagt habe. Ja, ja, wie du gesagt hast. Tippel, tippel, tippel. Aber das versucht, ja, wird überall geschossen. Ja, überall gerade. Wir müssen jetzt quasi mittendurch. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Willi, kommst du? Kommst du? Ja, ich warte auf dich. Ja. An eurer Stelle würde ich warten, bis Blau knapp hinter euch ist. Dann links in die Zone rein. Guck mal, wir haben es doch gar nicht weit bis in die Zone. Äh. Da hinten, oder was? Wasserturm da? Nee, nee. Richtung Süden. Achso. Ja, guck mal, wir haben gleich noch ein paar Meter, die wir durch die Mauer, also jetzt hier gleich so geradeaus müssen und dann noch was. Warten wir erst noch mal ein bisschen das Geschieße ab. Das Ganze peng, peng und geschieht. Ihr seid direkt, oh, viel. Wenn ihr jetzt Richtung, ähm, aus dem Süden, wenn ihr Richtung Süden rausgeht, aus der Mauer. Ja. Und dann einfach geradeaus bis auf den Berg rennt. Ja. Bitte schön unten die Bergkante lang gehen, dann seid ihr nicht so viel. Können wir schon mal ein bisschen Meter machen, oder nicht, ja? Ja, ja, geht hier hinter, nee, geh nicht raus. Geh hier hinter, hinter Mauer und Gebäude. Ja, ja, wir bleiben noch hier drauf auf dem Gelände. Wir haben ja noch Zeit. Oh, nee, da kommt es. Ja, ja, ja. Wir rennen hier raus, und dann rennst du rum, und dann versucht ihr rüber an den Berg zu kommen. Hier habt ihr so ein bisschen die Hügel vor euch. Ja, aber wir müssen ein Stück runter. Am besten nicht gedruckt rennen. Ach, drück von hinten. Er hat jetzt auch hier zu euch an die Bäume. Oh, scheiße, Hilly, komm rüber. Kann ich, kann ich Hilly hier so heilen, wenn ich reinrenne? Nee, 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 nee. Du holst ihn hoch, er stört direkt. Schafft Hilly das hier noch rein? Nee. Das könnte er schaffen vielleicht. Komm, Hilly, komm, komm, komm. Bewegt dich nicht. Jetzt müsst ihr gucken, dass ihr Richtung Süden an die Häuser kommt. Schießen wir euch auf. Ja, 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 ich geh erstmal zum Auto noch. Ist dann die Leiche hier auch noch mit drin? Nein, nein, nein. Die Kiste ist da, wo er gestorben ist. Ja, das ist schlecht. 30 Sekunden und wir haben echt noch gut Weg, ey. Ja, dann lauf. Lauf nach vorne. Richtung roter Baum. Dann holt ihr den hinter der Halle weg. Ja, da hinten rennt einer, aber scheiß auf den. Der ist links hier unten vor den Steinen, glaub ich. Ja, liegt. Links, andere Grasenseite. Jetzt müsst ihr laufen. Recht von mir, recht von mir, recht von mir. Ich bin gleich. Bei mir, bei mir, bei mir. Ich bin tot. Ich konnte nichts mehr machen, Alter. Ich hatte den G-Hits jetzt. Ah, Platz 9. Nur zwei Kills. Eben gerade zum Schluss verfickt. Ah, Mann. So, Gabber Mensch. Wäre jetzt cool, wenn du mal überlesst. Ja, das denke ich mir. Mach doch mal mit. Spiel doch mal mit uns. Wir landen jetzt nicht mehr. Aber ich schwöre dir, das passiert mir. Der Christian will da instant immer. Jede Runde will da in diesem Scheiß-Wacht-Geschule runter. Und jede Runde sterben. Ey, ich bin da nur runter, weil ich dachte, ihr wolltet da jetzt immer hin. Nein, nein. Das ist ja okay. Ich bin für heute raus, Jungs. Was? Was? Dann spielen wir halt ein Duo. Ja. Muss ich, muss ich dann jetzt erstmal lieben, ne? Nein. Nö. Ich bin schon raus. Ja, aber ach so. Du steigst dann nur auf Duo. Nee, kann ich nicht. Musst du machen. Musst du machen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Hill, Killy. Ja. Tschüss. Schlaf gut, ne? Ja. Okay. Ready. Ready or not. Aber wenn man auf Duo geht, dann sind da auch keine Squad-Teams. Das sind wirklich nur Duo-Teams, ne? Es ist nur Duo, ja. Also ich lerne, ich lerne ja das Spiel so langsam auch zu schätzen, wirklich. Also ich habe ja ganz, ganz lange gesagt, ich finde Last Man Standing um einiges besser. Finde ich auch immer noch. Weil es ein bisschen übersichtlicher ist und nicht dieses im Haus können, einfach in einem Haus können vier Leute sitzen und keiner weiß voneinander. Wenn du da einen triffst, triffst du einen auch. Ja, bei Last Man Standing meinst du? Ja, ja, ja. Ja, ja, finde ich auch. Und hier, obwohl nein, manchmal kannst du bei denen reinrotzen wie ein Blöder. Und die sterben auch nicht. Aber es ist direkt da irgendwie mit dem Schießen. Hier ist das so ein bisschen schwammig. Wie geil, ich habe eine Waffe gefunden. Die werden sich aber alle umgucken. Es läuft definitiv wesentlich besser, weil ich kann es auf Ultra spielen. Es läuft mit 100 FPS oder so. Ja, aber ich spiele es trotzdem nicht auf Ultra, weil ich ja, also Rasen oder sowas, das ist totaler Quatsch. Oh, das mit dem Muten ist ja aber wirklich wunderbar. So, wo möchtest du denn dann raus? Ruinen oder? Was haben wir denn dann noch? Weißt du, wo ich gerne hin möchte? Ja, los, komm, zeig mal, wo möchtest du gerne hin? Da, ins Stahlwerk. Echt? Ultra Power, ja. Ja, dann los. Ich bin das eine Mal runter bei der Basis, weil ich da nie abgesprungen bin, weil ich dachte, da springen immer so viele ab. Und es springen ja auch wirklich viele ab. Ja. Und dann bin ich dann erst mal mit sieben Kills von der Insel runter, so. Das war ganz geil. Ja, cool. Und es ging so bam, 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 bam. Ja, haben wir aber noch ein bisschen Zeit, ne, bis wir abspringen. Aber guck mal, es dauert auch noch nicht lange, bis die dann die restlichen rausschmeißen. Die letzten, die werden da über der Landzone unten gedroppt, ne? Ach so. Okay, dann drei, zwei, eins, raus. Wir werden gedroppt. Wir werden gedroppt. Lohnt's dich das, mit denen zu fallen? Ey, sind nur zwei auf K. Sind kaputt schlagen, oder was? Ja, ja, ja. Manchmal sind da zehn, 15 Leute. Die stehen dann da einfach rum. Ja, aber manche wehren sich auch. Ja, die kommen dann gerade wieder an den Rechner und dann denkst du, fuck, schnell. So, jetzt mal turnen wir an. Hier bei dem Stahlwerk? So, wo geht's denn rein hier? Scheiße. Rechts hier vorne, direkt rechts runter. Ja, ich bin auf der falschen Seite, guck mal. Ach so. Ja, da musst du jetzt irgendwo runter. Ja, mach ich gerade. Hab einen Weg gefunden. Ist keiner mit uns runtergekommen? Nee, nee, hier ist man noch. Kann sein, dass bei 195 an den Häusern dann wegkommt. Also was aber dieses Spiel hier großartig macht, ist die Soundkulisse an sich. Die ist echt ganz geil. Also auch wenn über dir im Haus einer rennt, das klingt einfach unfassbar gut. Das ist noch eine Bratpfanne, falls du dich richtig geil ausrüsten willst. Bratpfanne Beste. Hier liegt ein Vektor. Was ist eine Vektor? Eine MP mit 45er Muniz. Ich hab eine UMP. Die hat nur, ja, die hat nur 13 Schutze. Nicht genug Platz, was? Hier ist noch ein zweier Rucksack. Ich stehe fast. Du bist aber immer noch oben im Gebäude, ne? Ja, ich bin hier. Ja, ich komme. Ach, die Waffe, okay. Nee, die ist kacke. Vektor? Nein, die Vektor ist total OP. Nur du musst die voll ausbauen, damit du umgehen kannst. Die schießt schneller wie die UMP und macht mehr Schaden. Okay. Hier ist noch ein Tag. Jawohl. Pass auf. Hier. Hier den Schalli da drauf. Ich hab auch den VSS. Okay. So, dann sind wir eigentlich ganz cool schon mal ausgerüstet hier für den Start. Wie weit haben wir es denn zur Zone? Ach, Gottchen. Das geht. Hier stehen überall Autos draußen. Das, was ich mir jetzt eigentlich nur noch wünsche, ist, äh, noch eine geile Visierung. Ja. Ich hab gar nichts. Ja gut, ich hab auch der VSS, das ist hier, weil die VSS hat einen Bullet Drop. Wenn ich jetzt von hier auf das Hausdach schieße, hab die hier drei Meter vor mir im Boot. Da steht dann. Ja, aber diese, wie heißt die VSS, ja? Die hat doch auch einen Silencer eingebaut, ne? Ja, ja. Ja, die ist schon ganz cool. Ja, die ist für die Endzone mega nice. Vor allem, weil die auch Automatikfeuer hat. Dann fahren wir gleich ganz easy und gelassen in die Zone. Gucken, wie alle neben uns verbrennen. Nimmt uns mit, nimmt uns mit. Geh weg. Ah, da wurde man dann echt schon früh rausgeschmissen. Also ich hätte auch mit weiter hinten gerechnet. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass du so an der Wasserkrankung unterfallen willst. Oder dass man manchmal nicht über die Sachen springen kann. Aber du kannst hier wie bei Counter-Strike so einen Duck-Sprung. Ja. Duck-Jump. Habe ich gerade gemacht. Was ist denn hier mit dem Wald eigentlich passiert, hä? Was ist hier mit dem Wald passiert? Was soll denn das? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Ich habe meine Zigaretten einfach weggespüßt. Ach, Junge. Ja, ich starte schon mal Auto. Ja, ja. Ey, das ist so verfickt laut. Warte mal. Wir haben aber, äh... Warte mal kurz, ich tapp mal kurz raus. Lautstärke Mixler. Mixer. PUBG. Mixler. Mixler. Halbe Lautstärke. So. Okay. Immer noch mega laut. Ich habe gar nicht auf die Karte geguckt und ich verstehe dich kaum, weil das Auto so verfickt laut ist. Da oben ist das Sägewerk. Fahr weiter rechts. Weiter rechts, okay. Oh, Sägewerk. Gar kein Problem. Ja. Nein, warum klaut? Gut. Echt man, das ist Das ist echt viel zu laut Ich muss Discord lauter machen Ich wollte mal sagen, ich habe alle meine Ich habe TeamSpeak und Discord alles voll hochgeschaut Er ist so verflucht laut Ich habe durch meine Gabapartys so ein bisschen Ein defektes Trommelfeld Ja, eigentlich höre ich ganz gut Ich habe es trotzdem immer mal auf ganz laut Damit mir ja nichts entgeht Schön querfeldein, auf alles wird geschissen Ja, hier oben ist jetzt eh keiner Was wollen die hier? Ich bekomme hier hässlichen Versager Alter Was ist los du Mongo? Wie lange braucht ihr noch? Äh Kannst dich kurz nochmal in den Sack fassen Und dann sind wir fertig Alles klar, dann mache ich nochmal eine schnelle Runde Militärbasis oder so Das ist offen, da oben stand die Tür auf Ja, hier vorne auch Vollautomatisch umgestellt Wo ist Gegner? An der Straßenseite eventuell Oder die sind weiter nach Westen an die Häuser da Kann sein, denn Hier oben ist alles leer Ich camp hier sehr gerne auf dem Haus hier gegenüber Wo du das Dach hast Ah, da oben, wo dieses runde Ding drauf ist Ja, ja, wo der Wasser da ist Da oben fährt ein Auto Ah, ja, ich seh's Kommt in unsere Richtung Ist jetzt südwestlich Dreht ein bisschen Alter, Gumm, ich war heute Burgeressen in Selem Da hat doch der neue Burgerladen geöffnet Neue Burgerladen in Selem In Selem, in Selem, Alter In Selem, in Selem Was ist denn Selem, Alter? Selem ist so ein megakleines Kaffee hier, was einfach nichts hat Gar nichts Da blinzelst du einmal und bist schon durchgefahren Ich könnte ja jetzt sagen, ich kenne Selem, aber das ist wahrscheinlich ein anderes, was ich kenne Wahrscheinlich Und, äh, sag schon, kann man nicht so selber zusammenstellen Oder gibt's da nur so vorgefertigte Karte? Gibt's so vorgefertigte, warte mal Okay, war ein paar lecker War gut War also alles selbst gemacht Nicht so, so Pettys, die sie einfach so hinschmeißen Sondern so richtig, richtig gut Warte mal, ich zoome Ja, ich hab die Burgerkarte abfotografiert hier Ja, das schick ich dir mal Ist auch gar kein Problem Kriegst du mal, ja Kann ich mal machen, ne? Ist da, wo der ehemalige einzige Schlachter ist, den die hatten Ja, ja Da ist jetzt ein Burgerladen drin Ah So, hast du es Fantastisch Der ehemalige Schlachter ist ein Burgerladen Ja, das ist auch voll krass, wenn du da auf Toilette gehst Es riecht immer noch nach Schlachterei Also war gut So, ich hab die Enttäuschung bei meiner Frau gesehen So, oh, das ist aber eine kleine Portion So, weißt du, ihr Blick So, ah, davon soll ich satt werden So Und, aber es war halt wirklich so Das Sättigungsgefühl setzt gut ein nach der Portion Also sie sind gut abgemessen Und ich hab Süßkartoffelpommes gegessen Weil die mag ich total gerne Ja, die kriegst du ja fast nirgendwo Sondern die Häuser da anziehen Ich glaub, die haben da gehalten Voll geil Süßkartoffelpommes ist das Hammer Ja, ja Ja, was ist denn da? Wir müssen uns so ein bisschen an Wie? Warten, bis du da bist Ja, ja, wollen wir da rüber, oder was? Ja, ja Okay, ich ein bisschen weiter von rechts, oder was? Am besten, ja Okay, ich geh an den Stein Und dann gucken wir erstmal Ich bin so gerade zu Ort Da steht der Buggy mitten drinne Den seh ich noch nicht von hier Auf, auf Dem linken Aus Okay, soll ich weiter sneaken? Kannst Okay, ich geh hinter den nächsten Stein Alter Du Fotze Ich hab das UHZ voll im Blick Wenn die das holen wollen Mach still Das UHZ seh ich auch jetzt Hm So, mal gucken Die Fotos Schnitzel Aha Jalapenos Hm, Jalapenos Jalapenos J, J, J Ganz wichtig Jalapenos J, J J, J Ja, und weißt du was das total sympathisch macht? Die haben auf den Tischen einfach Mayonnaise und Ketchup stehen Ja, nicht so Oben auf dem Dach Ja, ja Ja, ja Ich seh Verstehe ich schon Aber das Aber ich finde das ist Warte mal kurz, Ferenc Wegschießen oder nicht wegschießen? Nein, 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 nein Voll wegknallen, Junge Ich knallte immer alle weg Nein, ich weiß aber nicht, wo der Zweite ist Ah, der, der, der knockst du ihn nur aus Dann muss der Zweite ihn holen Ja, aber der kann uns ja verpetzen Der ist auf dem Dach Der kriecht einfach rein Ja Der kriecht langsam hinterher Ich schmeiß mal Granaten drauf Ich hör wieder nichts Es ist so laut Ich spiel's echt zu laut Meinst du wirklich, wir sind so mittig Hier brauchst du kein Auto mehr Ja, hast ja eigentlich recht Ja, weiß ich Hier wollen Oh, wieder oben auf dem Dach Wieder oben auf dem Dach Ich überlege, ob ich rechts In das andere Oh, auf beiden Dächern oben drauf Ganz oben Ja, ganz oben und auf dem Balkon Genau Wie denn das? Keine Ahnung Oder er schießt auf den anders Vier Hits gegeben Oh 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 Ah Ja Den hat er auch geschossen Am Stein Ah, ich liege Jetzt schießen die anderen auf mich Oh Fahne Lebensretter Der hat mich noch nicht realisiert Das war ja krass, Alter Hab ich mich gerade erschreckt Okay Ich bin hier safe Der Typ ist noch nicht gestorben Wo ist sein Mate? Weißt du das? Äh Oben drauf und einer ist irgendwo Ne, keine Ahnung Nein, nein Hier von dem hinter uns Der muss ja auch noch hier sein Ja, da ist noch ein Mate Nordwestlich Nordwestlich ist ungefähr noch einer Nord-Nordwestlich Ne Westlich-Nordwestlich eher Ah, ich seh ihn Ich seh ihn Ich seh ihn Ich seh ihn Soweit Alter Na klar Dann gehe ich raus Der hat mich weggescooped Ah, der lad mal ein Guck mal, ich hab den Typen da oben auf dem Dach Ja Klar, weil sie widerspiegeliert Ich hasse es nämlich mit Nup Hey, werden die Statistiken aber immer wieder resettet? Bleib bitte draus Oh nein Close without sending Oh, ich bin wirklich rausgeflogen aus dem Spiel Ähm, die haben das jetzt Das ist jetzt die erste Season, ne? Zweite oder erste Season Das ist ja irgendwie weit Weil bei mir ist mein Mein Winner-Winner-Chicken-Dinner Ist nicht mehr aufgeführt Ja Das ist jetzt Letzten Monat wurde Ja, ja, mit dem letzten Mit dem letzten Monat Mit diesem fetten 5,3 Gigabyte-Patch oder was? Ja, da waren aber noch neue Waffen und alles andere Ah, okay Das neue Wetter und so Es gibt ja jetzt Nebelwetter Regen, Sonne, Nacht Alter Ja, Nebel Doch, so Nebelzeug hatte ich schon Nein Es gibt einmal den Sonnenuntergang Ja, genau Sonnenuntergang Normal Und einmal Regen Genau Und demnächst kommt dann noch Da kommt dann so eine Sagst du, da fliegt so eine Nebel Kann es sein, dass du bei Steam nicht online bist? Nicht sichtbar? Doch Bist du Vernex? Ja Alter, was ist denn das für ein bescheuerter Name? Naja, weil Basti heißt Franzix Und ein Kollege heißt Jochix Oh Jochen, Alter Geil, oder? Mega geil Oh Mann Kann es sein, dass du relativ wenig anhast? Ja Ist ja ekelhaft Ich bin so klar, ich kann mal was abgeben Ich habe so viele Klamotten in diesem Scheißspiel Ich habe auch genug, aber ich ziehe es halt nicht an Ja, am besten ist meine Blasenmast Dann kriegt man so ein Blasenmast Braue ich alles nicht Ich habe hübsche Haare Ich weiß gar nicht, wo kann ich denn überhaupt neue Klamotten holen? Ne, muss ich doch so kisten, oder? Aus der Kiste von Rewards Ja, wo? Ja, aus den Kisten, ne? Ja, wo sind die Kisten? Unter Rewards Bei mir, du überweist mir Geld Hab ich nie nachgeguckt Die haben das jetzt auch unterteilt Die haben die ganzen Scheiß, die du vorher aus einer Kiste gekriegt hast Jetzt in zwei gemacht Alter Mit ihm stimmt doch was nicht hier Dieser Scheiß Jetzt habe ich kein Hemd dran Oh Mann, ey Dieser Scheiß Minirock, Alter Ist 300 Dollar wert, ne? Ja, voll heftig, ne? Und wie können die das machen? Die generieren doch wild irgendwie einfach Geld Richtig Ja, aber so läuft es doch mit Bitcoins auch Ja, aber Ich darf doch nicht einfach mein Geld selber trinken Die dürfen einfach irgendwelche Sachen Erstmal auf Papier zeichnen Dann wird das irgendwie programmiert Dann kann das irgendwie für 300 Euro kaufen Ja, aber hast du nicht auch damals mitgemacht Beim ganzen, ähm Ihr CS-Gedöns Waffenverchecken Ne, das war nur Christian, ne? Ja Ich hab mir, äh, eine 20 Euro Steam Card geholt Hab mir das Spiel für 15 gekauft Und hab mir da für 2, 3 Scans gekauft Okay Und auch alles andere hab ich gedroppt bekommen Aus Von Star Wars Wir kommen von unten Wollen wir wieder zum, zum Power Management Dings hier? Ja, kann man machen Okay, ich sehe, ihr wisst schon mal auf jeden Fall, wo der gute Lute Das ist schon mal gut, das ist schon mal gut Ne, die Frage ist nur Wir sind relativ weit links davon Wann springen wir ab? Kurz, wenn wir über Müllta sind da? Wenn wir 90 Grad zum Ja, zum, zum Zielpunkt sind, ne? Ja Also ich würde jetzt springen Theoretisch sollte das der kürzeste Weg sein Boah, ich kann mal wieder sehen Boah, es ist so laut Er ruft dich noch Jetzt höre ich die Regler nicht mehr, wenn ich so Na, weiß ich, wo der gute Lute ist Ich bin ja auf der Erstfahrt drin Ich werde alles abkassieren Oh, da ist einer vor uns Ja, aber ich glaube, der will weiter, oder? Ich glaube, der holt sich das Auto Ne, der landet vorne auf unten vor der Tür Aber er ist alleine Der landet hier auf dem Dach Ja, das ist so einer, der denkt, der könnte hier die Squats wechseln Ach so, so einer Dann prügeln wir ihn mal zusammen Da ist noch einer Im Chat, ey Wernix, Luffix, Noobfix Geil, oder? Ah, richtig geil Ohne Dreier-Weste Jetzt bin ich nicht mehr ganz so nah Ja, womit willst du mich denn erschießen? Alter Ja, ich habe schon die Pumpe Warum nehme ich denn? Wo sind die Bitches? Oben noch Oben am Dach Oben noch? Ja Oh, wer schießt? Ich habe mich nicht Ich habe mich nicht geschossen Ach, da Er läuft Über mir, ne? Oh, die kleine Bitch Ja, warte Der hat auf jeden Fall eine Karne Kleine Bitch Sind sie noch ganz oben? Ja Sind beide auf dem Dach? Ich weiß nicht, ob sie Der eine hat nur eine Piste Ja, und der andere hat eine Karne Jawoll Oh, noch einer Ah, ne Jetzt, okay Ja, ja Hier auf westlich 300 kommt einer Hab ihn Drei Schuss Boom, boom, boom Hat irgendjemand von euch eine kleine Visierung für mich? Ja, ich habe hier zwei Gehen gelegt Wo bist du denn? Achso, du warst das hier gerade neben mir Ich finde, diese Visierung ist viel zu groß So, im Verhältnis So, wenn sie auf dem Boden liegt Ja, ne? Das sind so Monster-Visierungen Hallo, das muss man ja auch erkennen Wie sehr denn das, wenn ihr da rüber losst Das ist fast wie mit den Ja, so ist es bei Last Man Standing So, ich breite leucht rum Da rennt noch einer, oder? Wo? War das noch ein Fehler? Wo, wo, wo? Ey, das war eine Scheiße Da ist irgendwas durch die Luft Ich sehe gerade, dass ich Anti-Laging ausgemacht habe Und dass es jetzt scheiße aussieht Das muss ich wieder auf hochpacken Das sieht auch aus Ja, aber es sieht jetzt so krisselig aus Ja, ja, ja Gewöhnungstab Ja, ich will mich nicht gewöhnen Ich will meine Dafür habe ich eine Grafikkarte Ich habe auch alles auf Ultra Ja, auf Ultra macht irgendwie mal keinen Sinn Nee Nee, wegen dem Gras zum Beispiel Siehst die Leute nicht, Alter Siehst die Leute Ach Aber dafür habe ich die Grafikkarte Ja, aber, nee Jetzt mal ohne Scheiß Also das ist wirklich der Grund Ja, ich weiß Ich kenne so viele Leute Die haben eine 1080 Ti Ich weiß Der hier Summit streamt auch Mit Low Grafikkarte Obwohl dann 20.000 Dollar Pizza jetzt Aber Ist es mir egal Ja, aber den Rasen musst du auf jeden Fall runterschrauben Sonst siehst du die Leute nicht Die sind da drinnen liegen Ja, glaube ich Nö Nö Nein Ich mache nicht mit Stuhren und so Kann ich verstehen Wenn ich die auf Heidrehen könnte Achso, ja Übrigens Ich habe noch Wer ist denn näher an mir? Ich bin hier Da, wo die abgebrannten Roten Häuser sind Ich hätte noch einen Schally für AR Nee, ich habe eine Was habe ich? Eine SKS habe ich hier Würde ich nehmen Ich habe hier eine AK AK ist schön AK mag ich echt gerne bei dem Spiel Oh, danke schön Es gibt auch selten Spiele, wo ich eine AK nicht mag Oh, nee Nicht Energy fressen Oh, lauf Ich finde die AK hört sich mit Schally einfach richtig geil an Oh, das ist bei Last Man Standing Seit dem letzten Update ist das so geil Die Schally Pfiu, pfiu, pfiu So, als ob du bei Star Wars auf einmal bist Pfiu, pfiu Pfiu, pfiu Ich bin ein böser, böser Gangster Pfiu, pfiu Steht bei dir was zum Fahren? Nee, noch nicht Ich bin aber auch in den Häusern Ja, das ist einfach Hier nach Denkst gehen hier unten Ich hole mir hier einen Buggy Hier steht ein Buggy Muss einer laufen Ja, deswegen frage ich Ob bei Alex das steht Noch nicht Aber ihr habt den Buggy Alex Ihr habt den Buggy, ich das Benzin Komm, dann laufe ich schon mal ein paar Meter weiter Dahinten ist noch ein Buggy Wo denn? Warte, renn du einfach weiter Ich hole Gummi und dann holen wir den zweiten Buggy Oh, das Bild steht Vielen Dank für den Hinweis Das ist echt bekackt, ne? Das wird oft nicht abgegriffen, das Scheißbild Ah, ich seh den Buggy Ich hole ihn Scheißdreck holst du Soll ich jetzt mal F drücken? Ja, mach mal Sollen wir noch? Nee, schau mal nicht mehr Ja, Gummi, warte, ich fahr mit Ich fahr mit Ich fahr umfahren, juhu Alter, jetzt bleibt doch was stehen Nehmt das, ihr Schlampen Nein Das war so mega witzig gerade Du fährst in die falsche Richtung Achso, wollt ihr über die Straße fahren oder was? Wow, wow, wow Bleib ruhig, bleib ruhig Mit wie viel FPS spielst du dann, wenn du alles auf Ultras? Äh, 120 hab ich jetzt Was? Fick dich Ich hab nur 91 Der Rechner, der Rechner hat 1300 Euro Ja, macht ja nichts Meiner kostet 26, wenn du ihn so kaust Deswegen frage ich gerade Höchste der Gefühle ist bei mir 90 Was, für ein Rechner? Ich hab gerade an einer guten Stelle stehen Ja, ein AMD, ne? Nee, 90 für ein Rechner AMD, wenn ich das schon höre AMD, Alter Halt das Maul Ist das so eine Partei Die man jetzt gerade wählen kann, oder was? Ich hab mir Nee, ich hab mir Videos angeguckt Von dem neuen Street Ripper Oder wie die Dinger heißen Dieser RZA-Dinger und so Die fetzen den im Moment besten 7 weg Der 7, aber ist doch schon 9 draußen Ja, der i9 ist auch nicht viel besser Ah, aber er ist schon Er ist schon Er ist schon Eine Hausnummer Also ich finde Kommt drauf an, was man damit machen will Ja, klar Ich finde diese ganzen RISEN Prozessoren Finde ich auch überhaupt nicht schlecht Weil Preis-Leistung-mäßig Die Rechner sind doch gut Mega geil Ja Ich hab was für dich Was hast du denn Schönes? Hier Ein Magazin für Sniper Hau mal hin Ich war ja am überlegen, mir einen zu kaufen Hab ich den auf den Boden gelegt, hast du gekriegt? Nö, hä? Wo hast du denn das auf den Boden gelegt, bitte? Da direkt bist du rüber gelaufen Ihr dürft Sachen nicht auf Graskanten oder so Droppen Klar Er hat nur keine Ohren Ey, ich seh's wirklich nicht Ich seh's nicht Ja, der muss einfach Drück mal einfach i und lauf mal durch die Gegend I? Ja Achso, Tab, Tab, ja Aber nein, zeig mir mal, wo's sein soll Hier Nein, hier ist nichts Ich kann hier nichts Alter, dann nebe ich es auf Jetzt, hätte ich es aufnehmen können Leg mal hier hin So Wo hast denn die Wo hab ich denn das Auto? Ja, wollte ich gerade fragen Wo hast du das geparkt? Ach, hier Warte Okay, los Wo hab ich denn geparkt? Scheiß auf die Tanke Wir sehen uns auf der anderen Seite Oh, scheiße, da ist ja Wasser Ah Latscht euch nicht hin, ne? Ich kann nur einen mitnehmen Ich versuch Oh nein, oh nein Du bist so ein Vollarsch Ich glaube, ich schaffe es jetzt nicht mehr Ich hab keine Heilung Oh, ich fahr hier voll in die Red Zone Weg hier Oh, hier ist überall Red Zone Fuck Wir haben noch ein paar Meter Wie sollen wir denn das packen? Du Vollmongo Ach, geil Komm, wir brauchen noch ein Auto Das nächste Mal lässt du mich fahren So macht es viel Spaß Hier, nimm Ferens mit Der hat weniger Energie Und zur Not bring ihn raus Und komm wieder Ja, ja, ja Oh, jetzt hatte ich Angst Los, los, los Raus hier, raus hier Los, jetzt Vollgas Fahrt euch die Red Zone Gebt alles Jo, gute Nacht, Rotkäppchen Alter, ist das ein Fahrzeug? Ist das ein Fahrzeug? Ist das ein Flugzeug? Nein Scheiße, ist verbrannt hier, ey Voll verbrannte Kacke Ich geh drauf Ernst, du sagst, Batsch Ich geh drauf Alles nur, weil Alex das Auto In den Sand gesetzt hat Hätte ich mal gefahren Wäre ich mal gefahren, du Mongo Da ist eine Mauer, ne? Ich geh überhaupt lang, ja, ja Ab über die Straße Guck mal, hier ist ein Dacia Sollen wir den nehmen? Ja, du kannst Alex abholen Ich nehm den Dacia Achso Boah, dann aber Vollgas, echt Ich brenne Ja, ja, ich fahre Aber du brauchst doch auch langsam Energie Wir gehen alle drauf Und alles nur, weil ich mich liebe Ich bin auf der Straße Boah, ich dachte, du bist schon hier hinter Mügel Nein Ich nehm mir jetzt nochmal Heilung Sonst fahr ich Und bring deinen toten Leichnam durch die Gegend hier So Zack Hast du auch Heilung Schnell, nimm Heilung Digga, nimm Heilung Äh, ja, ein paar von mir Okay, ich bin fit Attacke Fick dich Was ist so gut Wir schaffen das Gummi, gib Gas Wir das schaffen Letztens hab ich so random einen überfahren Okay, hier wird schon wieder geschossen Ja, hier rechts von uns sind Gegner Rechts Oh, der darf mich nicht Oh, nein Dein Ernst Oh, Mann Nein Voll die Kratexen Oh, Mann, ey Jetzt haben wir diese Kacke geschafft Und dann sowas Oh, ich hasse euch Das passiert mir jedes Mal Ich hatte halt nur noch so 5 Millimeter Ja, Mann Aber, ne Ich hasse dich Ich bin ja noch Nur ausgenockt Ich komme Heiß ich Jetzt Auto nehmen soll Nein, besser nicht Sonst überfährt mich noch Ich nehm jetzt mal Ich mach jetzt mal hier Grafik nebenbei Mach ich jetzt mal auf Ultra Ne, auf was spielst du? Alles auf Ultra? Ich hab alles an Okay, machen wir mal Ultra Anwenden Alles an Okay, das Bild steht Okay Alles an Ich hab alles an Bin ich bei 72 FPS Das ist natürlich ärgerlich Ja Ich glaube, ich schaff es nicht CPU-Limits hier Doch, doch, doch Wenn du an mir bist Du musst direkt ansetzen Ja, ja Ne, das wird nicht Zack Dann nimm dir mal K Nimm dir K Und vierfach nütz So, aber ich will hier Bewegungsunschärfe Sichtweite mal wieder auf Mittel Was machst du denn jetzt gerade da? Er hat mich gelootet Er wollte mich halt noch heilen Hat mich dann aber gelootet Weil er es nicht geschafft hat Und dann kam auf einmal die Zone an ihm Ich hab mir so gewünscht, dass man eine Hupe einbaut Da ist eine Hupe drin und ich will sie wieder weg haben Das ist wahrscheinlich Hier da vorne, der Buggy Der Buggy, komm, renn nach rechts Renn nach rechts Hol dir den Buggy Weiter links, weiter links Ja, links, links Ja, ja, da Ja, ja Oh Gott Hätt ich jetzt mal Laub auf niedrig Hätt ich den vielleicht gesehen Ich hatte mehr Kopfgrad für den Beep Hier hab ich jetzt gerade 95, 96 FPS Natürlich ärgerlich, ne? Genau hier Aber man darf auch nicht vergessen Es läuft doch der Livestream Der nimmt nochmal was weg Das ist die einzige Ausrede, die ich hab Gas, Gas, Junge Ich kann mit meinen 8 GIG Brauch ich gar nicht, was in der Spitz zu spielen Ich hab 16 32 32 Ja Aber ich hab 16, äh, 2400er Es sind auch 2400er Dieser scheiß Arm, der geht mir so auf den Sack Nee, ich hab nur 1600 Und unterstützt halt nur Alter, er schafft es wirklich Ey, du hast es eigentlich gar nicht verdient Und jetzt kommt gleich der Höhle Achtung, Achtung Und Das darfst du niemals machen, du musst immer schräg darauf Nein Immer genau so, ich wollte, dass dein Auto zum Flippen bringen Du wolltest, dass du immer auf den Fall stürzt Ja Nein, warum geht der da schon? Und tot Komm schon Komm schon Das war so mega schlecht, Mann Das darf man keinem sagen Alter, du hast das Auto gepflippt Oh, das war so mega schlecht Aber 14. Platz Und wir sind eigentlich nur der Zone hinterher gefahren Weißt du, wie hoffentlich das hat? Manchmal renne ich der Zone hinterher Oh Nur hinterher am Rennen Weil ich mir immer denke Ach, du kannst das noch looten Und du kannst ja hier noch was looten Das kannst du auch looten Nee, da bin ich wirklich Da bin ich schneller unterwegs So Aber ohne Scheiß, ey Das passiert mir nicht Ich spring dann irgendwo ganz weit weg Wo ich weiß, dass du Weißt, dann hab ich zehn Medikits Und dann renne und renne und renne und renne ich Und ständig Medikit rein Und irgendwann komm ich dann am Rennen Weißt du, wir waren ein bisschen weniger labern Mal Ready drücken hier Nein Er muss doch neu starten gerade Ich muss mein Spiel neu starten Erstens, zweitens spiele ich jetzt nicht mehr Woos Ich starte das Spiel nur neu, um aus der Gruppe zu gehen Ja, ja, ich starte das Spiel um aus der Gruppe Ich hasse Menschen hier, ne? Du auch? Nein, ich hab letzte Nacht gar nicht gelacht Ich hab durchgemacht Ich verstehe dich gerade schon wieder nicht, Agu Ich werde fest halt genau vor mir liegen Ja, schrei doch nicht so Ach, sei doch still Nimm mal einen Schwanz aus dem Mund, ey Nimm den Schwanz deiner Schwester aus dem Mund Einer von euch so diese neuen Knoppersriegel probiert Ja Ja Mega, find ich, Alter, Hammer Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich zwiegespalten Ich hab letztens diese Dr. Hötger Schokopizza da gefressen Ja, auch nicht gut, ne? Doch, ich find die geil Ne Man kann die nicht ganz essen Ne, ja, da kotzt du dann erstmal Ne, bei diesen Knoppersriegeln hab ich das Problem Das ist so ne Mischung aus Knoppers und Snickers Und beides liebe ich, weißt du, aber Ja Äh, hier, ich kann, ich kann Agu nicht einladen Ich bin auch im Laden, deswegen Ach so Dort doch, ja, oder? Ja, mit deinem Rechner da Ja, Alter, vielleicht Du kannst überhaupt spielen, kannst, ja Ich kann das mit E-Shack-Fest spielen, krass, ne? Soll ich dir meinen alten 6x-Fest geben? Ich kann's nicht einladen Okay Was hast du noch mal? Ne 560 oder was? Hä? 7,540? Ach so 7,540? Wer hat das denn? Äh Nee, ich weiß, ich weiß, wer das war Aber guck mal, du Hast du mal dir bei YouTube dieses Video angeguckt Gaming-Rechner für unter 100 Euro? Da haben die Ah Gaming-Rechner für unter 100 Euro? Was soll ich damit spielen? Nein, Battlefield 1 Mit über 60 FPS Da ging's einfach darum, dass die Gaming-Rechner zusammengebaut haben Der mindestens 60 FPS schafft Und das haben die mit Teilen für unter 100 Euro geschafft Und das ist eine Ja, ja, eine gebrauchte Grafikkarte Die 15 Euro kostet Schafft bei Battlefield 60 FPS Also ich gebrauchte die Frage Die Frage ist, wie lange ich da fände Wenn ich mir eine gebrauchte Weiß ich nicht 87 oder sowas kaufe Die war eigentlich noch fast durchgebrochen Klar Ich hab immer meine Grafikkarten verkauft Die sind auch eigentlich ganz gut weggegangen Aber ich hab die Ich hab die auch nie länger als ein Jahr oder anderthalb Also es gibt immer noch Garantie mit drauf Dann hol ich mir ja meistens eine neue Ja gut, okay Wenn du die mit Garantie verkaufst Ist das ja okay Ja Weil ich würde niemals hingehen Und eine Grafikkarte kaufen Die nicht noch Restgarantie hat Nö, würde ich auch nicht Und ich würde auch mal nun verkaufen Ich würde nicht mehr in die Banken Ich hab das erste Mal viel Geld für den Rechner aufgegeben Auf den Volk gefühlt Ich hab mich in den Arsch gebissen Ich hätte besser mal noch zwei Monate geraten Aber ich musste ja unbedingt sein Ja Ich hab das mal nicht gemacht, ne? Ja Hab ich in den Stamm drin So, wo wollen wir raus? Mit dem Box Wo wollen wir raus? Kannst du den gar nicht laufen? Ja, aber Ja, aber Das hab ich überhaupt so Arschwasser Was ist das schon wieder so warm hier? Matze P schreibt Schmeckt wie ein großer Duplo dieses Knoppers Diese Knoppers-Dinger Wie ein großer Duplo finde ich aber gar nicht Weil in Duplo hast du keine Nüsse So, Erdnüsse so nicht Und der schmeckt wie nach Knoppers Ja, richtig So, drei Zwei Eins Wolle, was rauslasse Oh, da sind einige mit rausgekommen Straight runter Gehen wir jetzt in die Ruinen Oder gehen wir jetzt ins Wasser? Ins Wasser, ne? Wasser, Wasser Wasserstadt 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 hat so viel geil Loot Ja, aber da hat auch mega geil andere Leute Ja, das ist doch mega geil So, geht's gleich los Total unübersehentlich und kacke durchs Wasser Ja, das ist schon Ich bin der Sissi Wo ist Das ist einer von den Leuten Die das ganze Spiel irgendwo im Haus sitzt Und warten, dass wir irgendwelche Leute kommen Das Maul bin ich gar nicht, Junge Oh Gott Äh, da kommt Leute Ich will das nicht Das ist unübersichtlich Ja Wenn ich alleine oder mit dem Christian im Duo spiele Dann pushen wir immer drauf Ach, aber na klar Ich habe schon 600 Stunden gespielt und ich habe bestimmt schon meine 50 Dinners und mich Ah Was, du hast Ich habe Fidget Spinner Ich kann Ich höre immer nur Fidget Spinner Ich habe 50 Fidget Spinner Ich habe 50 Fidget Spinner So viel schon Ich brauche mich in dir selbst Ich brauche mich in dir selber Ich brauche mich in dir selber Ja, cool Hier ist einer bei 75 irgendwas der ist gerade mit einer knarre vor meinem geistigen auge weggelaufen ich habe ja noch nichts youtube du kannst auch bei twitch kannst du ebenso anmachen da läuft es auch auf beiden zuschauer vier sind gerade ich glaube jetzt vorbei jahrelang selber wenn das jetzt bald hier mit der leitung und so wird ja dann ziehst du endlich hier auf der startseite von spiel zu gelabert habe die erste schlampe du bist die zweite weiß ich nicht können aber nicht nur zwei sein ich habe auch nur zwei landen kannst du dich überhaupt schon bewegen bei deinem rechner oder stehst du noch regeneriert er noch die welt du sprichst jetzt aber gerade von dir das macht man halt über die leute die man toll findet ich habe übrigens jetzt hier lucifer angefangen erste stadt ja ist geil oder habe ich habe ich habe ich zu ende geguckt jetzt mega geil leckt mich am arsch mit dem kann ich mich richtig identifizieren das ist cool soweit ich weiß ist er der teufel soweit ich weiß ist er mega cool wie er das ganze spiel macht und tut echt also das ist auf jeden Fall cool da habe ich mir auch reingezogen habe ich mir noch nicht reingezogen wollte ich mir geben wenn ich mit was wollte ich denn durch sein wenn ich weiß ich gerade gar nicht irgendwas wollte ich noch gucken dann wollte ich auf lucifer gehen ich weiß es nicht kugelschlaufe für die k und ich habe ein das ist der hammer die qualitätsunterschiede was zwischen twitch und youtube ja youtube ist ja total kacke halt du musst aber auch mal auf full hd stellen die sind 300 grad schwer zu sagen schwer zu sagen ist es nicht nur verfickt weit weg mit wem Haus ja da oben bin ich ja doch da beziehungsweise der ist runter gesprungen hinten also nicht mehr oben ja wie bin ich denn jetzt hier auf dem channel bei irgendeinem unten spiel ist da ist er gerade lang gesprungen gewesen also er mich geduldet hat ok steht automatisch auf 1080p aber es sieht total matschiger aus und bei twitch nicht ich komme haben mich gut weggefetzt ja warte mal wo bist du krepiert da oben ok ok beide im haus drin der typ kann da oben die tür rauskamen und hat mich direkt umgehauen ok dann sei mal leise werde ich hardcore alter hardcore mit der uc alter mit der uc habe ich teilweise leute weggefischt ich habe sie auf den nahe kam ich habe hinter die tür aufgemacht welche tür die die war gerade eben zu lalala gar nicht willen gar nicht한aut ja oh Flasch raus. Achtung. Dein Kollege ist ja auch irgendwo, ne? Der ist über dir, links. Meine Maat sitzt mit ihrem neuen Maka im Garten. Und ihr hört mich die ganze Zeit verrufen schreien. Das ist doch geil. Ja, den Typen direkt mal vertreiben. Dann würde ich jetzt vielleicht Schlampe rufen. Ach, Ficker! Ganz zu wenig. Platz 18 dafür, dass wir mal wieder nichts getan haben. Ja, aber auch nur, weil... Also, ich weiß nicht, was Agu da getreten ist. Ja, ich glaube auch, es lag eigentlich nur an Agu. Von Nutzen ist der Kerl nicht, ne? Ja, wann kann man eigentlich... Wenn der oben die Tür aufmacht, rausgerannt kommt und direkt aufgeschießt. Ach so, jetzt sind die anderen wieder... Ja, immer sind es die anderen. Ja, genau. Das sind die Gegner. Ja, genau. Agu, äh, nicht Agu. Gabba, ab wann kann man eigentlich bei Twitch, äh, hier, ähm, Amazon Money kriegen? Hier, dieses gratis, wenn du Prime-Typ bist. Ab wann dürfen mich Leute abonnieren? Wenn du genug Follower hast. Mhm. Ich glaube, ab 500.000 Follower oder sowas. Mhm. Nein, nein, nein. Ich habe gestern einen gesehen, der hatte 3.000. Der hatte schon diesen Abonnier-Button. Das ist zwar individuell. Ich kenne Leute, die haben gerade mal 1.000 Follower. Ja, sage ich ja. Ab wenn du 500 oder 1.000 Follower hast, schaust du dieses Abo. Ah, du hast aber 500.000 gesagt. Ja. Du musst dir den Schrägstrich davor bilden. Ah, natürlich, klar. Ich muss mir was denken. Ja, ja. Richtig. Aber ich weiß das nicht deine Stärke. Ne, denken ist überhaupt nicht mein Ding. Twitch gibt da was vor, aber das nehmen die nicht. Je nachdem, wie viele Leute, weil die, äh, ich sag mal, dauerhaft zugucken. Du musst mindestens, glaube ich, dreimal die Woche streamen. Im Durchschnitt irgendwie 120 Leute haben die dir zu. Ah, okay. Ja, und dann brauchst du mir hin, sie fickt die Partnerschaft zu Twitch. Ah, wir haben doch jetzt dieses Twitch Affiliate. Ja, genau. Und das kriegst du schon mit vielen niedrigeren. Na gut, aber die, die richtige Mitgliedschaft kriegst du, glaube ich, frühestens auf 1.000. Ja, ja, die richtige, richtige, richtige Partnervertrag da. Ja. Ah komisch. Mhm. Näm. , fi mhm. Wieder hier? Ja, würde ich sagen. Dieses Affidiate, du brauchst 500 Minuten Broadcast in den letzten 30 Tagen. Und jetzt. also im durchschnitt müssen drei zuschauer ja also ich kenne ich kenne auch einen der hat 100 zuschauer also was gut er hat ein paar aber noch 100 leute zu aber auch abonnenten die drei zuschauer kriegt das schaffe ich nicht nein und jetzt gerade ist nur einer hier startet noch eine andere gruppe wenn du das alles erfüllt schreibt die nicht automatisch stirbst lampe ich versuche hochzukommen alter scheiße die haben nicht richtig er macht denn sowas wo komme ich denn da hoch da muss ich da hinten in ja genau wie ich heiße geiler typ 69 da ist er doch kanäle zeigen da ist er absolut hässlich auf dem bild potenzielle partner er kann so wenig er kann ich komme da nicht ran gerade ich habe ihn noch erwischt oder nicht irgendeiner fehlt doch noch hier hier bist du gestorben ausgenockt ja du ich habe den angeschossen dann ist er irgendwo hingeflogen warte mal hier war der dann ist er irgendwie ich glaube den habe ich so runter geschossen oder so dann muss er irgendwo runter gefallen sein ja hier cool ich habe zwei kids hier finde ich eigentlich ganz geil das ist die gar nicht her wo ist wo ist denn die schwarze ich habe die falsche genommen wo ist der sks da unten im eck da unten im eck alter so kann ich nicht arbeiten wo ich bin wie soll ich dir sagen ja zweiter stock zweiter stock im arsch du bist im ersten stock im arsch also erste stock zack 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 immer noch ein bisschen zeit wir sind auch voll drin voll gute zweiter stock okay wo ist die sks andere richtung warte mal das ist eine k98 diese eigentlich auch nicht so schlecht besser die ist besser einiges besser obwohl es geht ein schuss tot die leute auch immer die sterben ein schuss in die fresse und tot scheiß regen auf die nerven ja ist echt super laut so wollen wir jetzt mal ein fahrzeug suchen mongo wir können uns ein fahrzeug suchen oder eine wir können auch einfach ganz normal zu fuß gehen ich gerade so kommt eigentlich mit granaten mit den granaten versendlich ist immer noch die wähle ich gar nicht so schnell an das ist hier nicht so einfach auf gehe oder doch inzwischen kannst du einfach gedrücken für die granaten ansonsten drückt so vier für die anderen die glaubst ausgerüstet hast du kannst aber auch mehrmals hier dann wählt er die alle durch ja drückst du dir auch ausgerüstet ist drückst du noch mal dann nimmt er die nächste kann aber auch sein dass wenn du einfach nur geht drückt ich möchte dann immer auf die hauptwaffe erst das wird auf die nerven wenn du sagen wir mal eine m4 in der hand hast und steckst die weg mit x und tust dann das mausrad hochdrehen nimmt er auch automatisch die letzte waffe die wir in der hand haben und tust das mausrad hochdrehen ich geb dir gleich eine du linguistik als und tust das mausrad hochdrehen naja dann tust du auch drin tut tut ich brauche einen scheiß rucksack warum finde ich denn keinen rucksack naja ich geh mir jetzt noch einen wedeln ein satz einsatz du musst uns ein foto schicken das gehört zu sich so macht der gummi immer das wollt ihr nicht sehen dann werdet ihr einen einschicken nein überhaupt nicht dass du uns immer ein foto vom wedeln schickst klar ja sag ich doch ich weiß ich verstehe auch nicht wer das nicht macht einmal aus versehen meiner mutter geschickt das war unangenehm aber sie hat gesagt ich sollte mich da überhaupt nicht also das ist überhaupt nicht peinlich weil der gummi hat auch gerade aus versehen das falsche geschickt bist du über mir ja alter ja na gut ich bin dann mal raus alles klar das war wir können dann lass mal mehr da machen ey das sieht so trostlos aus diese map jetzt hier wo es regnet als es eben gerade ne als wir auch hier waren und die sonne schienen und und sonnenuntergang war und so weiter das war das war total nett das geile ist hier kannst du jetzt eigentlich voll angerannt kommen es ist egal die hören dich einfach nicht obwohl ich meine das ist doch bei dota und anderen sachen ist es doch genauso das ist eigentlich immer ein und dieselbe map ist gestern waren übrigens dota international hat sie wer gesehen ich hab's gesehen nur gegen liquid heißt das glaube ich die haben gewonnen war ganz cool ohne scheiß dafür dass ich so lange aus dota wieder raus war ich mag dota eigentlich immer noch wenn ich das so sehr weißt du mehr als lol halt das ist so mein problem war schon immer so dass ich das mehr mag ja ich habe weites recht wer redet eigentlich mit dir die rede mit der gemeinschaft echt jetzt mal und guck mal hier der gummi x lol mark züge ich weiß gar nicht warum ihr loll auch nicht zusagt ich kann ich kann das nicht erklären im endeffekt genau genommen ist es ja einfach nur ein klon von dota alles ist ein klon von dota dota hat nun mal angefangen ja dota 1 war eine modifikation von warcraft ja das ist doch das was komme gerade sagt man hat einfach weil wir hier geben hat einfach irgendwann den typen von warcraft reide dass der diese map gemacht hat kreiert hat hat den einfach eingekauft der dabei waren gefangen und hat dann sein eigenständiges spiel aus der ja bei mir ist es einfach nur dass ich bei dota ist ein bisschen mehr fernkampf kommt auf den gegnern also auf den spieler natürlich darauf an aber lol ist mir irgendwie so zu eng weißt du was ich meine dota ist ein bisschen mehr weitsicht lol ist enger auch von der kamera her die karte ist auch klar aber dafür ist aber lol ist trotzdem erfolgreicher als dota oder oder nimmt sich das nicht ja also von jetzt erfolgreich das einzige was halt gerade so ist es halt dass bei dem tournament jetzt ein paar mehr zuschauer sind muss man gucken wie jetzt weltmeisterschaft von lol ist aber da ist es einfach so dass diese meisterschaften von dota einfach so selten sind dass das so viele gucken was natürlich bei lol nicht soll hat jede woche ist da sache und die fußballliga ja bundesliga meinstherr ja genau ich glaube ich im jahr drei turniere oder so der ein dass das was jetzt war das tot international dadurch gibt es halt auch bei loll mehr geld zu verdienen ja bei dota einmalig einmalig gibt es da mehr geld zu verdienen weil das ja 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 also als spieler verdient sie ja pro match was du dann machst bei loll verdient 2500 und so weiter aber erst mal auf diesen status zu kommen dass man geld verdient fürs zocken das dauert da werden wir alle nicht mehr hinkommen dafür sind wir leider nicht mehr 14 genug also ich würde es auch schaffen wenn ich aktiv durchspielen würde ach guck mal wir könnten rein theoretische vorne in der halle mal bleiben ja in der halle mann in der wir haben gewonnen ja 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 aber das war doch das wo wir wo wir das dritte mal gespielt haben und gleich gewonnen haben ja was das schon gewesen ja ich glaube ich tausche gegen die vss hier meines gar ja ich finde die vss ist eigentlich ganz geil ja die ist sehr schwach aber da und dafür ist ich habe eine karte 98 und jetzt die das ist auch eine geile mischung die munition geben die grüne habe ich das nicht gleich mit abgelegt warte mal was ich mich hier gefragt habe ist wie komme ich da drüben hin wo aspirin ist wie komme ich da wie komme ich da ist das ist total komisch darüber zu kommen du musst da hier irgendwie hoch an diesen bärchen auto südwestlich nordwestlich schuldigung kommt das ist jetzt mit den sounds ist das echt schlimm wo mir das auch den vergleich gemacht oder was mit mit twitch und youtube guckst du dir beides an was jetzt qualitativ besser ist ich habe mir keins von beiden an also was eigentlich wenn man auf so einen scheiß benzin kann ist das schieß warum explodiert denn hier nichts ich will diese aspirin haben ja wie kann man denn dahin von hier aus von hier drüben irgendwie das ist richtig scheiße das muss hier irgendwie ach so das ist richtig scheiße gemacht falls ihr mal lange weile habt ja und das handy gott dabei habt müsst ihr mal das spiel ich spiele cat quest ich spiele cats oder wie das heißt dieses wo man sich wo man sich so maschinen baut und sich gegenseitig kaputt machen das ist so ein adventure game und wo du halt so du bist halt eine katze aber bis halt so jahren hält mäßig hast du zu spielen cat quest hörst du eigentlich zu also für die leute da draußen im stream cat quest ist das aber nicht multiplayer single player oder es ist das so ein game mit ganz vielen fragen wo du was antippen muss das ist richtig muss dann das richtig zu spiel zur figur kann eine kann es sein dass du krieg das kannst du eigentlich nein ich habe hier empfohlene empfohlen sind passen ab pg christ ich habe es geschafft habe ich bin drüben castle cats cat quest chapter one cats of the forest hätte mir eigentlich so ich bin drüben ja ich habe gar keine anfeuerwaffe kostet und da weißt du wie das gleich bei highlight unsere neuen lieblings spiele kostet fünf euro fünfzig ach so man muss das auch noch bezahlen ja aber dafür hast du natürlich ein vollwertiges spiel jetzt auch über steam kaufen das wird auch es wird auch ich wollte sagen nicht über die fässer sondern du musst hier rumlaufen dass du anlauf hast und dann kannst du kommst darüber ja wir haben hier nur rum es wurde geschossen nordwestlich weil wir die spannung künstlich hoch halten nordwestlich geschossen so aber jetzt geht die barriere zu und jetzt wird es erst wieder spannend du hast zwei sniper was nein mutig dass eine karabiner und eine vss du bist mutig ja und die vss hat aber auch automatik damit kann man ein auch eine verpulen ein schnitt beim scheiß holo dafür muss jetzt von von da also nord nordöstlich da müssen jetzt auf einmal gleich leute kommen waren da gerade zwei sks schüsse wo ich höre ja nichts es ist jetzt gerade auch nicht so einfach du hast richtig scheiß wenn du kein richtiges visier hast jetzt brauchst du eine visierung ich habe nichts ich habe nichts ich weiß dass das vierfach und das ja auf meiner skar auf meiner skar muss noch eins liegen die muss man ja abbauen das habe ich vergessen hier noch mal gucken was du hast dann drauf müsste eigentlich vierfach oder so was ne zweifach vierfach kummer nach auto westlich fährt vorbei wo hast du denn da auf dem tisch liegt nur eine pompe auf dem tisch nein noch ein weiter hier lag die skar sie ist weg eine hier unten hier unten liegt sie hier noch scheiße wir sollen diese sehen zweifach ja besser jetzt nichts oder ja wieder ein auto den bau hier drin hast du wenigstens den scheiß regen nicht so extrem ja der sound ist trotzdem mega laut und guck mal es regnet hier überall rein es gibt hier kein vernünftiges dach ja das dach ist halt schon super marode die lage ist halt auch nicht das beste was man machen kann ja aber wir haben jetzt gerade erst mal ruhe ja auto nordwestlich sehe ich ja der fährt hier vorbei wir schießen nicht ne sind die auf der suche nach gegnern oder was machen die gerade sind doch schon ein paar mal an uns vorbeigefahren oder eher nach suche nach position davon gehe ich mehr aus okay endlich geht die barriere zu ich war schon die ganze zeit drauf damit wir mal ein bisschen action kriegen ja und dann passiert was und dann heulen wir wieder wahrscheinlich weil wir tot sind natürlich auch ein sieb ja ist jetzt rechts von unserer halle ja er hat rum stehen geblieben wo ich könnte ihn wählen wenn er wieder ins auto geht soll ich dann versuchen 100 meter kommt auch hin oder es sind das 200 meter ah lieber 200 meter geld auf 200 auf dem kopf drauf ich warte bis er wieder drin sitzt okay im auto ja der ist da vorne noch in diesem grünen haus drinnen der typ also in seinem kopf trifft ist er direkt weg wir haben es nicht weit das ist ein vorteil für uns wir müssen aufpassen dass von rechts uns nichts holt irgendwie das hier jetzt was in unsere richtung noch kommt einiges und er ist nur dieser typ der hinten da das auto hat und da irgendwo da ist er achtung er ist an seinem auto aber er ist noch nicht drin 200 war für dich doch zu wenig ausgestiegen ich habe genug munition um die ganze zeit draufzuhalten ich sehe nicht ich will das auto wie viel schuss hast du denn jetzt hier nicht mehr viel der bereich wir sollten ein bisschen ein bisschen weg machen scheiß auf ihn er muss er weiter haben das echt nicht baum zu bauen kommt jetzt glaube ich was der typ oder was ich glaube ich das auto ja schade dass die k98 doch so verzogen hat wollen wir uns an die an die mauer legen am besten oder hier der baum müssen aufpassen dass da nichts im haus drin ist das ist das was ich jetzt mache ich kann da jetzt rein ich traust du dich bist so mutig du bist so mutig und das war ja wirst du auto wo sagt mich auto sagt richtung ja wenn ich habe ich nur gehört und man muss der typ immer angeballert haben also haben wir ihn überhaupt getroffen könnte sein oder ich habe kein blut jetzt gesehen direkt wir sind immer noch drinnen also fast die scheiße ist oben vom berg also so aus richtung süden da ist so viel offen so da kommt ja gleich erst scheiße ja 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 ich komme ich komme ich komme hier kannst du mich erst mal retten du vogel muss hier reinkommen ja ich bin doch hier guck mal komm rette mich man ich hoffe du hast was zum eilen ja hab ich ja ich heil mich gerade hab ihn tot okay wir gucken was da hatte oh ich wurde schon wieder erwischt hier am haus argus oh fuck man oh ich brech bald ab da kann ich jetzt nicht ne ne kannst du nicht der hat mich gleich gekillt da rechts an dem haus du siehst ja wo ich gestorben bin und der war aber rechts ums haus herum gelaufen da hat man jetzt eben gerade aber auch kein blut gesehen da hat man auch am anfang nicht getroffen oder links ein airdrop ich gehe in die zone ich gehe so aus von ihnen nicht schlecht hier hinten kann ich noch nicht mehr kommen jetzt ich müsste ich looten was vierer scope ach scheiß doch drauf du brauchst doch gleich kein vierer scope mehr es ist doch gleich voll eng ja ja es geht hier ist auch kein schwester mit umgekehr chill hier kommt man von hinten kann noch keiner kommen hier bist du doch voll safe hinterm baum rechts aber eher oben auf dem hügel drauf wenn ich dann einen besseren ausblick habe oh das ist ein auto vorsicht oh hier sind auch tunnel alter das kann jetzt nicht wahr sein das ist dieser tunnelbereich hier sieht mich direkt niemand ja ich hasse diesen bereich ich kann mich halt nirgst wo einer direkt sehen so bewegt dich nicht lass gucken ich kann aber nicht nach unten gucken das wird auch eh gleich kleiner naja acht Sekunden holen uns jetzt hier den ersten platz verdammte scheiße elf leute ich dachte du zählst nicht mit ja ja ich zähle mit also ich bin unter den zwölf leuten ich meine elf gegner ja das war doch das was ich vorhin gefragt habe da hast du gesagt das stimmt nicht ok ok genau bei 240 wird gerade weggeschossen ja so weg na das könnte auch sein dass es unterirdisch geht es dann zu ende ja oder du gehst unterirdisch lang das ist aber riskant weil dann was sein könnte ja noch nicht was auf mich wartet weißt du ja klar ich würde mich jetzt darüber ja einfach dazu im auto oder ich meine hören kann mich keiner da vorne am baum rechte seite baum rechte seite baum jetzt linke seite baum ok wurde von links geholt ja zwei leute ja 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 oder kommt der zweite warte 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 noch drei leute schieß recht ok nur noch einer zwei noch zwei noch ne der andere ist auch gestorben gerade oder nicht ah nein ich hab noch einen kill bekommen er kommt direkt ran ach scheiße hier die battlen sich jetzt gerade beide oh da sind drei da sind drei zack boom da unten auch noch siehst du das geil gemacht da hast du noch mal schön leute weggefitscht weggefitscht na können wir noch das ende gerade sehen hier fliegende kuh wurde mit splittergranate ausgenockt ja ne gummi bist du noch bei einer runde dabei oder was klar junge die ganze nacht hast du frei oder was hast du es gut ich muss arbeiten ja ich muss auch spät arbeiten aber ich muss um neun aufstehen von daher bis zwei kann ich oder so ich stehe erst um zehn ah ich stehe erst um was soll denn das hier das spiel hat mich gerade rausgeschmissen um zwölf muss ich schon los warte mal kann ich das noch mal die 100 hat ne kiste alter wie leise soll ich denn pubg noch machen kann muss laut sein ja aber ich muss euch auch hören du musst uns hören also aggo muss ich leiser machen aggo ist zu laut aber gummi auf das hab ich den mach ich auch mal auf 60 hallo ja ja alles gut alles gut ich bin ready alles gut ja alles klar alles klar hi na na du kleine süße du crispelst gerade so als ob du gerade 1945 den krieg ausrufen willst hab ich hast du warum darum mein inventar von pubg besteht aus knapp 5 euro ne aus 5 euro hä was willst du mit 5 euro äh mein pubg inventar hä verstehe ich nicht ich auch hast du jetzt geld ausgegeben für das spiel oder was noch nein nein was ich im inventar habe hat einen wert von 5 euro also ich habe eine mütze ich habe ich habe krasse krasse werkzeuggürtel ich habe liegt daran aber dass ich zwei kisten auch deswegen kampfhose was ich weiß nicht was er gerade von mir will höre einfach nicht hin höre einfach nicht hin ja ich glaube ich lasse das auf er geht sich einfach ertränken das ist ich habe einen kopf ich mache trockenschwimmen warte wo ist trockenschwimmen da oh schade wir kommen aus westen und wollen nach osten dann utz 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 aber guck mal da fliegen wir schon wieder richtung richtung stahlwerk hier vorne willst du stress echt alles klar 321 nach dem verwirr d wunder bzw Ich kann das Spiel gar nicht spielen, weil ich Höhenangst habe. Wenn du in der First Person hast du ein paar Probleme, ne? Ja, aber richtig. Jedes Mal, wenn ich aus dem Flugzeug springe, habe ich einen Adrenalinkick. Mit Virtual Reality Brille glaube ich das sogar. Das wäre ganz cool. Das wäre mal interessant. Ich habe mir gestern ein paar Oculus Rift Videos angeguckt, wo Leute einfach nur malen. Und ich finde das einfach mega krass, was man alles machen kann mit dem Scheiß. Kannst du mit einer Oculus auch normal spielen mit Tastatur? Ja, klar. Das kannst du auch. Aber was ich halt viel interessanter finde, ist halt zum Beispiel auch einfach so Kino-Modus. So, weißt du? Oder, genau, auf Pornoseiten. Virtual Reality Pornos. Das ist der einzige Grund, warum sich das verkauft. Äh, töd. Pornos haben damals die DVD weitergebracht. Ja, Pornos. Das Internet. Genau, das Internet wäre heutzutage nicht so krass, wenn es Pornos nicht gäbe. Ich weiß nicht, dass Pornos alles ausmachen können. Pornos machen eine Menge aus. Habt ihr schon Gegners hier gesehen? Ne, ne, wir sind alleine hier. Ich habe gar keine Pornos auf dem Rechner. Ohne Scheiß. Hä, wer hat heutzutage noch Pornos? Ja, das wollte ich gerade sagen. Wer hat sowas schon? Warum auf dem Rechner? Ja, weil du das doch gerade gesagt hast, Argo. Was? Nein! Er schreit schon wieder so. Schrei doch nicht so, Argo. Warum musst du mal schreien? Was soll das? Oh. Ich verstehe nicht. Ich habe einen Autosorgan. Hat dich deine Mutter immer nicht gehört? Doch. Während sie dich verprügelt hat. Während sie dich nicht... Sie hat eine wunde Stelle getroffen. Während sie dich nicht verprügelt hat. Während sie dich verprügelt hat. immer. Hat sie ihn nicht gehört. Ja. Wie sollen wir dann jemanden hören? Das ist die Frage, ne? Kommt drauf an, wie toll du zuschlägst. Du musst das ja wissen. Ja, ich muss es wissen. Stimmt das. Alter, Alter. Alltäglich. Alter. Wollen wir jetzt hier echt solche Traumata aufrufen? Muss das sein? Muss das sein? Ihr habt damit angefangen. Oh, ich weine. Findet ihr das jetzt gut, dass ich weine? Aber verlachen, ne? Nein. Ja. Nein, nein. Ich finde es nicht schlecht. Ach, Gummi. Ja. Ich meine auch schon verlachen. Ja, ich habe nur eine Mac-10. Damit wird es ja richtig spaßig. Wir... Wir haben hier genug Dörfer, die wir abgrafen können. Hier ist kein Arsch gelandet. Die landen alle hinten an der Stadt und überall. Wir müssen dann nur langsam zusehen, dass wir dann irgendwie ein Auto finden oder so. Gibt's nicht. Auf der Straße sind sonst wieder Autos. Menosino. Gibt's hier eigentlich Friendly Fire? Ja. Ich würde das gerne mal probieren, Argo. Bleibst du mal stehen? Alter, du Hurenkind! Das war ein Meter an deinem Fuß vorbei. Hurenkind! Jetzt... Ja, ja, ja. Jeder möchte auf mir kommen. Egal, wir sind gekommen. Da kann ich euch sagen, Leute, das ist nicht so schön, wie es sich anhört. Das erste Mal war ganz okay, aber... Ja, ja, ich weiß. Irgendwann ist dann auch gut. Ja, irgendwann bin ich aber dann auch mal ausgeleiert. Irgendwann geht's halt nicht mehr. Ah, richtig, richtig. Es kam mir auch irgendwann so vor, als wenn du das Ganze nur noch gespielt hast. Ja, es fühlte sich nicht mehr schön an. Ich sag dir jetzt einfach mal klipp und klar, wie es war. Nicht schön. Er war einfach zu klein, ne? Deiner. Ja, für meine Riesenbrüste auf jeden Fall. Wie war das mit jugendfreier Konferenz? Hier nicht. Hier bestimmt nicht. Nicht so lange ich hier bin. Ach, für meine Riesenbrüste wäre raus. Ist das der Grund? Also, muss ich das angeben wegen Gummi? Gummi ist dabei. Jetzt wissen wir, warum Alex kein Geld verdient mit YouTube. Ah, so. Was? Jetzt könnte sogar das Spiel schon wieder ein Stück lauter sein, ey. Wie man's macht, man macht's verkehrt. Ich mach mal ein Stück hier. So, müsste es gleich wieder da sein? Ja. Manessino. Oh Gott. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt gerade drauf komme. Keine Ahnung. Warum bin ich auf die Idee gekommen mit euch zufrieden? Warum spritz ich dir nicht mal zwischen die Eier? Da vorne gibt's ein Buggy. Jetzt fällt mir nichts auf. Ne? Ne, muss ich wirklich sagen, also, ne. Aufmachen! Polizei! Mann! Mega witzig. Ich liebe es, Türen aufzuschießen. Es ist kein Scherz. Ich find das mega gut. Das ist eine Sache, die mir bei diesem Spiel ultra gut gefällt. Warum hast du jetzt noch nicht geschaffen? Am besten ist, Alex, wenn du mit der Shotgun oben die Tür kaputt machst, dann kannst du durchgucken, ob da einer ist, ohne dass die dich treffen können. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist ganz gut, wenn du auf dem Balkon drauf willst oder sowas, und siehst, ob da einer vor der Tür liegt und wartet, dass du die Tür aufmacht. Ist dich schon passiert noch? Ne, das hab ich schon gemacht. Ich hatte so einen schlauen Moment, weißt du? Das passiert nicht oft. War das zu viel? Oh nein, hat gepasst. Man ist zu mir? Oh nein, hat gepasst. Oh nein, hat gepasst. Einmal mal vor, Entschuldigung. Ihr wollt nicht Buggy fahren? Da sind aber nur zwei rein, einer muss laufen. Ich bin dafür, dass ihr zu zweit lauft. Ich werde dafür, dass wir alle drei die Arschkotter haben. Die Argo und Bord von 500.000 Argo und Bord von 500.000 Argo und Bord von 500.000 Argo. Oh, oh, ich habe den Sound wahrgenommen, aber ich dachte, ja, eigentlich genau das. Also, ich wollte sagen, ich habe das schon gesehen, ja. Aber ich dachte, der geht kaputt. Ätzender Sound, ne? Und ein Motorrad an der Straße. Ja, lass mich hier raus, lass mich hier raus. Okay. Das kannst du rüberfahren. Das wäre ja beinahe schiefgegangen. Habe ich dich erwischt? Ja. Ich dachte, du fährst nach rechts, deswegen bin ich nach links gelaufen. Ah, denken, lass es. Ja, Absprache. Ah, ja. Ich hätte jetzt was sagen können. Ich hätte jetzt einfach stehen bleiben müssen. Okay, ich hätte jetzt den Medikett holen. Oh! Das sind Leute. Oh! Komm schon, okay. Auto in deinen Wichter. Ne, alles gut, alles gut. Ich habe mich gerade überschlagen. Oh, ne, der ist hier bei mir. Okay, ist weggefallen. Dein Auto aber noch ganz. Okay, Alter, ich bin da. Ich hole dich da raus. Ich lasse dich nicht alleine. Ich gebe voll Gas. Oh! Oh! Überall Gegner. Oh! Schießen die alle kaputt. Da hinten ist ein Drop. Wo ist ein Drop? Wollen wir direkt da hin, oder was? Ja, laut. Direkt da hin, Junge. Okay. Schlimm ist nur daran, da werden wahrscheinlich auch 80 andere sein. Nein, höchstens 77. Ach so, das ist ein Moppet. Oh! Alles gut. Ich habe es unter Kontrolle. Oh mein Gott, mein Herz. Argo, wir holen uns nur kurz den Drop. Wir sind gleich wieder da. Oh, scheiße. Wo ist denn der runtergekommen? Sind wir noch richtig? Oh, ich habe es unter Kontrolle. Ich habe es unter Kontrolle. Alles gut. Weiter geht's. Fehlzündung. Das wird klappen. Halbungslos. Ja. Ich bin ziemlich weit weggekommen, kann das sein? Oh, links schießen auf uns. Ja, ich höre es. Ich habe mich getroffen einmal. Okay. Oh, zweimal. Ich habe mich nochmal getroffen. Warte, wir heilen dich. Wir heilen dich. Ich bin auf dem Weg zum Job. Er hat sich überschlagen. Da vorne ist er drauf. Rechts, rechts, rechts. Ja, ja, ja. Du musst dich aber heilen. Oh, da ist ein Auto. Das ist ein Auto, die hat schon... Stopp! Das ist Schießerei, Schießerei! Ja, ich habe... Alter, mir fällt gerade auf, dass ich keine vernünftige Waffe habe. Kannst du mir mal die UMP hinlegen? Ich komme gar nicht so weit mit meiner Scheißknarre. Das ist wahrscheinlich schon geschult, oder? Nein, ich schieße hier gerade mit einer... Kannst du mir mal was Vernünftiges geben? Hier, du hast doch eine UMP, oder? Schmeiß sie mal auf den Boden. Ich habe keine Munni mehr. Ach, scheiße. Okay, wollen wir näher ran, oder was? Nee, nee, lass mal wieder weg. Ich heile mich einmal und dann... Mit denen lege ich mich nicht an. Das sind irgendwie vier Leute oder so. Ja, komm, wir müssen aber zu Fuß gehen. Ich muss mich erst mal heilen hier. Ich habe den mal aufs Auto geklaut. Da kommst du auch gerade mit... Das eine Auto habe ich kaputt geschossen. Aber da war ja jemand, der hier auf uns geschossen hat. Die müssen wir einmal abfangen. Oh, 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 die schießt auf mich. Alex, ich weiß nicht, ob ich hier rauskomme. Ich habe keine vernünftige Waffe. Sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Komm ran! Los, komm, fahr da runter, Agu. Wir holen sie uns. Überfahr sie. Oh Gott, ihr seid verliebt. Ich lasse dich. Ich komme auch. Geronimo. Agu. Ja, Mann, es hat aber wenigstens mal funktioniert, dass ich abspringen konnte. Ich hoffe, hier gibt es jetzt eine Waffe. Guck mal, Agu. Kennst du den Ort hier? Ja, du bist in der Schroßbette. Mann, es liegt keine Waffe da. Lute mich. Ich habe eine AK gehabt. Oder kommt er? Ach so, das ist ein 4. Ich brauche jetzt auch endlich meine Waffe. Ich habe eine AK gehabt. Wow! Alles klar, ich bin down. Alter, auch down? Wie hat der Typ in den Eur Instant Headshot verpasst? Das so legit war? Hm, zäh, mhm, zäh, mhm, zäh, mhm, zäh, mhm, zäh. das problem ist dass ich nur sowas hier habe wie soll ich denn damit jemand kaputt machen aber richtig jungen damit hatte also auf nahkampfkasse alle wegknallen ok ich fahre es mal weiter ich habe ja ein ziel da vorne können die noch looten was geht ab ich stehe da so drauf weiter da brauchst du aber die autopumpe für dann gibt es viel besser hallo ich kam gerade mit dem auto ja egal dass man hier so unten und da oben so und dann ist einfach vorbei aber nicht mal noch mal so vierfach suche habe ich noch irgendwas für noch einmal warte mal kurz jetzt jetzt bin der wohl am besten mit weg was noch mal sechs schuss mehr das war's ok aber wenigstens habe ich jetzt mal wieder hier eine knarre ja und jetzt können wir ja schön in die mitte fahren dann bin ich wieder dax das kommt oder ist am start besser gesagt ich höre doch gerade hier irgendwo gegner ach scheiß drauf auf der bühne ja 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 Das ist genau meine Hütte hier. Da lag ein Schalldämpfer. Was? Da lag ein Schalldämpfer. Ich weiß noch nicht, für was er war für. Wo? Nee, war doch kein Schalldämpfer. Ja, wollte ich gerade sagen. Was erzählst du mir denn? Ja, sah in der Drehung so aus. Was geht mit dir? Mich kennt man aus Spielspaß und Spannung. Oh mein Gott, nein, er hat eine Nase. Wer? Keine Ahnung, der bei ASDF-Movies. Sicher, dass er eine Nase hat? Nee, haben ihn abgeknallt. Genau, scheiße glauben. Wovon sprecht ihr? Ich hab keine Ahnung. Hä, kennst du ASDF-Movies? Nein, kenn ich nicht. Na klar, ich mag Züge. Ja doch, kenn ich. Ja, also. Was wird das? Was wird das? Warte, warte, warte. Pass auf, das wird richtig witzig. Asozial. Und dann, was geht? Da, 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 da. Ja, mach, 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 geh einfach raus. Du bist eine richtige Schande. Alter, ich warte gerade darauf, dass das einfach hier noch ein bisschen mehr mittig wird. Ja, ja. Geh weg, dein Auto und geh weg. Natürlich. Ruhe. Wer lebt noch? Hä, wer lebt noch? 48 andere Spieler nebenbei. Ja. Ich lebe noch, Nutte. Ich kann, ich kann euch empfehlen, guckt einfach Chatroulette nebenbei. Chatroulette? Nee, Chatroulette. Kenn ich nicht. Nee, ist ganz gut. Oh nein, ich hab keinen Sprit mehr. Ich bin am Marsch. Das Flugzeug. Es kommt direkt auf mich zu. Okay, das ist ein Sturzflug. Warum lädt das manchmal so nach, sodass das ganze Bild einfach mal so hell wird oder so zock und weiter. Wisst ihr nicht, was ich meine, ja? Endlich mal eine saubere Toilette. Was war das da noch? Mündungsfeier MP. Nee, bring ich mir auch nichts. So, aber hier ist doch schön. Hier bin ich gut im Münd... Doch, hier ist richtig schön. Du hast einen schönen Ausblick, aber schön. Das ist doch nett. Hey, ich warte gerade darauf, dass die Gegners kommen. Ja, meinst du? Da brauche ich jetzt viel, viel Unterstützung von euch. Ihr wollt doch, dass wir nochmal einen ersten Platz hier holen, oder nicht? Nein, nein. Werden wir nicht. Alter, dein Mikrofon klingt so mega scheiße. Ich versuche mich immer auf deine Stimme... Ich versuche mich immer auf deine Stimme zu konzentrieren. Das geht aber nicht. Ich musste dich auch einfach mal ein bisschen runterregeln. Es klingt eher so, als ob es ein Dings wäre, als ob es über eine Webcam oder sowas kommt. Ich bin klar, dass das Headshank schon so alt ist. Meinst du? Zwei Wochen, aber dann habe ich mein altes wieder. Gott sei Dank. Ich habe hier nur den Stick davon kaputt gemacht. Ja, da kommt wer. Ich habe gar keinen Ton an. Absolut zu dir kommen. Ja, ich glaube auch. Da unten fährt wer, aber hier war auch noch wer. Nichts von dir. Ach, Alex. Was? Alex, die sind rechts. Rechts. Rechts am Strommast. Ja, da sind sie links. Ja, genau da sind sie. Da haben sie angehalten. Ja, das habe ich gehört, aber gesehen habe ich noch nichts. Ja, aber die warten da. Ach so. Die chillen da gerade ein bisschen ihre Basis, weißt du? Die ist das Ananas. Du kannst natürlich hingehen und jetzt völlig ausrasten. Hatte ich erst überlegt, ob ich das machen möchte. Ich würde einfach aufs Klo gehen und warten, bis sie kommen und dann voll drauf hauen. Oder du rastest komplett aus. Oder ich warte einfach mal ab und gucke, wer gleich kommt. Du gehst hin, wirfst den Nate und dann läufst du rein und knallst du einfach ab. Alter, ich habe keine Nate. Das ist doch nur eine Smoke. So wie John Rambo. Ja, du hast auch eine Smoke, oder? Ja, eine Smoke. Ja, am besten wirst du die in die Leute rein, damit er nicht mehr weiß, auch wen ich schießen muss. Ja, dann kennen sie sich gegenseitig. So muss. Alex? Sei doch mal leiser. Bei den Strommaßen sind überhaupt nicht solche, ne? Es kann vielleicht auch sein, dass wir weitergezogen sind, aber ich glaube es eigentlich nicht. Schleise. Hier aus dem Osten kommt auch was. Nein. Hier, schau, hast du schönes Blink, wenn du rausfallen kommst? Ja, guck mal, voll besetzt die Bude. Oh, Scheiße. Jetzt die Wand, ich steige aus, ich steige aus. Aufklärung auf. Hier, die Wetteln sich. Nein, ja, ja, der erste liegt. Die kriegen von oben irgendwo vom Berg. An dem Stein, glaube ich. Ich könnte ihn wegballern. Einer hat es ausgenommen. Nein, 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 nein. Sie ist richtig wegballern. Nein, 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 nein. Ich will dir noch nicht sagen, dass ich hier am Start bin. Ich weiß schon immer, dass das nicht passiert ist. Aber bin ich gar nicht. Oh, da kommt noch. Schleise. Laberköppe. Na, noch mal am Strom. Lass doch mal. Ist da eine Party, oder? Fühlt sich so an. Ich wette, ich sehe gleich einen Kopf und bin tot. Hoffentlich. Wie immer. Ich will mir noch eine Runde machen. Nächstes Auto. Alter, ich fahre nur Autos die ganze Zeit. Du bist schön in der Zone. Gleich ist er tot. Van Hinten. Van Hinten ist ein Holländer. Jacktoys. Ja, die sind am Strom. Ja, die ballern gerade. Ja. Aber ich habe ja schon Bock, den eine zu verpoolen, ne? Ja. Du musst da, die schießen jetzt gerade in eine andere Richtung. Weißt du, du könntest jetzt gerade voll weg. Ja, sei mal leise. Leise. Frenz da jetzt hin und kleidst die. Ja, wenn du jetzt mal die Fresse hältst. Guck mal, wie du da durch die Gegend sollst. Das ist wie so ein alter Opa. Jetzt komme ich gleich einen Schuss von links. Alter. Seid jetzt mal leise. Verstehe ich. Siehst du da? Ja, gut. Rechts, rechts zum Stromers. Noch einer. Habe ich gesehen? Das hat beide ausgenutzt, ne? Alle drei hin. Ja, warum nicht gleich? Du musst hingehen und looten. Looten. Looten und leveln. Guck mal, da kommt jetzt die Barriere, Mann. Die sind doch da. Der Strommast ist noch im Dings. Ne, ist er nicht. Aber auch nur der Anfang. Nur der Anfang. Da, wo die... Hinlegen, hinlegen. Ja, mach jetzt. Bleib ruhig so, da können nicht alle sehen. Da im Haus. Gelbes Haus. Gänse Haus, Gänse Haus, Gänse Haus. Der schießt auf sich. Der läuft weg. In den Baum. Ach Gott. Alter, immer, immer wenn er so rumschreit, ne? Wenn er so rumschreit. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wirst du ja nervös? Ja, nein. Ich höre einfach nichts. Ich höre meine eigenen Gedanken nicht. Ja, ich weiß. Geil, oder? Das macht das ganz leicht interessanter. Jetzt kommt er da hoch. Din, 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 din. Du hast noch mehr Energie. Ich muss noch weiter. Hast du noch fünf Energie? Guck, hier haben wir ja da langt auch gleich. Ich habe von hinten schöne Kugel in den Rücken gedrückt. Oh, airdrop, airdrop. Airdrop, genau. Auf Alex drauf. 18 Leute noch. Äh, 17 Leute. 17 Leute. Oh, das ist sogar über dir, Junge. Rechts vor dir ist es getroppt. Das gibt es doch gar nicht. Alter, wie viel Glück kann ich das. Das Flugzeug kannst du halt auch richtig gut als Steckung nehmen, ne? Ja, ja. Kannst du halt laufen, wenn ne krach, ne? Ja. Problem ist, nur jetzt laufen natürlich alle jetzt in deine Richtung, ne? Ne, ne, da unten muss, muss man hin. Ja, ne, aber die wollen alle zum AirDrop vorher noch. Sag mal bitte leise. Außer ihr seht, was dann könnte ich schreien. Du weißt, ich schreibe oder so. Ja, oder unten das blaue Haus wäre ganz cool. Da sind aber welche drin. Das ist nicht in der Zone. Doch, das ist in der Zone. Nein, das ist in der Zone. Ah, scheiße, nee. Ja, ja, ich sehe es ja gerade. Oh Mann, ihr. Aber das andere, das andere Haus, was da drin, was dabei. Ja, es ist mit drin. Ja, du, ich freue mich. Leise. Ich bin runtergekommen. Oh Gott. Das ist der AWM drin. Mal abwarten, ob wir kommen. Wenn nicht, hole ich ihn mir. Interessiert sich dafür jetzt noch einer. Guck mal bitte rechts. Guck mal bitte rechts. Rechts schießt einer, glaube ich, mit Schalldämpfer. Hat sich ziemlich nah angehört. Ne, das ist kein Schalldämpfer. Meinst du? Ja, ich stieß, ja. Ich glaube, ich hole das, oder? Ja. Da drüben steht ein Jeep in einem Tor. Ja, wollte ich gerade sagen. Da drüben sind welche drin. Ja. Ja, siehst du? Aber der kommt gerade nicht. Ja, noch einen. Ah, jetzt hat er sich hingelegt. Hinter die Kiste, hinter die Kiste, schnell. Ja, ne, jetzt guckt er. Nein, der muss sich erst mal heilen. Oder so. Was haben wir denn da? Adrenalinspritze. Und... Machst du 100%. Munition, mehr nicht. Wie? Keine Waffe? Keine Waffe. Da, ich habe ihn gesehen. Jetzt guck da. Ja. Der guckt. Er weiß, dass du da bist. Ja, geil. Direkt tot, direkt tot. Ich will gleich reingehen. Ich will gleich reingehen. Der war alleine, sonst wäre er nicht gestorben. Reingehen, looten, was? 1,20. Ja, ich habe 1,20, wollte ich gerade sagen. Ich habe Zeit. Und danach in die Zone. Ja. Die Zone ist übrigens da beim Game Auto. Ja. Ja, ja, ich wollte aber kurz gucken, ob hier unten noch was ist. Aber ist ja Quatsch, wenn der schon oben drin ist. Ja, richtig. Äh. Sie sind hier aber ausgerastet, die Leute. Ja. Leg dich hin. Hat dich vor, danke sehr. Achtfachsucher. Ja, weil er erst keins hatte. Eine SCAR und eine SKS, die nehme ich lieber mal hierfür. 45. Und was? 7, na, hat er da, okay. 35. Alles gut, bleibe locker. Ich mache das so und pack den 8-Fach. Ich will nicht mehr mitnehmen bei der Zone. Nimm dir mal, hast du noch den Handgriff? Du brauchst, wenn es geht, den vertikalen Handgriff. Habe ich. Gut. Ja, unten läuft auch. Ja, ich kann nicht, ich, jetzt hat er die Waffe. Oh, oh, zwei Stück. Keine ist ausgenockt, oder? Oh Gott. Nee, dann ist ausgenockt. Was treibst du da? Kriegt ihn nicht tot. Ich muss los. Du solltest vielleicht, du sollst vielleicht Schmerzmittel nehmen, weil du gerade beschossen wurdest. Ich wurde gar nicht. Ich fielst du nicht so gut. Steht in die Zone rein und die Atelier in den Wien rein, noch. Mach ich gleich, bleib mal locker. Von rechts ist ja nichts, ne? Seht ihr irgendwas richtig? Ich gucke schon die ganze Zeit. Ich bin drin. Ja, bist du drin. So, jetzt nehme ich die Adrenalinspritze, oder was? Nein, erst mal Ende. Wenn du noch die Drinks hast, nimm die Drinks. Jetzt, das war es. Adrenalin gibt ja halt kompletter Ausdauer, weißtu. Ja. Also vor dir sind auf jeden Fall zwei Stück sind vor dir. Ja, die sollen sich erst mal kaputt machen. Weil ich habe ja dann den Höhenvorteil. Ja. Da hat der grüne Baum vor dir. Rechts, ja. Stimmt. Ja, da ist einer. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja gut, die links von dir ist auch noch einer gewesen. Ja, links von mir waren sogar drei. Das war ein bisschen bekackt. Ja. Ich würde sagen, es sind noch zwei Teams und Alex. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ein Dreier, ein Vierer und Alex. Ja. Ja, da. Direkt im Grünen, Alter. Ich könnte ihn wegholen jetzt sofort. Soll ich? Ja, aber dann gibst du dir dein Ding frei. Dann wissen sie, wo du bist. Solltest du nicht machen. Du kannst ihn nicht schwetteln lassen. Oh, scheiße. Das ist jetzt hier rumgekommen. Ach, ficken. Vierter. Drei Teams noch gewesen. Ja, Daxeter schreibt gerade, da war eine M249 drin, aber die benutze ich nicht. Also da lieber dann eine AK. Ja. Ohne scheiße. Wollte ich mal sagen, die ist richtig scheiße. Schade. Auf Distanz kannst du schon mit der Gutschnippung. Echt jetzt? Ja. Verarsch mich nicht. Den kannst du richtig gut snipern. Verarsch mich nicht. Du weißt ja auch schon, dass das dicke M4 ist. Ja, ich rede auch vom dicken M4. Mit dem Ding kannst du richtig gut snipern. Deswegen liegt mit dem Ding immer ein Absatzkupp da drin. Du verwechselst das jetzt aber nicht gerade mit Last Man Standing. Nein, nein. Mit dem Ding kannst du auf Distanz richtig gut schießen. Der ist doch voll. Ich glaube auch. Nein. Das haben wir schon so oft gehabt. Ja, dann hätte ich es mal nehmen sollen, wa? Aber war jetzt eh egal. Die sind rumgesneakt. Ich hätte nichts mehr gebracht. Obwohl ich habe ja gewusst, dass von der rechten Seite nichts kommen kann. Ich hätte einfach die linke abbücken sollen erst mal. Ich hätte links gucken können. Ja, aber das sind so Sachen, da denkst du... Vielleicht musst du ja nicht gut auf die Links hast du ja geschossen gehabt. Ja, aber da denkt man halt nie dran, ne? Ja. Ich bin halt dumm. Bin halt dumm. Ja, Mann. Wie ich auf diesen Sprung stehe. Wenn du richtig viel Anlauf nimmst und springst hier die Klippen runter, dann ist das so ein I believe I can fly Sprung a la Michael R. Jordan. Komme ich dann nirgendwo mehr hoch, oder was? Ey, ich komm nicht hoch. Scheiße. Komm schon. So. Shut up, blöd. Oh, dieses Mal hat's nicht geklappt. So. Wollen wir mal gucken, wo war. So, und diesmal machen wir nicht ganz so viel Scheiße, wa? Ne, diesmal machen wir es wirklich mal ernsthaft. Diesmal werden wir Erster, okay? Das war so. Also, das wäre es ja nicht, dass wir ernst spielen. Gucken, wie viel springen denn hier raus. Hier? Drei Teams sind hier rausgesprungen. Oder hier? Drei Teams, vier Teams. Nee, nee. Wollen wir krass zur Militärbasis? Ja, die jetzt auch gesagt. Da so, irgendwie so. Wo so, da so. Ja, machen wir. Wie viel sind noch drinne? Sind noch ein paar drinne. Du siehst nicht alle Spiele im Flugzeug, ne? Ne, ne. Und raus. Nein, nein, du siehst nicht alle. Ja, die wollen sicherts. Doch, du hast 25 links, dann 25 in der Mitte links, 25 rechts Mitte und 25 ganz außen. Du weißt was, zwei Sitz rein. Im Flugzeug sind drei Sitz rein, das weißt du, ne? Was? Im Flugzeug sind drei Sitz rein, nicht nur zwei. Und sind vier. Vier Sitz rein. Ja, vier, vier. Ach so, hat einer geguckt, ob der noch wäre? Naja, ich war mir gar nicht. Nein, bei Bauer. Genau, wollte ich sagen. Nein, ich gar nicht. Jeder ein Haus und das Filter nimmt keiner. Für den Selbstmord bin ich ausgestattet. Und dir so. Mit was? Was? Für Selbstmord bin ich ausgestattet. Ja, ne, ich habe eine UMP. Ich habe gar nichts. Also dich hat eine UC, aber ansonsten. Ich kann Ihnen einen Granataktieren. K98. Ihr kriegt auch alles, ne? Er steckt immer voll. Ja, Mann. Das ist viel mehr ein Vorteil. Oder als Hittenbonus. Hittenbonus. Ich höre schon was scheppern hier. Warte mal, wo war denn das? Was hast du denn da, Argo? Du hast auch eine Waffe in der Hand. Stimmt. Was heulst du denn eigentlich rum? Das ist wirklich ein Erschungssinn auf Distanz. Dafür habe ich immer noch nichts hier für, äh, ne, hier, äh, gucken. Du brauchst nichts zum Gucken. Ich brauch was zum Gucken. Da stand ein Sniper, das reicht. Hä? Aber da ist doch nichts drauf. Egal, brauchst du nicht. Nahkampf. Alter. Warum bringst du in die Häuser rein, in denen wir schon waren? Ich habe zwei Holos, die ich nicht benutzen kann. Ich habe zwei Energies und ein Holo. So, also nach vorne, dahin können wir nicht, weil da sind welche gelandet. Außer wir wollen streiten. Grüne Markierung, Abfahrt. Wir gehen tief. Ne, schade. Warum zur grünen Markierung? Hä, weil da ein Dorf ist? Weil die blaue Markierung beef ist. Genau. Und wir keine Waffen haben. Außer du. Ja, ja, außer ich. Du hast auch was. Ja, aber eine Schrotflinte. Was will ich mit einer Schrotflinte auf Distanz mit beef? Hättet. Äh, genau die gleiche Blödsinn wie den, den du mir erzählt hast. Kaputt machen. Schieß einfach auf sie. Bumm, bumm, peng, peng. Das Ding kommt gerade auf 25 Meter. Aber ich habe, ähm, war das gestern Mittag oder heute Mittag? Weiß ich gar nicht. Da habe ich jemanden verfolgt mit einer Schrotflinte. Also, der ist weggerannt halt, ne? Der hatte halt auch nicht viel, weil das war gerade in dieser Early-Phase. Und dann habe ich einfach so hinterher geschossen. Und es hat immer wieder was gesessen. Und das, also, das war dieser Film war... Mach ich mal 100. Mach ich mal 100 Meter. Ja. Mach ich weiter. Wenn du so auf Beef draufläufst, schießt du über 100 Meter. Jetzt habe ich auch was. Habe ich nur umfällig. Hey, dritte Klamotten. Da kann ich das hier denn nicht... Ach ja, da kann ich das verwenden. Na, perfekt. Kann ich nicht verwenden. Das sehen wir nochmal auf. Oh, nach der Scope. Alter, hast du? Ja, kann ich die geben. Aber ich mag das Achter gar nicht so. Ich finde das Vierer viel geiler. Ja, ich nehme das Achter nur wirklich für Weiteentfernungen. Ohne Scheiß, ne? Das Achter ist nicht schön. Ne. Das Vierer finde ich aber auch für Weiteentfernungen eigentlich ganz gut. Also, das ist so... Das Vierer ist schlecht. Aber wenn du ein bisschen mehr sehen willst oder so, ein bisschen sicherer sein willst, ist das Achter dann... Ja, aber hast du ja eben gesehen, mit dem Achter habe ich voll rübergeballert. Aber du meintest ja, weil ich angeschossen war, ne? Ja. Das kann sein, ne? Du warst ja vorher mit dieser Sniper von da unten, als du noch den Berg... Man sagt immer, wenn man angeschossen ist, sollte man Schmerzen enttönen. Ja, es geht. Kann es ja Achtermann halten, oder trotzdem. Aber das Vierer hat auch ein besseres Visier, wie das Vierer ist. Ja, das Vierer ist natürlich krass, ne? Ja, klar. Weil da kommt... Das ist ja halt nicht so diese Entfernung, die man schießt, sondern wie das Visier auch aussieht. Richtig. Das von der VSS ist gar nicht übel. Ich mag halt dieses Vierer, weil das ist so wie ARCOG. Ja, das ist ja im Endeffekt eins. Aber das ist zweifach, als man ankommt. Hier sind überall die Türen zu. Kann das sein? Ist hier keiner runtergekommen? Ja. Nö, da hab ich verfolgegeguckt. Ja, 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 ja. Die Einzigen, die bei uns gespawnt sind, sind die hinter uns. Genau. Gibt über jeder Zeit eine hinlaufen können. Jetzt mal ohne Scheiß, hier ist alles noch zu haben. Ja? Ey, da ist Britta, die Dorfnutte. Hier ist alles zu haben. Ich schmeiß meine UMP jetzt hier raus. So, welch mit dir? Ja. Fühlst du viel um P-Munition? Na, ich hab jetzt eine ARCOG gefunden. Ja, okay. Wann hat man zu schuss? So will ich jetzt raus? Hey, wo läufst du denn rum? Wie bitte? Wo läufst du denn rum? Ja, ich bin hier hinten. Sie sind gut aufgeteilt, ne? Ja, aber ich bin bei Britta der Dorfnutte, hab ich doch gerade gesagt. Britta! Hier ist Britta nicht. Wir sind drei verschiedenen Städten, das ist doch schön. Ja, da wird sich Team play. Das ist Team play. Da steht ein Motorrad an der Straße, kannst du ja mitnehmen. Naja, aber wir kommen doch eh gleich alle zusammen wieder, oder nicht? Ja, irgendwann. Oh, ein Viererskop. Ich weiß noch nicht, ob ich mit euch weiterspiele. Du auch nicht? Ich geh mal in Zweierrucksack. Ja, doch in meine Richtung müsst ihr ja so oder so kommen. Ja, das schon. Ich weiß noch mal, hier steht so ein Auto, wenn ein Motorrad geklaut wurde. Oh. Ja, hier fährt ein. Achso, ne, das ist Gummi. Das hab ich ja auch gemeint. Hier ist ne ballistische Maske. Falls jemand eine möchte. Hier völlig ausrastet. Hier ist halt eine übrig. Ey, das kann dir den Arsch retten. Rat? Ja, klar. Scheiße. Die fängt nichts ab. Was? Ich dachte, das bringt was. Nee. Echt nicht? Ihr verarscht mich. Nein. Nein. Das ist aussehen. Nein. Die heißt ballistische Maske. Ja. In Theorie kannst du auch einfach nackt rumrennen. Oh nein. Echt? Ja. Ich hab mich immer so gefreut, wenn ich so eine hatte. Weil ich dachte, jawoll, die bringt's voll. Echt? Das ist aber unrealistisch. Warum heißt denn das dann so? Weil es nur ballistisch ist. Ja, ballistisch heißt doch. Ach Mensch, Argo. Ballistisch sind. Nur mal die Masken, die Kugeln abfangen. Ey, hier kommen welche Gummi. Südlich. Südlicher Bereich. Südlich. Hallo. Ich wiederhole. Südlicher Bereich. Ich hab keine Auto, Leute. Südlich? Ja, südlich. Südlich? Südlich aus meiner Richtung kommt. Südlich hinter diesem großen weißen Haus. Oder in diesem... Ja, da ist noch einer. Da ist noch einer. Sind die in dem Haus? Zwei. 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 In dem Haus, oder was? Einer ist hinter... Ja, einer ist hinter... Ich hab geknallt, Junge. Alter, du hast mir in den Kopf geschossen, bist du behindert. Nein, hier ist der Typ. Ja, du hast mir in den Kopf geschossen. Scheiße. Argo, wir liegen beide. Ich weiß, wie weit ich wirklich von euch bin. Geil, der Sack hat mir ja mein Motorrad mitgenommen. Es war keine Absicht, dir in den Kopf zu schießen. Das sagst du nur so. Ohhhh, ich raste aus. Ja, jetzt halte die Ruhe. Bei mir ist nämlich einer. Naja. Argo, es wäre echt geil, wenn du jetzt Vollgas gibst. Ja, hier ist irgendwo noch einer. Deswegen will ich nicht so ganz so voll was geben. Oh, scheiße, ich bin hin. Wenn ich jetzt sehe, dass bei dir keiner ist, ich hau dich. Ach doch, hier ist einer langgelaufen irgendwo. Der wird aber schon bei euch unten sein. Ja, weiter nach links. Da zu den... Alex Vendetta hat dich endlich getötet. Steht das da? Du hast Vernix endlich getötet. Hahaha. Das war keine Absicht. Du bist aber davor gelaufen, als ich auf den Typen schoss mit der Tür. Naja, ich musste von dem Typen weg, weil er mich durch das Fenster abknallen wollte. Ja, und ich habe ihn durch die Tür abgeknallt. Naja, also er hat ja dich abgeknallt. Vor dir ging die Tür auf, Alter. Warum ist in dem Moment der Läufe drin? Einer oben, einer rechts. Zu scharfen. Oh Mann, es tut mir leid. Aber du bist mir davor gelaufen. Du hast doch gehört, dass er da ist. Ja, ich habe ihn auch gesehen, aber ich habe ihn durch die Maul nicht mehr gesehen. Dass er direkt am Rand steht an der Maul. Also es läuft nicht rund, ne? Es läuft nicht rund. Naja, ich sag mal, wenn man im Krieg seine eigenen Leute abknallt, dann läuft das da auch. Digga, du bist mir davor gelaufen. Ich habe es ja aufgenommen. Du kannst es dir gerne angucken, wie du mir reingelaufen bist. Ich habe nicht auf dich absichtlich geschossen. Ja, aber du war einfach wieder sinnfrei durch die Gegend, weil was. Niemals. Ich habe auf den Typen geschossen. Aber natürlich. Pass auf, Kukin. Heul nicht rum. Geht das aus mit First Person in der Runde? Nein. Nein, okay. Menschen töten. Was ist denn das? Es gibt eine neue Zeckenart, die eine Fleischallergie auslöst. Ah! Um Gottes Willen. Ja. Ich hätte nie wieder Fleisch essen. Ja, ich gucke gerade. Diese Zecke löst bei Menschen eine Fleischallergie aus. Warte mal. Zecken sind klein, aber gefährlich. Die neu entdeckte Zeckenart Lone Star löst eine ganz besondere Erkrankung aus. Sie macht Menschen zu Vegetariern. Hilly schreibt mir, Hilly schreibt mir gerade, ich habe es gesehen, Alex hat mit Absicht auf dich geschossen. Alter, dass Hilly sowas schreibt, ist so logisch. Hilly, du dämliche Fotze. Ich gucke doch gar nicht zu. Weißt du es? Anscheinend schon. Ich gucke dir zu. Bei Zecken denkst du automatisch an Borreliose oder Enzephalitis. Das sind nicht die einzigen Folgen, die ein Biss dieser kleinen Tierchen haben kann. Eine amerikanische Zeckenart löst bei Betroffenen eine Fleischallergie aus, wie Mediziner feststellten. Was im ersten Moment lustig klingt, ist in der Realität lebensbedrohlich. Lone Star, die neu entdeckte Zecke mit der Eigenheit. Entdeckt wurde die Zeckenart. Amblioma, Amerikaner. Oh, ist mir zu laut. Oh, ich bin rausgeflogen. Okay, okay, wo wollen wir hin? Den Rest lese ich nachher. Ich hasse dich. Da? Okay. Ich habe jetzt von Billy die Bestätigung, dass du auf mich geschossen hast. Alter, habe ich nicht. Oh, ich gucke es mir an. Ich werde es rauskopieren. Es war wenn nicht absichtlich. Du bist reingelaufen. Also, eine Kugel in den Kopf, ja. Also, das ist so eine himmliche Kugel. Wenn nicht mit Absicht. Aber das ist klar. Ich bin die anderen wieder schuld. Immer die anderen schuld. Immer die anderen schuld. Zecken sind nie toll, schreibt Matze P. Alter, in diesem Sommer, ich weiß gar nicht, wie oft ich Zecken hatte. Das war so extrem. Und du hast es ja mal richtig übel gehabt, ne? Gummis? Ich habe Boreliose gehabt, genau. Ja. Weil meine ganze rechte Körperseite war gelöst. Und dass du in Zecken bist? So durch in Zecken. Aber am gefährlichsten... Und mein... Ja? Ja, der... Ne, mach du erst. Mein Augenblick nicht mehr bewegen. Ich konnte meinen rechten Mundwinkel nicht mehr bewegen. Alles, was ich getrunken habe, ist wieder rausgelaufen. Ich musste mit meinen Fingern meine Augen, mein rechtes Auge schließen. Und das ist so ungetönt. Ich habe jetzt auch immer noch Nachwirkungen von dem Scheiß. Inwiefern? Zum Beispiel Gesichte... Ich sag mal, bestimmte Gesichtsmimiken mache oder sowas. Dann sieht man das, dass ich... Zum Beispiel lachen. Das sieht man bei denen nicht. Freude, das kann man bei denen nicht erkennen. Vorher. Ja, das ist leider so Standard. Ne, wenn ich zum Beispiel grinse, dann geht mein rechtes Augenlid runter. Ah, okay. Und das hast du vorher nicht, oder was? Das hatte ich vorher nicht, genau. Das kommt zum Beispiel davon. Na, das ist verfickt. Ich kann froh sein, dass alles so ist, wie es jetzt ist. Ich bin immer noch wunderschön. Aber ich sag mal, das ist auch alles nur durch die Elektroschocktherapie, die ich damals bekommen habe. Die meine ganzen Muskeln wieder aufgebaut haben. Ansonsten... Also, das sah schon ziemlich schlimm aus. Meine rechte Brust, die Brustmuskeln hingen runter. Die Wadenmuskeln, Oberschenkelmuskeln und meine ganze rechte Gesichtshälfte hingen alles runter. Für uns fetten da draußen mal ganz kurz Brustmuskeln, ja? Das sind die Sachen, die ihr nicht kennt. Oh, das Auge, ich muss schießen! Hi! Matze P schreibt, Zecken sind nie toll. Und dann hat er gesagt, ach, solche Zecken. Und jetzt hat der Hilbidi geschrieben, hatte noch nie Zecken außer die vom Einkaufsladen sitzen und Bier trinken. Ihr seid so scheiße. Also, meine Tochter war dieses Jahr, ich glaube auch drei oder viermal wurde sie von der Zecke gebissen. Ui! Ja, ja. Aber wir haben immer Glück gehabt, das war das nämlich, was ich sagen wollte. Nämlich die Zecken, die im Bauchgegen, bei den Beinen und so weiter sind, die sind gefährlich. Sie hatte immer welche oben auf der Kopfhaut. Und die sind gar nicht so gefährlich, weil oben auf der Kopfhaut ist das Gewebe nicht so krass durchblutet. Und dann können da, und es waren auch nur ganz, ganz kleine Mini-Babyzecken. Wir hatten auch voll das Zeckennest im Garten. So, meine Katze war da drin und die sah dann aus wie eine Zecke. So, die brauchte nicht mehr laufen. Und die hat sich auf den Rücken gelegt und die Zecken sind losgelaufen. So voller Zecken war die. Schon ein bisschen fertig. Also, es war echt eklig, ohne Scheiß. Du konntest die Katze durchkämmen und du hast einen ganzen Kamm voller Zecken mit einmal durchziehen. Aber können vielleicht mal die Leute im Stream, ja, mal sagen, dass ich den Gummi nicht absichtlich erschossen habe. Außer Hillbilly, der zählt nicht. Der soll die Fresse halten. Gehen wir da unten auch noch hin, da bei den Silos? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh, es wird schon ein bisschen enger, ne? Wir bräuchten schon bald wieder mal ein Auto. Oh. Ja, der Kreis ist diesmal ziemlich beschissen. Ja, deswegen finde ich, ich scheiße aufs Looten und renne erstmal weiter. Ja, also such erstmal einfach an der Straße, am Straßenrand irgendwo ein Auto. Dann hat sich das schon... Ja, da hinten ist ein Datsch hier, alles gut. Dann können wir da unten looten. Dann fahren wir los, wenn es so weit ist. Und 40 Leute schreiben gerade nein. Gummi ist reingelaufen. Danke, danke, vielen Dank. 40 Leute. Wann hast du... Argo, ich kann dich gerade leider nicht hören. Tut mir leid, ich weiß nicht, was du... Das war das erstmal gut, 40 Streamer auf einmal hast. Aber das war schön, ne? Äh, 40 Streamer, äh, 40 Zuschauer. Das war schön damals, weißt du noch damals? Ja, Anfangszeiten halt, ne? Als du noch populär warst. Damals, pop, 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 populär. Damals hast du noch einmal am Tag das Streamtas. Oh, das war, das war eigentlich eine gute Zeit. Ja. Dreimal am Tag, jeweils sieben Stunden. Ja, wo ich noch keine Frau und Kinder hatte. Mein Gott, war das eine gute Zeit. Haha, bam! Ja, da erinnerten sie sich gerne dran zurück, ne? Absolut. Ich brauch was Visieriges. Hier liegt, glaub ich, irgendwo ein Rotpunkt. Würde ich nehmen. Glaube ich, ich weiß nicht. Würde ich nehmen. Du steckst dir doch eben alles ein. Also ich hab einen Rotpunkt und einen Viergang. Könnt ihr mal einen Rotpunkt abgeben? Ja. Du hast doch gesagt, hier liegt eins. Dann brauchst du doch keins abgeben. Ne, ich dachte, da liegt irgendwo eins. Doch, ich hab eins gesehen. Ne, war oben noch was, was es sich lohnt oder nicht? Äh, oben? Ja. Äh, oben? Äh, nein, oben gar nichts. Warum liegt es uns immer raus, wenn ich halt gar nichts? Oh, hier ist ein Dacia. Da habe ich doch gesagt, da ist ein Dacia. Aber es dauert aber eben wieder Ewigkeiten, bis der Kreis zugeht. Ja, ja, aber wir sollten uns trotzdem, wir sollten nicht so lange warten und noch im Nuller-Bereich hier looten gehen, sondern dann uns echt auch machen. Gumi hat aber auch ein Auto, wie es aussieht, wa? Ja, ja. Ja, es kommt der fett Motorrad. Aha, gut. Du hast den Dacia, ich komme. Ja. Auto? Das ist... Stimmt. Ist bei uns? Ja, ja. Zwei Kills. Da muss irgendwo noch einer sein. Kann nicht sein. Doch, die waren nicht direkt down. Ja, das stimmt. Äh... Er hat recht. Aber der muss ja weiter... VSS. Aber der muss ja weiter weg sein oder so. Kann sein. Keiner mehr. Aber du hast recht, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Es... Ey, haben wir jetzt irgendwo hier mal eine Visierung für mich? Holographisch ist nämlich das erstmal. Hier, komm her. Wo bist du? Hier. Hier. Perfekt. So, dann lass uns mal losfahren. Jeder ein Auto oder was? Es wird lustig. Ja, komm, wir fahren mit zwei. Nee, komm, ich fahr mit, sonst kann ich keinen Drive-By machen. Okay. Äh... Notfall. Ja... Gut, dass wir die gehört haben, ne? Ja. Aber ich habe nur noch 26 Schuss. Nein, er hätte da noch irgendwo sein müssen. Für AK? Ja, für AK. Gebe ich dir gleich 80. Wie hast du... Ooooooh! Ooooooh! Scheiße. Ja, ich habe 180 Schuss AK. Ohne, dass du es brauchst, oder was? Ich brauche auch nur 100. Ich nehme für den Sniper nicht mehr als 100. So, hier zu dem blauen Punkt, ne? Einfach dem blauen Punkt folgen. Ja, ich wollte nur angemärkt haben, unser Auto ist halb kaputt gegangen dadurch. Ach, Quatsch. Alles gut. Was für eine kranke Scheiße. Wolltest du gerade in die Karre fahren, oder? Ja, ja. Genau, er wollte dir in die Karre fahren, genauso wie ich dir in den Kopf schießen wollte. Ja, aber genau die selbe Situation. Ich sag ja, ich guck's mir an. Er ist definitiv in dein Schussfeld gelaufen, steht hier. Jetzt ohne Scheiß, guck in den Stream. Nö. Steht da. Nö. Steht da. Nö. Steht da. Den hast du auch geklaut. Den hast du auch geklaut. Argo, kannst du dich mal umnehmen? Ich kasse diese Wege hier, hey. Hat der auf den Motorrad gewechselt? Hat er. Hat er. Hat er. Oh shit. So. Rechte ab, würde ich mal sagen. Lebst du noch, oder was? Ich lebe noch. Dreh um. Ey, der hat doch keine Energie mehr, oder nicht? Ja, oh Gott, der ist voll. Guck links. Rechts kommt ein Auto. Ja, ja, direkt vor uns. Ach du Scheiße, diese Wege hier. Nein, 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 nein. Ich seh keinen Gegner. Wo ist er? Da ist er. Da fällt ein Motorrad. Warte, ich komm raus. Ah, der ist zu schnell. Der ist zu schnell. Oh Scheiße, jetzt stand er. Ich hab ihn angehalten. Ich hab ihn schön verknitten. Ich bin einfach hinten rein geknallt in die Bude. Da biste ich wo mein Loot. Sehr geil. Das war echt witzig. Da bleibt der Typ einfach stehen. Ah, hier, ja, ja. Ich wollte noch Munition, Argo. Du wolltest mir noch was geben. Hier. Leg hinter mir. Hinter mir nicht die 5er Munition. Äh, die 6er, 7er Munition. Oh, auf uns wird geschossen. Auf uns wird geschossen. Das Auto, was an uns vorbeigefahren ist, das schießt er auf uns. Das Auto, was an uns vorbeigefahren ist, das schießt er auf uns. Guck mal zum Dacia. Ich hab die Munition. Ich hab die Munition. Ich hab die Munition immer noch nicht. Die liegt an der Leiche jetzt. Da oben. Ich hab sie. Ja, genau. Alex. Hi. Komm ran. Ja, ich bin da. Die Zone kommt gleich. Alter, was schreibt ihr da? Hätte mir ein Head gegeben, ne? Da kommt wieder ein Auto. Na, ich mich auch. Ja, ich mich auch. Oh, durch. Ne, gut. Erstmal. Von links. Ich bin down. Hey Hofer! Ich seh dich, ich seh dich. Hey Hofer! Warte. Einer zieht von rechts auf mich. Äh, genau von E. Und einer ist, äh, bei 330. Oh, ich komm nicht ran. Scheiße, vergiss es. Okay, mach das. Nee, komm, du schaffst das. Du kannst uns hier retten. Jo! Ah, nee, da oben. Ich seh ihn gerade. Hinterm Baum, hinterm Baum. Er kommt, er kommt. Oh, nein. Er schießt auf uns. Nein! Nein! Rette mich! Rette mich! Rette mich! Nein! 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 Er ist so ne feige Sau. Er hätte uns alle retten können. Ich hab ihn gerettet. Gar nicht. Ich kann schon recht wenig, ne? Ja. Ja. Aguel, das war böses Teamplay. Du hast uns sterben lassen. Du hast uns nicht beschützt. Ich kann euch da nicht mehr helfen. Ich kann euch da nicht mehr helfen. Dir ist nicht zu helfen, mein Freund. Dir ist nicht zu helfen. Ich kann euch da nicht mehr helfen. Tut mir leid. Wie ihr sich auch gleich in den Stein schmeißt. Ich hoffe, du hast ne Platzwunde. Ja. Ich hab nicht meinen Helm an. Oh Mann, ey. So ne Kacke. Guck mal, da laufen voll die Dosen. Aber die kann man auch nicht wegschießen. Das ist voll traurig. Das ist aber geil. Kommt ein Auto. Motorrad. Wir suchen dich. Ja. Hier ist er! Was war denn das jetzt? Ich wollte nur sagen, wo ich bin. Ja, du musst noch weiter, ne? Ja, mein Freund. Ich mach das gut. Wie rennst du denn? Wo willst du denn jetzt hin? Oh, die Zonen muss ich ja da lang. Ja, wollte ich gerade sagen. Guck mal, der blaue Button von mir, der ist immer noch nicht so ganz verkehrt. Kannst du als Orientierung gut nutzen. Ja, ich bin aber auch einfach die Karte. Ist sinnvoller. So, wenn du jetzt, ne? Wenn du jetzt Erster wirst, dann hasse ich dich. So, die Motivation sollte dir eigentlich reichen. Ich werde nur Erster, wenn du disconnectest. Am Anfang des Spiels. So wie du sonst immer. Ja, genau. Wie ich bei Last of Standing. Wie soll denn, wie soll denn er bitte Erster werden? Ah, gut. Ich bin schon Erster gewonnen. Ja, das kann ich. Ja, aber er doch nicht alleine. Ich meine, guck mal. Ihr hast kurz. Das ist das Einzige, was er kennt, ist weglaufen. Ja, aber guck mal. Jetzt hindern wir ihn ja nicht mehr daran. Also, wenn ich von zwei Seiten abgeschossen werde, dann werde ich keinen mehr helfen. Hier, ihr müsst mal kurz alleine weiter streamen. Ich muss mal kurz pissen. Okay, tschüss. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Erstmal ein bisschen drehen. Ja, ich lasse diese, dieses Spiel. Thomas hat gar keine Hupe. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Ich muss schon hin, da hinten. Und jetzt ist er weg. Oh, falsche Tasse gedrückt. Wuhu! 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 Ja, ich vergesse immer Leertaus nach hinten. Oder nach vorne und Steuerung nach hinten. Oder sowas. Oh, der hat sich geballert. Links ist einer. Der hat dich direkt angeguckt, hat er dich. Da, da, da. Da, da. Da geht's auch noch an. Der ist alleine. Hat sich hingelegt im Rasen. Da, da. 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 Das ist praktisch schnell. Rechts, 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 rechts. Oh, das ist zwei. Nein! Ah, bin ich ja rechtzeitig wieder da. Ja. Wenn die von richtig gehen. Er ist allein, ne? Er ist allein. Ich wollte eigentlich nur, dass du drauf gehst. Er ist allein, ja. Ich weiß nicht. Gummi wollte nicht Gummi rammen, aber Alex gelte mit Absicht Gummi. Was sind das für komische Leute im Chat? Ich glaube, ich muss die mal bannen. So, können wir jetzt einmal gewinnen? Machen wir schon mal der Rauter in deinem Stream, dann alles easy. Dann haben wir aktiven Chat. Wie, wie sollen wir bitte mit einem die Argo gewinnen? Ja, eigentlich hat... Wer hat das nicht mitgelebt? Ich mache Argo mal wieder leiser, der ist so laut. Äh, ich, ich, äh, ich mute Argo mal. Der ist so laut. Ähm, ne, was wollte ich denn gerade sagen? Äh, äh, äh. Eigentlich hatte Argo ja alle seine, seine Lasten abgeschnitten. Nämlich, wir waren ja tot. Das ist ja das, was ihn eigentlich daran hindert, zu gewinnen. Naja, aber leider hat mich der Tote trotzdem angehindert. Ich dachte, das ist nur einer. Mein Gott. Argo, immer diese blöden Ausreden. Ich kann sie nicht mehr hören. Ich kann immer nur hören, was du nicht kannst. Ich kann genug. Nichts. Ich kann genug. Nichts. Also, wenn ich nach unten gucke, sehe ich keine Tätten und denke, boah. Hey. Was soll das? Was soll das? Rassist. Ich, ich kann mich stolz sagen, ich kann meinen Schwanz. Du kannst deinen Schwanz sehen? Ja. Da, da freue ich mich aber für dich. Ja. Ich kann was, was du nicht kannst. Was? Ich kann meinen Schwanz sehen, aber hallo. In 1080p. Jawohl. Nicht schon in 4K. Aber auch. Was soll denn? Also, jetzt mal ehrlich. Meinst du, ich bin so fett, dass ich meinen Schwanz nicht mehr sehen kann, du Hurensohn? Fick dich, du dumme Schlampe. Boah. Ich glaube, ein bisschen zurücklehnen geht doch. Mein Gott. Wollen wir da hin? Ja, aber Militär oder was? Da gehen alle hin, ne? Ja, das ist witzig. Ja, das ist Militär. Okay. Ich gehe in die großen Lagerhalle. Ich gehe direkt da in die Mitte rein. Du meinst da, wo nix ist? Da, wo die drei dicken Häuser sind. Ah, du bist schlecht. Da, wo der größte Kackhaufen ist. Da, wo alles ist. Da, genau. Genau dahin. Ich sag dir, da wo alles ist. Bloß kein Blut. Habt ihr euch mal umgeguckt? Sind viele hier? Weil. Im hinter uns. Sind welche hängen von mir? Welche über mir? Welche über mir? Also eigentlich sind... Also es sind schon ziemlich viele. Mhm. Macht schon Spaß, sagst du. Ein Team, der ist bei uns. Ja, es sind so drei, vier Teams sind es auf jeden Fall. Geht ihr zu einem Tau? Oh scheiße, scheiße, scheiße. Kommt direkt bei mir runter. Mhm. Na, er musste vor ihm ne Waffe kriegen. Ja, es ist so. Oh Gott. Drei Leute, Alex. Kann ne Waffe. Mach Hände. Bei mir sind die Textur nicht klar. Mach was. Ich klicke mich einfach hier irgendwie durch. Ich sehe nichts. Ich hab ne. Ich hab ne K. Scheiße, was soll ich mit ne K? Oh, lass, 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 lass. Oh, leck, leck. Da sind schon welche drinne bei dir, Agu. Da wird schon geballert wie blöde. Oh! Jo, er weiß einfach instant, wo ich sitz. Er kann schießen und weggelaufen schießen. Alter, ja, aber der hier auch, man. Hurenkind. Ich bin hin. Ich bin bald hin. So, dann gucken wir mal, was der Gummi so treibt. Jawoll! Instant! Alle tot! Er macht halt einfach genau dasselbe wie wir. Ja, aber guck mal, wie geil das war. Platz 28. Ging ja voll schnell. Wir sind nicht schlecht. Also... Puh. Läuft. Alter. Darauf können wir aufbauen. Wir machen das jetzt 27 Mal. Alter, warum muss der das eigentlich hier mit dieser Scheiß-Lobby immer so blöd machen? Kann mir das mal einer erklären? Dass er dreimal laden muss? Ja. Habt ihr solche Kack-Rechner? Ich mach das einmal und drück auf Ready und warte auf. Ja, nein, ich meine, dass er die Lobby noch mal so lädt. Und danach geht er wieder zurück. Genau, genau. Warum macht er das? Ja, das dauert doch nur eine Sekunde. Ja, das dauert nicht lange, aber warum macht er das? Ja, es geht ja darum, dass er es dreimal macht. Weiß nicht, um das spielflüssiger zu machen oder um Veränderungen neu zu laden oder was auch immer. Hör doch mal auf, einfach rumzuheulen. Hör doch mal auf, rumzuheulen, Argo. Du Typ, der seinen Schwanz nicht sieht. Du hast doch mit solchen bösen Vergleichen hier angefangen. Also schlag ihn in die Fresse für jeden fetten, was du erzählst. Ne, nur für dich. Alter, der wird so frech, Gummi, ne? Der wird so frech. Ähm, weißt du, worin das liegt? Wo ist der Hurensohn? Wo ist er? Da ist er. Ich will vollkommen laden. Nimm das, Schlampe. Oh, ich muss nachladen. Freut mich, worin das liegt, Alex. Man muss halt einfach... Und da hinten noch ein paar verbrennen. Ja, nehmt das, ihr Molli. Fotzen. Brennt. Dann müsst ihr doch jetzt das Flugzeug brennen, oder? Ja, es brennt. Oh, das war's. Das war nicht lang. Oh. Ja, bin ich dafür. Komm gleich hier vorne. Alles gar kein Problem. Da hauen wir rein. Ja, auf die Plätze. Fertig. Und runter. Los, jetzt. Aussteigen. War ich noch nie. Da ist rein gar nichts. Da ist rein gar nichts drin. Das ist Derry Sober. Ich hatte hier schon eine SKS. Ich hatte eine VS. Ich hatte eine AK. Und? Außer Tim ist hier ein Typ mit uns runtergesprungen. Und alle so Mimimi. Ein Typ. Ne, hier ist ein ganzes Team. Okay. Ist hier nur ein Typ? Ja, kommt weiter oben. Tja, müssen wir äh, diesmal nicht verlieren. Okay, ich kann hier mit der Brechstange erstmal eine reinhauen. Das ist gut, Alex. Ja. Ich kann einfach die Mitte halt direkt mit der Pumpe übern hauen. Okay, ich hab mal Revolver. Immerhin etwas. Ja, das ist ja wenigst. Ich auch so. Er hat mich gedowned. Ist nicht dein Ernst. Ich komme. Mit einer Pistel. Mit einer Pistel. Er schlägt mich. Er schlägt mich. Er will mich totscheiden. Los, Argo, hin da. Ich komm doch schon. No, please. 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 No. Er nutzt ihn. Geht das? Wo ist er? Hinter dem Brunnen. Du hast eine Raffe gehabt? Ja. Ja. Alter, er schießt doch nicht immer gegen die Mauer. Drück doch einfach mal v. Er ist down. Er liegt. Ich hab ihn ausgenockt. Hab ihn getötet. Ja, da kommt einer, glaube ich, hinter uns noch. Kann das sein? Hier so links. Irgendwas ist doch hier gerade lang gelaufen. Ne. Ja, tolle Wurstgummi. Warum machst du denn sowas? Ah, das ist cool. Das ist cool. Zieh durch, zieh durch, Junge. Auf Argo schießen. Warum machst du eigentlich eine Waffe, Argo? Weil ich den Typen gerade gelötet habe. Hatte der die Schrotflinte oder was? Nein, die Schrotflinte habe ich. Liegt eine Uzi. Hättest du nicht schneller Gummi retten können? Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte. Ja. Okay, ich habe ein Moppet. Willst du mit? Liegt hier nirgendwo irgendwo was anderes noch? Ja, ich komm mit. Ich habe nur einen Revolver bis jetzt. Ich habe eine Kanata. Ich bin zufrieden. Hast du nicht gesagt, irgendwo gibt es noch eine Uzi? Äh, ja. Wadammer. Wadammer Harder? Äh, gegen den UMP. Was? Und eine Uzi. Okay, will ich, will ich haben, UMP. Ja. Ist mir echt Glück Munition dabei. Ja, wo, wo, wo? Ah, da. Da, auf den Kissen. Sind hier zwei Motorräder? Na, ist ein Moppet, habe ich mitgebracht. Oh. Da bin ich blind. Und hässlich. So, los, lass uns fahren. Warte mal, wir müssen... Oh. Ah, vorn! Wo, wo? Direkt vor, an einem Stein, an einem Stein. Oh, lass mich durch, du Blockerbande. Kommt recht. Rechts, 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 ist da recht. Ohren, Kind. Ich habe noch drei Schuss. Äh, ich brauche man da. Ah, da brauche ich noch. Natürlich reicht. Also, ich habe drei Schuss. Okay, also, ich rutsche ihn, habe ich jetzt. Bereit? Oh Gott. Okay, das wird jetzt eine harte Fahrt. Schnall dich an, Baby. Oh Gott, wir sind tot. Wir sind so tot. Realistisch ist es? Wir sind so tot. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir können so, wir können so. Und tot. Uh. Ruhig bleiben. Ich kann das. Und, äh, und jetzt? Warte, ruhig bleiben. Ich muss das Motorrad kurz wieder unter Kontrolle kriegen. Und jetzt! Vollsprung! Yeah! Ich lebe noch. Alles gut. Warte, ich brauche mal kurz, ich brauche mal kurz Energie. Ich habe nichts zu weinen. Ey, ich fahre! Runter da! Ich fahre! Runter da! Ich fahre! Runter da! So, los! Weiter geht's! Ey, ich habe so knapp an deinem Kopf gerade vorbeigeschossen. Achso, wollen wir hier unten noch mal kurz Energie looten, oder wie sieht's aus? Ja, looten mal. Lass mal looten. Ich brauche Munition. Ich trinke einfach einen Energy, das füllt ja auch die ganze Zeit permanent Energie auf, ne? Ja, ja, solange du Energie hast. Der gelbe Balkon, solange der aktiv ist. Warum hast du unseren Motorrad schon wieder umgebrochen? Ich habe einen AK gefunden. Das ist schön. Dann haben wir aber nicht gewonnen. Wo bist du? In welchem Haus? Ah, da warst du schon da drüben in dem Braun? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie ich noch rausgebrochen. Also ist Prozent-Termin. Sichel... Auch so nett. Weiß ich. Gut. Wurde wir es nur noch mal gesagt haben. Sichel ist nur richtig witzig im Early-Fight, wenn die Leute noch gar nichts haben. So und... Also ich hatte schon so einen Fight mit zwei Leuten mit der Sichel, ne? Es war witzig und macht schon Spaß. Aber der hat mir direkt den Kopf gegeben dann. Also einen habe ich gelegt und der andere hat mir direkt den Kopf gegeben und dann lag ich. Also wenn du eine UMP siehst, bitte einmal an mich. Ne, ich habe doch eine UMP. Nein, wenn du eine siehst, mir bitte Bescheid sagen. Wir müssen jetzt mal los, wo ist denn das Moped? Da ist das Moped. Ich stelle das schon mal hin. Ja, wir haben noch eine Zeit. Ich fahre noch eine Zeit. Ich fahre noch gar nicht ganz schön. Wie steht aus der Demotiv? Du kennst du durch dich zu sterben, deswegen fahre ich mich mit dem. Okay, ich fahre mit dem Moped. Äh... Ja, warte mal. Ich muss das Moped mal kurz hinstellen. Moped stehst du mal? Okay, Moped. Komm, wenn ich alleine fahre, dann mache ich saltos und so. Und ich habe nie Probleme. Ich habe es einmal gemacht. Herzrasen wie sonst was. du hast doch gesagt du fährst ein jeep ja ich halt dir nur schon mal den arsch frei ich bin abgetaucht ich bin voll rein in die brücke ich wollte es mal ausprobieren ich bin noch gar nicht im bereich dachte ich wäre schon wenn ich am wasser bin auf ich dachte wenn ich am wasser bin dann schaffe ich das gesehen ich habe geschmiert bin gerade woher weißt du dass er dass du der hässliche bist es ist echt frech ne aber dafür kannst du deinen schwanz sehen ist ja alles gut ich schieße ihm ins gesicht mit meinem nicht vor allem schwanz ja hub doch da drüben du affe lasst mich doch im stich ich komme mit dem ding jetzt darüber gefahren ja weiß ich nicht wo denn muss es dann flach genug ich glaube mit dem geht es nicht zu langsam du kommst du kommst du schaffst du es kommen geschaffen das hat ein rad ich wollte mit bitte zum blauen punkt vielen dank das muss allrad haben was ist das sonst für ein jeep hat front ja wasser statt wie heißt eigentlich die wasser statt einfach nur ruines ne ja wasser statt hat keinen namen ok was war denn das bitte lasst uns hierhin hier ist voll seriös wo das meinte ich eigentlich nicht aber ok da kommt auto hinter uns und davon wo wir von wo wir kamen abgetroffen noch mal getroffen ich hab keine munition hast du es gesehen Gommi voll gut ja man ja weil ich die blutig geschossen habe die panikmacher alter sind die geflogen und das hier auch kein schwein mann war das witzig wo habe ich gelacht zwei dreimal die getroffenes blutet immer mal da hinten raus brauche ich das noch kann ich noch nehmen ich hab so viel Müll dabei ich hab mich mal heilen ach das wollte ich auch nochmal nochmal den hier aber verband bringt echt gar nichts ne ach das ist so zum quatschen 16 mal heilen du scheiße was wohin du noch gegangen ist Arschloch. Hurenkind. Ich treffe ihn nicht. Das sind auch mehr als 100 Meter. Was? Ich habe noch 10 Verbände. Also ich wollte ach so irgendwas dickes an verband ja ich bin drin aber ich habe kaum noch energie haha idioten hup mal idioten ja ist gut ja ist gut ja ja egal wie es nervt immer ja hier lasst uns dahin warum sieht man meinen blauen fleck nicht warte mal jetzt 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 klar warum kann man sich eigentlich nicht wenn man im auto ist heilen also ich als beifahrer wird auch sinn machen 300 km h über 300 der wenn er dann fliegt und sonne agro hast du eigentlichen verbandskasten ich habe eine kiste eine kiste muss man selber behalten so wir sind da hier unten links das haus kommen schon hier rüber und ich habe mich erst mal ewig lange gibt es eigentlich ein shortcut fürs heilen 7 8 9 6 ist gar nichts 6 ist gar nichts kommt darauf an du hast das für schmerz hüllen hast du 6 glaube ich denn jetzt mit links lieben first aid kit ist 8 bandagieren ist neun und die sanitätertasche ist glaube ich neu ich glaube du hast die sanitaschen sind sieben ich glaube sechs ist einfach nur gar nichts okay vier bandagieren habe ich noch hier ist ja die du musst mal gucken bei youtube gingerbread man oder sowas gingerbread man der trailer da ist der lebkuchenmann und der tötet frauen und hier ist ginger das ist mega witzig nö nö guck mal du musst mal von mir eine million kriegen nö ok nö nö ok ich ich tarne mich als scheiße nö das brauchst du nicht zumachen das wissen wir schon kein platz mehr in dem fall es kommt voll mit null ja ich bin voll getarnt man da steht es auch Ich habe halt nur ein Rotlicht-Visier. Achso, ein Rotpunkt-Visier. Hast du irgendwas mit Suchern? Vierer oder sowas? Ich muss da auch lassen, dass jetzt gleich ein paar Freier kommen. Mehr als eine Schuldfindung habe ich nicht. Scheiße, dann geht es dir ja genauso gut wie mir. Aber ich könnte dir die OMP dann geben, damit du überhaupt was hast. Die OMP habe ich 300 plus. Dann gebe ich sie dir doch, oder nicht? Ah ja. Hast du noch was anderes? Ja, ja, die AK, sage ich doch. Dann kann ich die noch AK-Modik schon geben. Ja, Mensch, dann machen wir das doch. Warte, ich komme rüber. Komm du in meine Richtung mal, damit wir mal nicht so viel Zeit verlieren. Komm du in mein nächstes Haus. Ah, hier dieses Sumpfgebiet, das war das, was im Trailer damals war, ne? Von Player Unknown. Ich kann mich dran erinnern. Ich würde schön in den Sumpf reinlegen kommen. Ja, das geht nicht mehr, ne? Du stehst neben mir mal auf. Ich habe dir überhaupt keiner mehr gesehen und du konntest alles sehen. Agu, mein Gott, warum muss ich dir denn jetzt die ganze Zeit hinterher laufen? Ich sage, ich gebe dir eine Waffe und alles. Alter, halt deine Fresse, du Fotze. So. Hä, warum kann ich es nicht rauslegen? Ich kann es nicht rauslegen. Warum kann ich es nicht rauslegen? Ach, jetzt. Und die auch raus. So. Und du wolltest... Was, deine Mütze wieder? Ne, brauche ich nicht. Du wolltest mir Dings geben. Du wolltest mir AK-Munition geben. Ja, 60. Irgendwas für AK hast du noch? Äh, hast du nicht, ne? Ach, Alter, ich habe das Ding nicht gelegt. Was? Jetzt habe ich die Open-Pier-Auswärts nicht gelegt. Das, das, okay. Okay, wir müssen eh weiter hoch, ne? Scheiß Haus. Mit AK-Munition. Seltsam, AK-Munition. Okay, noch was? Noch ein Revolver. Deswegen auch AK-Munition. Ja, ja. Wusste gar nicht, dass ein Revolver... Ich bin mit Scheidämpfer. Wusste gar nicht, dass ein Revolver mit Kalaschnikow-Munition funktioniert. Ja. Mir fällt nicht so viele Munitionstypen hier, ne? Ist denn Lars mit Standing nicht anders? Ne, ne. Ich glaube, noch vier Munitionstypen. Okay, wir sind schon drinnen wieder im Bereich. Links Auto? Irgendwo? Rechts geschossen, links Auto. Jetzt ist das Spiel wieder viel zu leise bei mir. Ich könnte kotzen. Ja, oben offen. Ja, und ich weiß nicht, ob ich da gerade was am Fenster gesehen habe. Ich geh mal hin. Wenn ich jedes Mal einen Euro dafür kriege, wenn du über den Sound rumhalst, wer ich bin und der. Ja. Aber weil ich das halt so scheiße finde, dass man das so schlecht dosieren kann zwischen Discord und dem hier. Dann musst du halt gucken, wie du deinen Discord eingestellt hast. Ja, das Problem ist, dich mache ich immer leiser und du wirst immer wieder lauter. Weil dein, aber wegen deinem scheiß Mikro. Hier ist eine Zweierweste drin. Eine Zweierweste? Ich habe nur eine Einser. Wo war die? Nebendran drin. Hä, da war ich doch drin? Habe ich gar nicht gesehen. Da warst du drin, dass du die Tür wieder zuckst, wenn du so raus bist? Hä, wo sag ich? Nein, nein, nicht halt drin. Hier, hier, in der Hütte. Achso, aber warte. Okay. Links drin. Da war ich nicht drin. Ne, ne. Sehr schön. Ach, ja. 34 noch im Leben. Ich, ja. Wir sind zwei davon. Wie bitte? Wir sind zwei davon. Ich laufe in den Büschen rum. Ich lege gleich einfach in irgendein Busch rein. Rechts von uns, Gegner. Auf E, 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 E. Genau, E. Komm, wir müssen laufen. Ja, die haben uns gesehen. Dich haben sie vielleicht gesehen, nicht? Dich haben die auch gesehen, glaub mir. Nein, nein, ich bin hier versteckt. Ich kann niemand sehen. Okay, aber die trauen sich selber nicht zu uns ran, das ist schon mal gut. Ich kann hier niemand sehen, wo ich bin. Ja, okay, ich bin schon. Wir sind bei E60 jetzt, E75. Leider habe ich ja keine Visierung mit, 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 äh, Dings hier, sag schon. Ja, mit, 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 mit Zoom. Ja, ja, ich kriege ich mich, ich kriege ich gerade an die. Was machst du da so? Machst du hinterm Heuballen, ne? Ja, ja. Ich muss gar nicht, dass man ganz langsam kriechen kann. Leise ist. Auch mit SDRG. Wann ich schon in den Heuballen gewesen? Wie bitte? Die, die du gesehen hast, waren ich schon in den Heuballen gewesen? Ne. Wenn ich nicht weiß, wie weit du da guckst, mit 60, 75. Ich höre es klein. Ich glaube, ich sehe es auch. Also ein. Schnell, bauen Arc Shield auf. Das war so einfach. Ja, ja. Ich habe es jetzt hier vorne an den Stein, ich kriege rüber. Ich hoffe, dass mich kein Schwein sieht. Aber du bist zu weit weg, ey. Ich gehe die ganze Zeit durch die Gegend. Ja, aber guck mal, wo, ach so, du bleibst da jetzt in den Kreis. Du hast schon gesehen, wo der, wo der jetzt gleich noch hingeht, ne? Wo er hingehen kann, ja. Okay. Ich glaube, hier ist auch ganz cool, so. Ohne Zoom, ist das so? Ah! Aber dass wir auch gar keinen Sucher gefunden haben. Du hast auch keinen, ne? Nein. Ich habe nur zwei Holos. Ja, das ist echt merkwürdig. Wir haben ja doch... Eine Holo ist von dir. Ja, von der UMP. Ja. So, wann geht es zu? 33 Sekunden. Ich will halt in die Häuser ran. Ich weiß nicht, ob da was ist. Wie weit bist du denn weg? Warum bist du denn eigentlich so weit weg? Weil ich so lange nicht gekrochen bin, um hier hinzukommen. Aber du wolltest da auch bleiben, oder was? Also ich wollte eigentlich ganz am Rand bleiben, ein bisschen da. Okay. Östlich schießt es auf jeden Fall aus. So wird es wohl gleich was. Alter, wie du immer wegbrichst. Okay, 25 sind noch am Laben. 23 Gegner. Oh, einer kommt auf mich zu. Osten. Leute, gute Nacht. Gute Nacht, Kai. Gute Nacht. Der ist schon abgekackt. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Jetzt sehe ich ihn. Laufen. Der ist alleine und der hier hat den zurückgeknallt. All seine Sachen geklaut und seine Leiche geschwendet. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Hinter dem Heuballen. Hinter dem Heuballen. Rennst du jetzt wieder weg. Rennst du wieder weg. Fische? Ja, er liegt auch. Ja, der liegt auch. Das ist aber nur ein zweiter. Ach nee, das war der Motorrad-Type. ok lassen wir den aber scheiß auf die wir müssen weiter ja aber wir kriegen ja genau ich weiß dass allerdings noch eine energie er wird gerade weggeschossen vom anderen du lebst doch noch du hast die beiden getötet sagst du ja ich weiß ja nicht ich weiß ja noch 30 sekunden links von mir zwei typen drei typen habe ich doch erwischt ich dachte ich könnte es einfach anballern drei stück oben an dem baum hier kommen siehst du wo ich liege oder kannst du mich nicht retten da ist kein gegner gerade da oben ist auch noch scheiße der schießt vergisst es was war das ist gar aber guck mal da steht doch sky getötet ja aber nicht mich 1,38 ich hätte einfach du hättest fahren sollen ich sag's dir wie es ist du hättest fahren sollen warum spiele ich eigentlich mit euch im Team ich hättest fahren sollen dann spiel doch Solo ich hab zwei Leute so schön weggeholt die Tempos vom Aldi heißen auch Solo ne wenn du Solo spielst ja man damit man ein Solo spielen kann wenn man mal seine seine fünf Minuten Agu-Time braucht Agu-Time habe ich mit meiner Freundin Agu-Time mit seiner Freundin sie hat ne leichte Sehschwäche aber das ist egal denn sie hat Agu-Time Agu-Time ist Gute-Time was? Agu-Time ist Gute-Time Agu-Time ist Gute-Time ich hatte damals ne wie war das ich hatte nicht mehr so viel Sex als ich damals Betreuer im Ferienlager war damals als wir dachten Eis essen wäre Sex so viel Männer wie du schon noch nicht haben schade dass man die Gags von Agu immer nur zur Hälfte versteht ne dann ist er wieder weg ja ich hätte diesem Dreierteam einfach hinterherlaufen sollen und dann eine von hinten ba 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 ich hätte auch weiterfahren sollen und erst mal im ersten Fall I believe I can fly I can fly I can believe I can touch the sky ich glaub nicht dass du das kannst Juhuuu oh oh wollen wir wieder steiler okay F drücken F drücken F drücken F drücken F drücken F drücken bis wir rauskommen go kommt nach unten wir machen Team wieder zwei Leute töten dann sind wir gut los ist noch ein anderes Team mit uns aus ne damit wir so scheiße schnell aber wir gewinnen wir müssen nur hinten zu den Kisten kommen wir haben noch jetzt gecheckt wo hier Loot ist ja scheiße das wissen die leider auch oh Gott ja Gumi siehst du das was hier bei uns ist hol dir ne Waffe hol dir ne Waffe hol dir ne Waffe ich kann den mit her jawoll jawoll mach den Platz okay lass es sein ich stirb du Pisser ich stirb ich stirb jawoll oh Gott man nein ich hab ne Waffe und ich bin angeschossen oh ich liege hier ich liege hier Leute oh er hat mich er hat mich überfahren er hat dich komplett gefütet damit alter das kann nicht wahr sein Matze das bringt nichts ich will er mich ich will er mich ich will er mich ich will er mich Schieß Argo gib's ihm Flinze er hat einfach nur gezieht er hat einfach nur gezieht aber warum warum hat's denn schon wieder nicht geklappt keine Ahnung den Typen den du angeschossen hast einfach einen Superman Punch gegeben hat er hebt die Schrotflinte auf und zerkannt na los Argo jetzt räch ich uns aber oh hast ihn erwischt hier sein Freund kommt gleich gib's ihm mit der Schrotflinte gib's ihm mit der Schrotflinte der hat meine Waffe der Hund ja man ja man ich müsste mich eingeschallen ne nein fertig und jetzt knall dich ab 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 die Nutte hat er mich überfahren Alter es gibt äh hast du von überfahren direkt stirbst ja doch hast du schon mal dazu mitgekriegt wie hart das ist mit so einem Auto ja ist aber normalerweise bisschen aufgesellt ja ich komm ich komm dich einfach mal besuchen und du stellst dich auf die Straße und ich fahr einfach mal über die Straße Alter der fährt ja nur noch der fährt ja nur noch lang da hast du sie grad gehört? ich hab die leere Waffe in die Hand und schießt du hörst du so zick 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 weil ich kann nicht mal wenn ich ihn drin hatte ja hier jetzt renn nicht weg jetzt kill ihn du musst jetzt da vorne bleiben du musst uns jetzt rächen alter oh der steht lecker aus ich glaub der hat noch gar keine Waffe das ist sein Problem ne ne das ist nicht so ein Problem ah ist das zum Kotzen und was geht so bei Facebook was passiert bei einem Zeckenbüsse da waren wir ja noch komm der nochmal wieder? ne ich glaub nicht mehr alter du bist sogar im Bereich nein der kommt endlich nochmal wieder los komm gibts ihm gibts ihm ganz egal wo da oben ist er diesmal nicht hier lang gefahren ich könnte mit der Schrotfeld jetzt einer verpassen er hat angehalten er hat angehalten ne jetzt ist er wieder reingestiegen aber das ist mega witzig das ist mega witzig wie diese Erweigungsjagd ich muss doch mal ich will den jetzt oh es hilft dir guck 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 doch mal gehen doch mal gehen ich muss sagen ich muss einfach nur langweilig jetzt alter was kam zu euch pump gun pump gun los gibts ihm ich hab keinen Reifen kaputt geschossen 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 er hat einen Eich noch nicht geschossen er hat nen Helm er hat nen Helm pack ihn hier meine beiden Kollegen sind tot äh wie ist das? voll in die Eier er hat nur den Helm oh ich hab so'n Piepen um den Ohren alter er hat noch eine Flash geworfen das erinnert mich ein bisschen an Amelkas Army ja so stimmt hast recht aber das hab ich gern gespielt nein man ich hab da einmal so ne Mission mit Kevin gespielt 30 Minuten Robben durch den Schlamm da sind wir aufgestanden und wir waren tot da rechts steht doch einer oder? ja ich ja rechts ne? der ist doch A links 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 da 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 ja da auf ach ne oder ist das Busch also ich hab aber das sah echt aus wie ein Typ ey guck dir das an ja das ist krass auf Distanz wenn die Dinger nicht richtig rennen dann ich hab das geliebt das so du musstest richtig Special Forces Training machen damit du auch diese diese äh Waffen benutzen kannst alter alleine das Training hat ewig lang gedauert ja es war so cool der zieht das jetzt hier echt durch alleine mhm ja ja ich dachte er geht endlich drauf ich kann mich auch einfach umdrehen ich dachte er geht einfach auf Escape und aus der Lobby ich dachte wenn du das willst ich hab gar keine Kanate scheiße komm nimm den Dutch ja da links und zeig was du kannst links? ne weiter bisschen links gehen ja ich drück schon mal ready ich soll dir mit dem Dutch ja zeigen was ich kann ja zeig mal was du kannst mit dem Dutch ja wie viele Saltos willst du sehen? alter mindestens drei boah das geht nicht die Steuerung funktioniert ja gar nicht für den das wär aber geil oh ein Stückschatz auf automatisch zu laufen der Scheiße hallo hier jemand weiß Schatz unnoted ach zwei Euro ja wollen wir das also unabhängig davon Argo du kannst das jetzt noch zu Ende spielen weil wir haben es ja auch vorhin so gemacht ähm aber wenn wir echt krepieren bevor noch also ich sag mal 50 Leute noch am Leben sind und zwei sind tot dann gehen wir aus der Lobby oder? ja das ist besser sonst ist viel besser oh nimm den Dutch ja dein Superman nimm den Dutch ja den Dutch ja man ich wäre dann jetzt runter gesprungen ich wäre dann jetzt einfach gesprungen ich bin ich hab weder Munition noch zum Monster 7 Schuss für die Schutze so lieber Dutch ja du fährst mich jetzt um mein Ziel oh scheiße ich bin ja schon an meinem Ziel ich würd hier fliegen wuhuuu und das war jetzt nicht so geil wie ich es erwartet hätte ich hab auch mehr erwartet eigentlich ich hab jetzt irgendeinen Bug erhofft dass ich 10 Meter weit fliege damit es ja auch geil aussieht oh ja sowas zum Beispiel dann wird geballert komm mach mal was kaputt nur angemerkt ich hab nur ne Schuhe ja mach kaputt ok kriegst du irgendwo rein? ja da ja da ist das ja da ist das denn und da ist das denn nirg 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 wo ist das geht habe ich habe ich auch getestet aber danach mache ich mein letztes spiel für heute alles so krass also dass das hat wirklich nichts mit euch zu tun und so weiter sondern es hat einfach was mit dieser krassen manpower der squads zu tun alter was wollte ich sagen im solo kommt man einfach weiter weil du hast immer höchstens so ein gegner vor sich oder so zwei die sich gerade betteln also ich finde du am besten du weil es immer noch fair ist meinst du hast ja zwei leute sind und du kannst halt mit zwei leuten besser koordinieren und zu zweit bist du dann doch noch vorsichtiger als das wenn du wir müssen die alte da immer noch nackt war man die nichts an ach jetzt hat sowas an so letzte runde zu tut wie lange leisten wir schon wieder bei viereinhalb stunden so letzte runde und ist eine regenrunde das heißt wir können wir können uns voll voll mega krass anschleichen und so einfach raus gehen wir reingehen ne war wegen ist voll gut finde ich auch dämmerung ist das beste ja das habe ich nicht gesagt das wäre auch gelogen so drüß mich wenn ich wenn ich dadurch warte ich lade doch gerade nach das dauert ein bisschen bei der knarre warte ich bastel ich bastel gummi noch ein pimmel du hast aber 10 sekunden warte du kriegst auch ein ja ja aber so schön im mund ok wo gehen wir hin das was ich fand das hier gar nicht schlecht neben der schule und dann abflug scheiße ich fliege gerade rüber zur schule weil ich so im kopf hatte schule ich dreh um ich dreh was sagen einfach vollgas nach unten warum kommst du so weit runter schule ein weil du du musst mit der naht also musst du dein kopf ganz runter ich brauch komplett nach unten gewesen maximal 252 oder nicht ich bin ja auch noch ein stück weiter warum ist denn hier schon alles gelaufen ich komme ich komme ich komme warum komme ich denn hier nicht rein was für eine scheiß türfotze ok die runde zählt aber nicht oder das ist keine richtige runde gewesen und wir haben es noch nicht zwei das heißt agon muss jetzt alles geben und sterben ne agon hier tot wir sind noch über 50 ne nicht ich hab doch eh nichts schön der da drin ist ein superman punch agon wir warten ich bin versteckt mit denen der kommt hier rein hey platz 24 wir waren schon mal schlechter hat eine scheiß runde ok jetzt aber die wirklich letzte runde players an und battlegrounds welche auf diese schweiß position ich bin nicht gleich gestorben ich hab gesagt jeder für sich allein ich bin der der immer als erstes stirbt weil du schwarz bist ja ja ist aber nicht doch gummi ist schwarz das ist einfach neidisch auf ein riesen ding also eigentlich ist der rosa nein gummi ist schwarz nein rosa alter argo das glaubt der jetzt nicht naja das glaubt der jetzt wieder nicht gelbes poni das rosa ist ja ich finde er ist ein rassist ja ich finde er ist ein rassist kein rassist ja er kann sie ja er kann sie 本当 ich hin ich喝 ich gehe Da brennt es. Yeah. Normalerweise haben die Kanaten ja so marktig gefekt. Wenn ich was kann, dann das. Wir fliegen da runter. Wir fliegen da. Ja, wir fliegen da hin. Ich bin dafür. Okay, wir machen was. Okay, ich bin dafür. Ich gehe da hin. Kann es sein, dass um uns herum nicht viel ist? Nö. Ich denke, dass du recht hast. Ist ja gar nichts. Ah, doch. Ich dachte, ich bin aus dem Ranking. I feel, Leute. Ah, I feel hardcore. I feel hardcore. I feel hardcore. I feel hardcore. Ein paar Truppen sind links, ne? Landen sie. Ja, schön. So, aber jetzt lasst uns echt mal als Team zusammen agieren. Nicht mehr so eine Scheiße machen. Das ist nicht möglich als Team zusammen zu agieren. Das stimmt. Das stimmt nicht. Ja, sind welche gelandet? Bei dem gelben sind welche? Vier Stück. Okay, ich habe schon Sucher. Zweifach und vierfach Sucher. Over. Baby, you are my act to see. Hey, c'est da, c'est da. Hey, c'est da, c'est da. Whatever will be. Will be. Okay, okay. Alles klar. Gibt es du? Ja. Okay. Wollte nur nachfragen, aber ist gut. Ist okay, ist okay. Also nur zweifach Sucher. Ah, egal. Aber ein Sucher ist ein Sucher. Ja. So ist das so. Ein Sucher ist ein Sucher. Deswegen heißen die Sucher bei Harry Potter auch immer Suchen. Nein, die heißen der Goldene Schnatz. Sucher. Schnatz, Schnatz. Aber sie finden den Goldene Schnatz nie. Schnatz, Schnatz. Ich bin Schnatz, der Goldene Sucher. Hier hat auch einer voll abgeschnatzt. Ah, cool. Wir sind schon relativ mittig. Und es wird sicher nicht auf der Militärbasis. Das heißt, hier hinten so wird wahrscheinlich das Ende sein, oder? Nee. Alter, Hamm. Also, ich bin in der Zone. Also, sind wir ja mal echt gut unterwegs. Ich bin in der Zone und ich bin alleine. Wann bist du eigentlich schon wieder so weit weg? Ich bin in der Zone und ich bin alleine. Alter, Agu. Dann hätten wir auch du spielen können. Das ist doch Quatsch. Ich komme doch gleich zu euch. Ich bin wirklich aufgarten, wo ihr es markiert habt. Gumi, rechts von uns fährt was. Auf 330. Nee, ich habe es gerade gesehen. Äh. N15 Grad. Nur, dass du Bescheid weißt, aus der Richtung kommt gleich ein Arschloch. Möglicherweise. Alles klar. Ist dir sicher, dass es ein Arschloch ist? Äh, 100%iges Gegner will uns töten. Das schönste ist, du fällst aus 10 Metern Höhe. Und? Und? Das Ende kam nicht an. Fällst aus 10 Metern Höhe und? Äh, das schönste ist, wenn du aus 10 Metern Höhe fällst und du immer noch am Nachladen bist. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Du kommst auf, wenn du aufkommst. Ja. Achso, und er lädt weiter nach. Du trägst, du stößt mit beiden Händen auf, aber du... Er bricht immer weg, ne? Nee. Du hast das Ende auch nicht verstanden. Passiert. No. Okay. Ah, was soll's? Ich komme mal zu euch, ne? Also du kommst mit beiden Händen auf... Und er... Warte, warte, ich kann es mir zusammenbasteln, aus allem, was du erzählt hast. Du kommst auf und er lädt immer noch nach. Warte, 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 leise. Oh, ab einem. Gumi, was hier oben? Da bei... Akku ist, glaube ich, ein Drop. Das kann sein, aber Agu hat auch noch Probleme da. Problem, würde ich das jetzt nicht nennen. Einen eingetötet. Ja, aber... Ach, du hast Datenschuss kassiert. Das ist ein Skop. Oh Gott, ich werde von Händen abgeschossen. Ah! Äh, äh, äh! Wechsel die Position! Oh Gott. Hast du geschafft, oder was? Ja, ich habe es nicht geschafft, gerade auf Fahrrad sitzen zu wechseln. Ja, du lebst doch noch, oder nicht? Ja, ja, aber gerade so. Ja, dann komme ich jetzt endlich mal in unsere Richtung. Ja, ich bin fast tot. Ist ja egal, du musst ja nur erstmal zu uns kommen. Du musst dich nur nicht anschießen lassen. Da ist mir er schon aufgelandet. Ja, super. Ich bin hinter mir. Deswegen hast du ja einen draufgekriegt. Ja, der war ein Meter hinter mir, ne? Schwarzes Gummi. Steht im Chat, schwarzes Gummi. Hm, hm, hm. Die kleinen Arschbitte. Das ist das Aguja, ne? Ja. Ich habe den Typen ein Headset gegeben und er war weg vom... Genau wie dein Headset. Und er war weg vom... Und weg war er. Du brichst echt so weg. Ist kein Scherz. Ich verarsch dich nicht. Das freut mich aber, weil das Headset genau vor... Ich habe das Headset genau vor... Ja, ich habe es gesehen. Vom... Ich weiß mir gerne, warum. Vom Headset her... Vielleicht wird es am Ende sein, dass es immer ein bisschen leiser oder so... Nein, nein, nein. Wenn ich es aber mir wieder um den Hals ziehe, dann bin ich zu empfindlich. Und ich habe keine Lust, die Empfindlichkeit selbst einzustellen. Aber du musst dich auf jeden Fall ein bisschen runterregeln. Die ist echt teilweise viel zu krass. Ja, und teilweise viel zu niedrig. Teilweise hört man echt jeden Forz? Und teilweise wiederum gar nichts. Ja. Aber du sagst ja, es kommt ja bald dein Altes, dann ist doch eh alles egal. Ja, in zwei Wochen oder so. Aber so lange müssen wir halt noch drüber herziehen. Ich meine, du bist dick, wie es dein Schwanz hat. Alter! Ey, sag mal, was soll denn das? Du Pansenfutze! Was ihr kennt, kann ich schon lange, also... Was soll denn? Ja, was soll denn? Kommt schon wieder ein Herzfottenmodel, aber... Das sieht aus wie ein Zeck, wie ein Zeck, wie ein Zeck. Ja. Äh, der geht bei... 2 Schuss, äh, 1 Schuss auf. So, ruhig. Der hat den noch gar nicht geklappt. Was ist mit dieser scheiß Knarre hier los? Ich kann ihn nicht nachladen. Ich hab grad voll den Bug. Was dabei aufgehoben? Ich hab ne M4-16 aufgehoben. Ups. Mein Auto verbockt. Noch ganz für 1 Schuss. Ist die M4-16 gut? Äh, ja. Wenn die komplett ausgerüstet ist, ist die die beste. Echt? Ja. Ja, weil du vier Sachen noch nicht machen kannst. Ja, ich hab die aber noch nie gehabt. Ist ja ein M4. Kein M16. Ich hab beides. M16 und M4. Also ihr seid ja schon wieder weiter. Ja, du kannst ihn wohl looten. Du kannst ja versuchen, das Auto da rauszubekommen. Ich seh kein Auto. Ich renne. Ja, es liegt da irgendwo in der Klippe. Festgefahren. Quarry Sober, oder wo gehen wir jetzt hin? Ja, nach Quarry. Also ich geh nach Quarry. Ihr macht es mir egal. Alter. Echt. Ne, Argo, echt. So macht das keinen Spaß, Digga. Entweder bist du jetzt Teamplayer oder halt nicht. Ich spiel ja im Team. Ja, dann, ne, benimm dich jetzt. Sag euch wohl, ich sterbe. So. Ich empfinde die gar nicht als so Imba, wie Gabapete sagte. Oder VSS. Die haben auch gewonnen. Ja, die finde ich cool. Nein, eine UMP, komplett ausgerüstet, ist schon sehr galtig. Hier ist ein Beierhof. Ohne Scheiße, ich habe nur drei Wörter verstanden. Zweierwörter. Das sind zwei Wörter. Ist auch eine UMP. Die Zürme nehme ich gerne. Ja, liegt da. Hier ist auch noch mehr Waffe und ein Zweifach-Sucher. Also, was ich immer so traurig finde, man sammelt so viel und sucht so lange, ne? Und dann reicht ein bekackter Schuss in dein bescheuertes Gesicht und das war's. Das ist schon ziemlich scheiße, dass die Spiele so realistisch sind. Ja, was soll denn das? Ehrlich? Ich hasse Menschen. Das ist gerade gar nicht schlau, weiter zu laufen, weil wir doch gar nicht wissen, wo jetzt gleich der Endpunkt hinkommt. Ich bleibe jetzt erstmal hier in den Häusern. Macht jetzt gerade gar keinen Sinn. Also, ich kann es überhaupt nicht zuordnen jetzt gleich so, weil so viel Wasser gerade mit angewählt ist. Das ist in der Zeit ja einfach mal ganz normal. Schon wieder nichts verstanden. Kennst du aus der Klugin? Ja, jetzt habe ich schon mal direkt am Mund. Guck mal, doch noch. Ich weiß, doch noch tiefer. Ich weiß nicht, so entspringet. Sony wird da hinspringen. Wenn du markiert hast. Ja, dann los. Gummi kommst du auch? Ja, ich lud noch die Häuser hier. Laufen hin oder? Ja, ja. Query hoch und dann eine andere Seite runter? Ja. Nichts was wir brauchen können. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir auf Gummi warten sollten. Ach, der packt das schon. Ja, toll. Und dann wird er weggeschossen und keiner von uns war da. Oder andersrum. Ah, ich meine, so ist das dann im Leben. Das passiert. Aber Gummi, guck mal bitte die Barriere an. Da oben, wo du gerade bist, da werden jetzt gleich ganz viele kommen. Nö, hoffst du. Ich knallt da ab. Ich brauche ein paar Waffen. Der Argo nuschelt so, schreit der Watson. Hallo Watson. Schön, dass du auch da bist. Ja, das liegt an dem komischen Headset. Irgendwas stimmt mit seinem Headset nicht. Kann sogar nicht. Das ist halt mein Altersquaken. Das ist drei Jahre alt. Das funktioniert nicht mehr so gut. Aber der Heli ist schlimmer. Du meinst, weil der Dialekt hat. Ja. Das ist eine Modifikation, du. Ja, aber ich kriege ihn voll oft echt dicht. So, oben. Komplett durch einen Steinbruch oder was? Nee. Nee, wir müssen ja hier so an der Seite lang. Ich glaube hier, ich weiß gar nicht, ob ich hier mal großartig war. Doch, einmal bin ich hier am Steinbruch vorbeigelaufen. Fand ich eigentlich ganz cool. Das reicht gar nicht. Echt nicht? Nein. Da ist nichts, wo du looten kannst. Ich gehe da, ich fliege da auch oft mal hin. Also, ich bin den Looter gar nicht so übel. Also, ich habe da noch nie was gehabt. Immer wenn ich da gelandet bin, nicht einmal loot. Nicht mal was zum Anziehen. Ach, du Scheiße. Agu hat gerade voll verschissen. Eine fiese Stimme. Oh nein. Oh, Scheiße. Ist jetzt zufällig, dass passiert, was mir passiert ist? Ich bin hier gerade runtergesegelt. Ich habe mich gerade umgeguckt und auf einmal falle ich so voll die Klippe rum. Nee, ich dachte eigentlich, ich könnte hier langsam runtergehen, aber es ging nicht. Dann bin ich auf einmal voll weit geflogen. Ja, coole Sachen. Du kriegst gerade voll auf den Sack, kriegst du, Agu. Oh, oh. Dude, Südwest wurde, nee, 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 nee. Südwest wurde geschossen. 195 ungefähr jetzt. Okay, Agu. Oh, ich habe was im Auge. Er hat was im Auge. Ich habe was im Auge. Er hat was im Auge. Hat was im Auge. Spiel von Schlamm aus. Er hat was im Auge. Und er war nicht auf einer Bukake-Party. Nein, nein. War er nicht. War er schon. Ich glaube schon. Hier oben gibt es aber ein Häuschen. Und ich will lieber dem ein bisschen Höhen... Guck mal, wie weit wir gesplittet sind. Wir drei, oder was? Ja. Wie weit wir gesplittet sind. Weiß nur der Wind. Das weiß nur der Wind. Und wie weit das himmlische Kind. Nee, lass mal das Moped unten. Hier oben sind welche. Erso? Ja. Ich würde es doch nicht sagen. Ja, du würdest das schon sagen. Einfach nur damit ich nicht mit dem Ding fahre. Nein. Bist du doof? Du sollst einfach nicht mit der Scheiße hier hochkommen. Das Ding ist weit weg. Nicht mit der Scheiße hochkommen. Und weißt du, wo die sind? Nee, weiß ich eben nicht. Aber hier wurde doch geschossen. Habe ich doch gesagt. Da unten steht ein Jeep an der Straße, aber es ist gespawnt. Wieder weg. Gebrochen. Er ist einfach weg. Ah, da unten der Jeep, ja. Es kann sein, dass da die... Er ist aber... Nein, nein, der ist gespawnt. Der ist gespawnt? Ja. Daniel meinte, das ist nicht mehr so. Nein, aber die Position von dem Jeep, die ist gespawnt. Die Positionen sind ja noch dieselben. Wo du die spawnen. Und du hast... Du hast jede Position der Jeeps im Kopf, oder was? Einige, vor allem hier in den Positionen. Okay. Ich habe selber Player Andon gewesen. Ja. Ich habe mal einen Schickenden gewonnen. Welche auch schon. Ich kann eigentlich auch schon schlafen gehen. Da hier sind ein Auto. Hier oben ist noch was cooles drin. Oh ja. Warte, leise. Ja. Nordwesten. Kommt. Kommt noch mit Buggy. Also ich könnte nicht beschwören, dass ich getroffen habe. Oh, die werden gerade hart. Maß genommen. Alles klar. Ja. Richtig klar. Das habe ich schon geschossen. Maß genommen. Wir müssen hin. Oh. Ja. Ey, wir sind im KS, alles gut. Drüben ist zu. Ich habe einen ausgenommen. Wow, wow, wow. Der ist das. Osten, 75. Warum sagst du nicht, dass du schon im Fight bist? Nee, ich stand mit AfK. Achso. Aber kann sein, dass da noch einer drin ist. Da sind es noch da oben. Ja, wir müssen immer noch vom Steinbruch und so aufpassen, dass da keiner kommt. Gumi, du bist echt noch ganz schön weit von uns weg. Ich bin ein Außenposten. Ja, aber sollten wir nicht trotzdem unsere geballte Feuerkraft nutzen? Das ist doch der Vorteil am Squadplay. Also, ich sehe nicht, dass er aufgehoben wird. Der verreckt doch aber auch so, ne? Irgendwann. Ja, ja. Aber ich würde ihn halt gerne looten, weil ich nicht ganz so viel Zeug habe. Ja, aber du hast doch genug. Werd nicht gierig. Oh, schießt du? Ich. Ja. Komm, wie kaputt du scheiße Tür bist. Aber wenn er immer noch nicht tot ist, hat er ja noch irgendwo einen Typen. Wie schön, ich glaube, der wurde wiedergelebt. Komm, danke fürs Bescheid sagen, dass du da schon wieder Krieg anfängst. Hab ich doch. Er rastet völlig aus. Wie eine kleine, süße Maul. Ich will nichts sagen. Ja, auch. Ich glaube, ich habe einen Erdkopf. Ich werde von Süden beschossen, glaube ich. Dann komm mal näher zu uns wieder. Lass mal zusammenhotten hier. Scheiß auf die Typen. Oh. Auto von Norden. Oh, 15-fach. Junge. Das ist ein Job. Da kommt einer zu deinem... Da ist ein Lauf dabei. Fährt er zum Job? Ja. Nein, nicht zum Job. Aber er ist auf jeden Fall rübergefahren. Also, der hat schon kassiert von mir. Ich sehe ihn da hinten. Der ist bei der Küste. Ach, da ist er. Ja, okay. Der ist aber durchgefahren. Der ist angehalten. Ja, ich sehe ihn. Ich bin hier unten am Außenposten. Wir müssen noch aufpassen, was von hinten kommt, ey. Das gibt es nicht. Ich habe so viel Unpair-Munition. Ich habe relativ wenig Health. Das 15-fach ist schon ziemlich hart, ne? Alter, das war mega geil. Ich finde es gar nicht geil. Ich habe es ein-, zweimal gehabt. Finde ich gar nicht cool. Du musst bei dem aber auch nicht scaleen, ne? Also, je höher dein Scope ist, umso weniger musst du scaleen. Echt? Ja. Alter, ist das. Kriegst du dich mit dem da hinten jetzt, oder was? Ja. Okay. Wie viele? Wie viele und wo? Einer ist das nur noch nicht. Was mit dem Rest? Alter, ich treffe ihn nicht. Der Rest ist alles down, oder was? Ja. Genau, ich schaff's mit dem Hügel hoch. Okay, also, gehen wir jetzt rüber, oder was? Alter, ich raste hier gleich aus. Ich habe ihn einmal getroffen. Gummi, Gummi, nordwestlich, 330 Grad ist einer. Oh, das, was brauche ich denn da? 400 Meter? Der hat mir der Karabiner gerade auf sich geschaffen. Aus und mit Position für mich. Guckt ihr meine Position an. Scheiße, Leute, genau gegenüber von euch sind welche, die haben euch im Visier. Direkt vor mir, er ist auch runtergekommen. Ja, den habe ich vorher einen Typen gekillt. Hier, hört ihr mir eigentlich zu? Nein. Ja, Gummi, direkt dir gegenüber ist einer der hartlichen Visier. Ich habe keinen auf mich geschossen. Ja, ich habe einen gerade gekillt. Das könnte der ja gewesen sein. Was ist drinne? M24. Nein. Nein, du Fleckstück. Bei dir müsste irgendwo einer, das hat glaube ich einer mit einem Schalldämpfer geschossen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Oh, ich muss übrigens auch. Hier liegt auf jeden Fall in die Kiste. Das ist ein bisschen, den du getötet hast. Ich komme rüber geschwommen. Das müsste der gewesen sein. Ja, ich habe einen Hedgehog gesehen. Nordwesten, hat man den Nordwesten im Blick. Von da kommen zwei Typen. Nordosten, Nordwesten. Wo? Ich gucke gerade die genaue Zahl. Für den Hügel oder Straße? Nee, oben über den Berg. Okay. Hast du auch einen Zoom oder sowas? Ja, Achter ist dabei. Achter ist immer dabei bei einer Sniper. Na, sag das nicht, bei der AWM hatte ich es nicht. Ja, bei der AWM ist es glaube ich selten dabei. Das stimmt. Die ist so stark, Alter. Mit Schalldämpfer ist die mega geil. Ja. Oh, das war jetzt nordöstlich. Ich glaube ja nichts. Rechts hat glaube ich ein Boot angelegt, kann das sein? Da war ein Erjob gewesen, war es dann so. Ihr macht mich fertig, Leute. Wo rechts ist die Frage? S. Direkt süden? Ja, da ist auf jeden Fall auch ein Boot. Also da steht ein Boot. Sehe ich gar nicht. Das ist doch S. Bei S muss das stehen. S oder 100 Zimmer. Dann habe ich höchstwahrscheinlich die Bäume bei mir vor mir. Äh, Norden 15, Norden 30, Norden Ost. Da kommt es jetzt runter. Durch den Wald. Ja gut. Immer mehr. Du hast andere Koordinaten wie wir. Von deiner Position aus. Ja, aber nordöstlich. Das ist gleich, oder nicht? Ja, ungefähr. Der rennt rüber und will, ich zeige es auf der Karte, will ungefähr hier reinkommen. Ja. Okay. Was müsste eigentlich noch jemand hier rumrennen? Kann nicht alles gewesen sein. Und noch eine Chance, steht ein Jeep. Ja, ich bin doch da. Weiter weg von dir, viel weiter weg. Achso, noch einer. Akku, hast du irgendwie Ehe in Sicht? Äh, ja, Osten. Kann ich gucken, ja. Ich komme jetzt hier hoch zum Erdlust. Zwei Leute drüben auf den Hügel. Wo? Irgendwo weiter vorne. Nordosten 60 Grad. Nordosten 60 ist bei mir viel zu weit weg. Das fiel das Nordosten 60. Er ist wieder genau über uns. Ich tauchte den hier, oder? Hat noch nichts abgeladen. Wow, war das knapp gerade, der Schuss. Er hat mich wieder direkt über uns. Ich dachte jetzt kurzzeitig an den Blindgänger, aber... Es wird auf mich geschossen, falls es euch interessiert. Ja, ich suche von wo, aber ich weiß es nicht. Äh, im Wald, nordöstlich. Warte mal, wenn ich es ungefähr zeigen könnte... Ey, meine Posi stimmt, die ich der Karte habe. Da ungefähr. Ja, klar. Äh, ich schiebe halt die ganzen Brau. Schießt du? Ja, ich schieße. Der hat auf jeden Fall eine SKS, ne? Ja, ja. Wo kommt der Job runter? Äh, nach vorne. Hab einen. Morningstar Kill. Hm. Schau mal, ob ich den kriege. Ja. Kannst mir ein bisschen Deckung geben. Ich kann nicht komplett abdecken. Da müssen aber eigentlich noch welche sein. Einer läuft. Einer läuft zum Erdloss. Im Wald sind keine mehr, oder was? Hab ich Schuss abgekriegt? Fuck. Ja, ich sehe leider nicht. Ich hab auch einen Schuss abgekriegt. Klaus. Auf jeden Fall nicht so, dass er den Job kriegt. Nein, nein. Ich bin ein Job im Blick. Gelbes Haus eventuell, ne? Ja. Gelbes Haus und der andere Sitz direkt zwischen 120 und SE hinterm Baum. Womit liegen klein. Der läuft wieder zurück. Ja, ich schieße auf mich. Hab ihn ausgenockt, hab ihn ausgenockt. Ja. Ich glaube, er ist außerhalb. Ja, ihr seid überall. Er läuft über die Straße. Ihr kämpft auf einer ganz anderen Seite als ich. Hab ihn gekillt, hab ihn gekillt. Hab ihn gekillt, ich glaube. Sehr schön. Deswegen hab ich ihn auch mit einem Kill. Wahrscheinlich, ja. Einen Schuss, Mann. Kommt zu euch. Wir müssen da runter zu denen, ne? Stimmt, wir müssen zu denen. Ja, das Problem ist aber, von hinten kommen ja auch welche Leute. Ja, da wo wir die getötet haben, könnten wir halt runtergehen. Das erste Mal, dass der Kreis an einem Häuserkampf ist, finde ich. Oh ja. Auf mich wird geschossen. Was ist das? Ich weiß aber nicht, von wo der Schuss kam. Ah, auf mich wird auch geschossen. Von rechts irgendwo gelbes. Oder nicht schnell. Einer ist am blauen, ist runtergesprungen. Ah, ich bin hin. Oh, fuck. Blaues, ähm, linkes Fenster, das zweite Fenster von rechts. Da ist einer drin. Ich hatte nicht mehr zum Hallen. Ich hatte zum Hallen. Einen wenigstens noch. Ja, ich weiß nicht, von wo der eine Schuss geschossen hat. Alter, sie sind zu dritt. Schließen die aus. Hast du auf 100? Ja. Jawohl. Ja, im blauen oben. Scheiße, du kriegst gleich durch die Barriere. Du musst gleich laufen. Lauf. Von links auch noch von beiden Seiten. Lauf. Oh, jetzt kannst du jetzt. Ey, du stirbst in der Barriere, Alter. Schade. Schön gemacht. Warum, warum in den Häuser kommen? Alter, da sind noch elf Leute auf dem Fleck. Ja, das war richtig übel. Ja, alle Ritim. Alter, da ist also... Ich würde mir jetzt wünschen, hier noch gucken zu können. Weißt du, dass... Ja, so zu gucken. Ja. Halt verzögert. Ja, von mir aus. Dass man jetzt eine Minute Schwarzbild hat und dann das ab jetzt eine Minute gucken kann. Einfach, um zu gucken, was die so treiben. Scheiß, die Wand an. Wie spät haben wir es? Oh, 2.27 Uhr. Habe ich überzogen. Ja, das geht. Kann man mal machen. Ja, meine lieben Freunde da draußen, die, die das Video morgen gucken werden, viel Spaß bei 5 Stunden, 14 Minuten, 24 Sekunden und wirklich wenig verworfenen Frames. Und ihr müsst vielleicht... Ich darf es angucken. Ja. Gibt immer mal wieder welche. Ihr müsst auf jeden Fall auch mal gucken, das, was der... Wer war denn das vorhin? Das war auch Gabapete. Er hat gesagt, dass bei Twitch die Qualität besser sein soll als bei YouTube. Ich werde es mir gleich mal direkt im Vergleich angucken. Ich wünsche euch was, bedanke mich dafür, dass ihr da wart, wünsche eine gute Nacht. Und sage mir immer, haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Ihr dürft... Ciao, ciao. Genau.